Hallo und herzlich willkommen zur 245. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und das ist heute alles unter erschwerten Bedingungen. Nichtsdestotrotz legen wir los mit Faktencheck und Follow-up. Jetzt komme ich da mal schon durcheinander. Also erstmal Jörn klärt uns auf. Und zwar hat er mir geschrieben, kleiner Faktencheck, also kurze Erinnerung. Ich hatte letztes Mal erzählt, Jörn war in einem Podcast zu Gast und hat da gesagt, erst hat er gesagt, ja, ich arbeite für Deutschlandfunk, also für dieses Sendergedöns Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Aber später hat er dann gesagt, ich arbeite bei Deutschlandradio. Und mich hatte das irritiert, weil ich dachte, Deutschlandradio ist ein eigener Sender, der nichts mit den anderen dreien zu tun hat. Und er hat mich korrigiert, kleiner Faktencheck. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts, die mein Honorar zahlt, heißt Deutschlandradio. Sie veranstaltet die drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Weil es mir oft zu lang ist, die drei Programme einzeln aufzuzählen, nenne ich oft nur die Dachmarke. Aha. Das ist so wie... Deutschland, Österreich, Schweiz. Nee, es ist eher so wie VW hat den Polo, den Golf und den Passat. Ja. Ich wollte haben nur einen ganz schlechten Gag mit Dach gemacht, den du nicht... Den habe ich geschlüsselt. Ich ignoriere es, wie das so meine Art ist. Ja, dann hat Andi... Der hatte ja letztes Mal ein Foto gepostet von seinem Armaturenbrett oder von seinem Display im Auto, wo auch diese 360-Grad-Panorama-Ansicht zu sehen war. Hat er aber nicht verraten, welches Auto es ist. Hat er jetzt nachgeholt. Es ist ein Nissan Micra. Mhm. Ja. Und kleiner. Ja, also auch jetzt nicht... Vom Namen her, ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Der Name klingt jetzt nicht nach einem großen Auto. Also Micra klingt ja nach Mi. Vor allen Dingen nicht irgendwie nach Luxus-Oberklasse, wo man denkt, wo so ein... Aber bei den, sag ich mal, asiatischen Autoherstellern, die bauen ja gerne solche Gimmicks ein, die man bei, sag ich mal, mitteleuropäischen oder gerade deutschen Herstellern nur für viel auf Preis bekommt. Ja, ja. Dann, äh, Tisch, nicht Raum. Ich hatte von dem Typen erzählt, der versucht hat, auf dem Steam Deck alle möglichen Bildbearbeitungsprogramme zum Laufen zu bringen. Mhm. Und er hat, da ist ja erstmal sich, in Anführungszeichen, einfach gemacht, Linux-Programme. Und da hatte ich von Darkroom gesprochen. Mhm. Und, ähm, da hatte, äh, Hobbyquerschnitt gesagt, in höhöhö, das hast du wohl mal mit was anderem verwechselt, das Programm heißt Darktable. Äh, jein. Ich, äh, ist, äh, Darktable, er hat recht, in dem Artikel ging es um Darktable. Also da hab ich wirklich, äh, was falsch gesagt hat. Aber Darkroom hab ich gesagt, weil ich das Programm Darkroom im Hinterkopf hatte, das es auch tatsächlich gibt. Also wahrscheinlich von Lightroom abgenommen her, ne? Ja, das sind alles, ich hab mal überlegt, da hab ich mal kurz mir Gedanken gemacht, was ist denn Darkroom, Darktable, gibt's ein Lighttable, gibt's ein Lightroom, also es gibt die Software. Und wie ist es mit den Wörtern in der, also es gibt nämlich in der Realität, gibt es den Lighttable. Das ist der Leuchttisch, wo man dann so negative oder so drauf legt, um sie sich dann anzugucken. Das ist ein Leuchttisch, also ein Lighttable im Englischen. Und als Programmname gibt es halt die Umkehrung davon, den Darktable. Und es gibt natürlich den Darkroom, das ist die Dunkelkammer. Und das wiederum gibt es in der Umkehrung als Software, als Lightroom. Mhm. Also haben die einfach als Gag gesagt, wir drehen das Light und Dark, drehen wir um. Einmal in die eine Richtung, hat der eine Hersteller gesagt, und einmal in die andere Richtung, hat der andere Hersteller gesagt. Und Darkroom hat sich gesagt, wir drehen gar nichts und wir nehmen einfach das Wort, was es auch in echt gibt. Für unser Produkt. Aber in dem Artikel ging es um Darktable und ich hatte fälschlicherweise Darkroom gesagt. Mhm. Gut. Dann zum Hörer Nein, doch, oh. Der Sven hatte geschrieben, dass der Shelter uns noch gar nicht hört. Also bisher. Nachdem ihm dann aber Leute gesagt haben im Jitsi, du übrigens, du bist im Blathering-Podcast erwähnt worden als Hörer, hat er sofort natürlich gesagt, oh, jetzt muss ich ja mal wirklich anfangen, den auch zu hören, wenn ich den schon folge. Selbst eine schöne Prophezeiung. Ja, genau. Also zumindest die letzte Folge hat er gehört. Dann kommen wir zu Ad-Kompots gesammelten Werken, die ich erstmal, oh, muss ich gar nicht so weit scrollen. Also dann die Krankenmeldung, Fachbegriff Arbeitsunfähigkeit, Bescheinigung hänge ich da noch dran, ist jetzt elektronisch. Das nennt sich kurz EAU. Nachdem das nur zwischen Arztpraxen und Krankenkassen läuft, gab es keine große Debatte. Praxen übermitteln per KVE schon Daten zur Abrechnung. Also da gibt es schon einen sicheren Kommunikationsweg. Das ist ja auch immer das, warum gelästert wird, dass die noch Faxen. Ja, Faxen gilt halt vor dem Gesetz als sicherer Übertragungsweg im Gegensatz zu E-Mail. Dann Aussage der Regierung, warum die Mehrwertstäufe Gas auf genau 7% gesetzt wurde. Den Satz mussten Abrechnungen ohnehin können. Finde ich interessant, weil ich sag mal, gut, unsere Software, da kannst du jeden Prozentsatz unterjubeln. Da kannst du auch 6,357 als Prozentsatz eingeben. Also eine gute Software kommt mit jedem Prozentsatz dazu. Aber natürlich ist es einfacher, einen zu nehmen, der in den Systemen vielleicht eh schon bekannt ist. Wobei gerade bei der Heizkostenabrechnung das mit der Mehrwertsteuer sehr, sehr kompliziert ist, weil da teilweise wilde Mischungen in so einer Heizkostenabrechnung sind. Also wenn du als gewerblicher Mieter eine Heizkostenabrechnung bekommst, kann es sein, dass da am Ende ein Netto und ein Brutto steht und der Zusammenhang ist irgendwie ein krummer Prozentsatz, weil sich die Abrechnung zusammensetzt aus einzelnen Positionen mit unterschiedlichen Steuersätzen und da nicht dieser Gleichmachergrundsatz aus der Umsatzsteuer gilt. Also normalerweise, wenn du irgendwo ein Produkt kaufst, eine Currywurst am Imbiss, dann könnte man jetzt darüber diskutieren, die Currywurst ist ein Lebensmittel mit 7%. Die Schale, in der das Ding verkauft wird, die Pappschale, ist kein Lebensmittel, ist also 19%. Und die Dienstleistung, das zuzubereiten, ist mit 0%. Aber du zahlst ja nicht eine Mischung daraus. Und da gibt es dann halt eben Regelungen. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel bei Gastronomie, ist es entweder mitnehmen oder hier essen. Aber es wird halt nicht so ein Mischsteuersatz berechnet, sondern es wird gesagt, was ist die Hauptleistung? Und die Hauptleistung entscheidet, wie ist der Steuersatz von dem Ding, was du kaufst, was du bekommst. Und dieser Grundsatz, die Hauptleistung bestimmt den Steuersatz, gilt in der Heizkostenabrechnung nämlich nicht. Und deswegen kann da so ein wildes Mischmasch rauskommen. Das gilt in der Werkstatt ja auch nicht. Also in der Werkstatt zahlt es ja auch nicht. Also Handwerkerleistung und Ersatzteile gleich ein Steuersatz, sondern das ist ja auch getrennt, sage ich mal. Ja, stimmt, steuerte. Also es gibt schon Sachen, wo das eben getrennt wird, aber ebenso in vielen Fällen gibt es da eben das mit der Hauptleistung. Dann schreit, hattest du gesagt, ich habe ein wildes Potpourri. Da hatte er gefragt, Potpourri mit D, weil wir ja potcasten. Da habe ich eingekündigt, das wird mein nächster Podcasttitel für eine Kochsendung. Ja, Potpourri, ne? Ja, Potpourri ist ja an sich auch schon ein Topf mit was drin, was man heiß gemacht hat, unter anderem. Ja, dann habe ich jetzt gerade hier einen Schreck gekriegt. Nein, ich nehme auf. Das ist das, wenn man nicht alle Fenster auf einen Blick hat. Das ist auch live geschaltet, ja? Ja, live habe ich geschaltet. Dann hat er mich hier zitiert, also er, Ed Kompott, hat mich zitiert mit, da hat er mitgespielt und ich habe ihn gesehen. Und da habe ich natürlich, bin ich wieder genau in die Falle getappt, weil es ging ja um Esra Miller. Und da habe ich, bin ich, wie gesagt, genau da reingetappt, dass in dem Moment, wo ich, ja, das so aus der Erinnerung und ich hatte halt so die Filmszene vor mir. Ich hatte Esra Miller vor meinem geistigen Auge und in dem Film spielt Esra Miller halt eine männliche Person. Und schwupps war ich wieder auf der Er- und I-Schiene. Das ist halt nicht so einfach. Mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, weil du es auch drei, viermal gemacht hast. Ich dachte aber, jetzt wollte es da nicht nochmal wieder, ja, in den Fokus bringen. Es ist halt nicht so einfach. Genau, die Gasumlage, also ich meine, die Höhe der Gasumlage festgelegt hat eine Firma Trading Hub Europe, die irgendwas mit den Einkäufern zu tun hat. Also die hat so irgendwie diese 2,4 irgendwas geschnitzt. Dann schreibt er, ich erahne, dass Tim Mieke kurz vor der Erkenntnis ist, dass es der Regierung weniger um Handlung geht und mehr um die öffentliche Wahrnehmung. Ja, ich weiß, dass ich in manchen Dingen, gerade was politische Dinge angeht, sehr naiv bin. Aber ich gehe wahrscheinlich immer zu sehr von mir aus. Und was ich wollen würde zum Wohle anderer oder was weiß ich, wahrscheinlich bin ich zu altruistisch oder was auch immer. Aber es ist, ja, genau. Was? Tim Mieke hat den Ex-Bundesminister für Gesundheit verspeist? In Klammern Spahnferke. Natürlich mit Haar dazwischen. So einem schlechten Wohlspiel kannst du echt sparen. Dann schreibt er, Gasspeicher zu 75 Prozent voll, 80 sind schon gemeldet worden. Ja, Edgy Badge, ist dir das Gleiche passiert wie mir? Also ich habe mal nachgeguckt. Wir waren am Tag der Aufnahme schon über die 75 drüber, das gebe ich zu. Wir waren am Tag der Aufnahme aber noch nicht bei 80. Am Tag seines Kommentars waren wir bei 80. Heute sind wir ja schon, glaube ich, bei 82 oder so, habe ich vorhin gelesen. Weil auf jeden Fall sind wir jetzt schon Anfang September da, wo wir Anfang Oktober sein wollten. Also Feuerwerk und so weiter. Die Trecker von Johann dem Reh, John Deere, haben die Hacker ja dadurch erst auf sich gehetzt, dass deren DRM schon normale Aktivitäten verbieten will. Ja, das war eben, das war ja nicht nur so aus Gag, sondern weil man einfach genervt war von deren ganzen DRM-Geschichten. Wo man dann Features nicht hat oder die die Dinger lahmlegen, weil man die Leasingrate nicht bezahlt. Dann zu Shit Express, das war ja dieser Exkrement-Versender. Da schreibt er, da hat jemand die Gelegenheit für Panda Schicks Press verpasst. Habe ich nicht verstanden. Panda Schicks Press. Außer, dass da irgendwie Shit und Express. Was ist denn noch für Panda? Kung-Fu-Panda kenne ich. Ja, aber der macht ja auch keine Haufen. Also flüssig zumindest nicht, oder? Okay. Genau, dann die originale Quelle für den Hack-Song dürfte bei Microsoft gelegen haben und schon viel älter gewesen sein. Hint, link den aus, also er hat da eben nochmal einen alten, also das stand in dem Artikel, den ich verlinkt hatte, ja auch drin ist, dass es ein uraltes Ding ist, was jetzt aus irgendeinem Grund nochmal ausgegraben wurde. Mit diesem Lied von Janet Jackson und der Resonanzfrequenz bei 5.400 Umdrehen pro Minute festplatten. Dann schreibt er, ja, Propofol macht so schummrig und man ist sofort weg. Wenn das zu schnell kommt, fühlt man sich, als würde man fallen. Been there, seitdem bestelle ich langsame Einleitung. Also kann man wahrscheinlich sagen, wenn man diese Erfahrung... Also bei mir war es sehr schnell. Also ich habe nicht mal den blöden Spruch zu Ende gebracht und war weg. Und das war trotzdem einfach so richtig... Also mein Satz war, oh geiles Zeug, Komma, dann kann man das Zeug nicht mal mehr an. Ja, aber wenn der, also ich fand es jetzt nicht unangenehm, diese Empfindung, aber wenn die, wenn da wirklich, wenn das vielleicht bei einem wirklich zu einem kurzen, zu einer kurzen unangenehmen Empfindung führt, bevor man dann weg ist und man kann das verhindern, indem die die Spritze vielleicht einen Tick langsamer drücken, kann man das ja bestellen. Dann der Hubschrauber, der auf dem Mars herumflog in Driniti, hatte am 11.07. seinen 29. von fünf Flügen absolviert. Also von fünfmal ursprünglich geplanten Flügen ist er jetzt schon meilenweit weiter. Also auch Distanz vielleicht auch, aber eben auch Anzahl der Flüge. Hätten die ja nie gedacht, dass das Ding so lange hält. Aber das scheint ja mit allem bei der NASA zu sein. Der eine Rover, der da schon seit Ewigkeiten rumfährt, das James-Webb-Teleskop, was deutlich länger jetzt da verharren kann, sofern es nicht vorher von irgendwelchen herumfliegenden Sachen püriert wird. Also die sind da offensichtlich immer sehr, sehr, sehr konservativ bei ihren Vorhersagen. Gut, dann hat Sven dann noch was geschrieben zu dieser Entlastungsdebatte. Das lese ich mal kurz vor. Bei der ganzen Entlastungsdebatte ist man dann auch einfach ganz schnell bei Lebensstilen angekommen. Mein Entwurf war bisher, meine monatlichen Kosten extrem gering zu halten. Kleine billige Wohnung, alter Kleinwagen mit geringem Verbrauch, der meistens steht, weil ich Fahrrad fahre. Keine Kinder, keine Schulden, die ich abbezahlen müsste. All das waren sehr bewusste Entscheidungen, die ich aus guten Gründen ganz genauso getroffen habe. Und dann darf ich mir anhören, was ich für ein Glück hätte, dass mich das ja alles nicht so hart trifft. Gerne von den gleichen Leuten, die mir als nächstes erzählen, wie dumm ich denn wäre, kein Wohneigentum zu finanzieren und kein neues Auto, in Klammern auf Pump, zu fahren. Ich zahle dann also die finanzielle Risikoentscheidung der kapitalismusverliebten Mittelschicht, die ihre Träume auf Pump finanziert. Und dann, ganz ganz arm dran, in 120 Quadratmeter sitzt und heult, weil sie sich die gestiegenen Kosten nicht mehr leisten können. Tragisch. Dafür mache ich doch gerne die Taschen auf. Ich füge da mal Hashtag Ironie dazu, aber das sollte eigentlich klar sein. Ja, klar. Also hatten wir ja auch so, dass ich sagte, ja, wenn Leute dann eben zweimal im Jahr in Urlaub fliegen und dann knapp bei Kasse sind, unterm Strich, ja, dann ist das halt auch ein Lebensstil, den man vielleicht dann anpassen muss, ohne zu jammern. Und andere müssen ihren Lebensstil vielleicht nicht anpassen. Also ich sehe im Moment für mich persönlich keine Probleme. Ich finde es ja eher ungerecht, wie es im Moment läuft, aber da kommen wir ja noch drauf. So, da sind wir hier. Ich muss immer zwischen Taps hin und her wechseln, das bin ich nicht gewohnt. So, TikTok 2. Wir hatten die Meldung, dass Meta in Form von Facebook-App und Instagram-App, dass die In-App-Browser, dass die nicht einfach die Engine benutzen, die das, ja, jeweilige Smartphone-Betriebssystem hergibt, sondern dass die da ihren eigenen Browser reinklöppeln, damit sie da noch irgendwelche Schweinkram machen können, im Sinne von Code Injection und all so ein Kram. Stellt sich raus, die TikTok-App macht das genauso. Wenig überraschend. Also deren In-App-Browser hat auch Code, macht da auch JavaScript in den Webseiten-Code rein, sodass die sogar Tasten, ja, Tastendrücke sozusagen, also damit auch sogar Passworteingaben oder so mitkriegen. Sie sagen natürlich, ja, ja, nee, natürlich, also nee, das interessiert uns gar nicht, welche Passwörter sie eingeben. Aber, ja, ne, ist natürlich so eine Sache. Dann hatten wir letztes Mal das Thema AB in Bef. AB, habe ich gelernt, steht ja für Anhäuser Busch, ne, diese Brauerei. Ach so, Bier. Bier her, Bier hin. Ich finde das interessant, so manchmal schaffen es tatsächlich, oder was heißt schaffen es, Themen, die wir bei Blathering haben, kommen dann teilweise, gut, wenn es ein paar Tage sind, manchmal aber sogar eine Woche oder anderthalb, wenn die dann woanders auftauchen, denke ich immer, ne, you heard it here first. Bei der Wochendämmerung, klar, die haben ja einen anderen Senderhythmus als wir. Die hatten auch das Thema mit, dass die eben in Russland weiter produzieren wollen. Und die haben ja einen sendungsinternen Faktencheck. Die nehmen die Sendung auf, geben sie dann jemanden, die haben sie glaube ich, Vor der Veröffentlichung. Vor der Veröffentlichung geben sie das, ich kann mich jetzt namentlich an eine Faktencheckerin und einen Faktenchecker erinnern. Die haben dann sozusagen zwei Stunden Zeit, was wenig ist, weil die Sendung meistens schon eine Stunde ist und sie hören die Sendung dann durch und gucken dann nochmal so ein paar Sachen nach. Und dann hatte der Faktenchecker nämlich gesagt, ja, nee, also die haben sich doch schon, auch diese Brauerei hat sich zurückgezogen. So. Und ich so, aber der Artikel, den ich gesehen hatte, der war doch brandaktuell und so weiter und so fort. Und dann habe ich nochmal was gesucht, habe nochmal einen Artikel bei der Süddeutschen gefunden, die wirklich auch sagte, dass AB Enbev wirklich nun vor Ort produziert. Also, dass da wirklich nicht der alte Zustand beibehalten wird, sondern sogar einen Schritt in Richtung Russland hingemacht wird. Hab das dann, die Wochendämmerung twittert ja auch immer, wenn sie eine Folge veröffentlicht, hab dann gesagt, ich widerspreche eurem Faktenchecker nur ungern, aber dieser Artikel klingt nun wirklich so. Und er hat dann da geschrieben, bitte gern widersprechen, habe auch noch Meldungen dazu gefunden. Mein Eindruck ist, hier wird gerade hinter den Kulissen gerungen und die Wahrheit liegt in der Mitte. Weil er hat dann noch wieder einen anderen Artikel gefunden. Also das scheint so, vielleicht dringen die tatsächlich gerade damit sich, was sie nun machen und dann dringt mal die eine Info an die Öffentlichkeit, dann die andere Info und das führt dann zu so einer komischen Gemengelage. Dann gibt es was Neues vom Schienenersatzverkehr wegen der Elbbrückentunnel-Geschichte. Da gibt es jetzt noch zusätzlichen Ersatzverkehr durch Moja. Also dass Moja da irgendwie hin und her pendelt, was ja ganz spannend ist. Ja gut, da passen ja auch sechs Leute so rein, aber das ist nicht so die Menge. Ja, interessant ist nur, der Hobbyquerschnitt hat dann gleich sich erlaubt, da zu sagen, oh super, ÖPNV ist doch eigentlich barrierefrei, dann ist Moja jetzt plötzlich auch barrierefrei. Spoiler natürlich nicht. Aber ich glaube, ich habe es auch gesehen, dass Moja sagt, ich weiß nicht, ob es ein alt ist oder ein Schutzohr, sie wären dabei auch das Thema anzugehen, was immer das auch konkret heißen mag. Ja, stelle ich mir schwierig vor, weil ihre Fahrzeuge so von der Konstruktion. Ja gut, aber ich vermute mal, dass solche Fahrzeuge ja auch nicht darauf ausgelegt sind, dass sie 20 Jahre rumfahren. In dem Bereich wirst du wahrscheinlich relativ frühzeitig dann die Flotte irgendwann mal austauschen. Vielleicht ist das ja dann auch irgendwann in nicht zu ferner Zukunft mal angesagt. Du meinst, dass das Nachfolgemodell dann... Ja, also das ist natürlich komplett geraten und Brauchgefühl mit einer Prise Hoffnung und kein bisschen Wissen, aber das könnte ja sein. Gut, und als letztes habe ich in den Faktenchecks Lügen will gelernt sein. Wir hatten ja hier Trump-Durchsuchung und er hat ja hinterher sich, da hatte man jetzt schon den Eindruck, er redet sich um Kopf und Kragen, weil er sagte mal dies, ach Quatsch, ich habe keine Dokumente. Und dann sagte er wieder, ich habe Dokumente, aber die waren ja alle freigegeben. Ich habe sie selber entsecured sozusagen. Und dieses ganze Hin und Her, das könnte ihn jetzt zum Verhängnis werden, weil er ja quasi mit dieser Aussage, ja die Dokumente, die ich da hatte, die waren ja gar nicht mehr top secret, die habe ich ja end top secret. Diese Aussage könnte wirklich jetzt fatal für ihn werden, weil er damit ja eigentlich zugegeben hat, dass er diese Dokumente hatte. Also wäre er bei seinem Standpunkt geblieben, ich hatte diese Dokumente nicht, die sind mir untergejubelt worden. Gut wäre wahrscheinlich auch... Ich glaube generell, also egal wer, wenn da kommst du... Also ich will mal annehmen, da kommst du nicht mehr durch, wenn du sagst, die Polizei hat mir das untergejubelt, oder in dem Fall sogar das FBI. Naja, du weißt ja, seine Anhänger... Klar, seine Anhänger, bei denen ist das vielleicht natürlich dann schwierig, das zu argumentieren. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt vorbei, ja. Ja, also das ist halt der Punkt, ne, er gibt im Grunde zu, dass er wusste, dass er sie hatte. Er hätte ja auch sagen können, ja, hat einer meiner Mitarbeiter wohl mitgenommen, ich wusste gar nicht, dass die bei mir sind. Aber nein, er hat gesagt, ich wusste, dass die Dokumente da sind. Ist ja nicht schlimm, weil... Und ich wusste, dass sie eigentlich Secret waren, das kommt noch zu. Ja, ja, also das, ja, wird spannend, ob inwiefern ihm das vielleicht zum Verhängnis wird. Gut, Politik, Gesellschaft, Social Media. Und dann habe ich jetzt, nachdem wir letztens mal so ein Ausschweifnis, worüber wir nicht reden, habe ich ein ganz kurzes, knackiges, worüber wir nicht reden, dieses Mal. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass Baden-Württemberg ist ja so, da kam ja schon die ganze Querdenken-Bewegung, kam ja so aus Stuttgart und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich auch bekannt, dass da so die Homöopathie-Hochburg ist, in der Ecke von Deutschland. Was dann dazu führte, dass die Chefin der Grünen in Baden-Württemberg sich ja jetzt irgendwie geäußert hat, so, ja, nee, Homöopathie ist doch nichts Schlimmes und sollte man die Leute doch machen lassen. Und also so total verharmlosend hat die sich geäußert. Und das führt natürlich zu der entsprechenden Aufregung, über die wir aber nicht reden. Stattdessen, bevor wir zur Ukraine kommen, reden wir über das, über das jeder und sein Hund gesprochen haben. Nur damit wir es auch mal getan haben, wir reden über Winnetou. Ja, fertig. Danke. Nein, also, was ich interessant finde, ich glaube, 80 Prozent der Leute, die sich jetzt noch an der Diskussion beteiligen, haben den Anfang komplett nicht mitbekommen. Und das finde ich so interessant, dass eben, da kam heute eben ein Artikel, der nochmal guckt, Moment, worum ging es eigentlich? Worum ging es eigentlich? Worüber reden wir? Es geht ja um diesen Kinderfilm. Das war ja der Auslöser. Ein Kinderfilm, der, wenn nicht dieser ganze Aufregung, der wäre im Kino gelaufen und wäre nach zwei Wochen wahrscheinlich rausgewiesen, weil der Film soll, kann schlecht sein, also selbst vielleicht für, also dass selbst der bei Kindern nicht gut ankommt. Und eigentlich sind sich da auch fast alle einig, dass dieser Film echt meh ist, weil, also das ist so, ich glaube, fast jeder wird sich heute überlegen, ob er sein Kind noch in typisch Cowboy- und Indianerdress zum Fasching schickt, weil das ist mittlerweile eingekommen, dass das irgendwie blöd ist. Gleich hinter Blackfacing, so. Und dann einen ganzen Film, einen Kinderfilm zu machen, wo dieses Klischee rauf und runter geritten wird. Okay. Aber wie gesagt, der Film, wenn diese Aufregung, also, und dann geht's, und dann war ja das... Und dann war plötzlich die ARD schuld, die irgendwie vor zwei Jahren... Die Lizenz nicht verlängert. Also jetzt, jetzt quasi vor zwei Jahren. Ja. Nee, und dann, wie das alles abgedriftet ist, das ist... Und man fragt sich ja bei... Gut, bei einigen Sachen ist man sich klar, okay, das Bild und Springer und so, das Ding hochkochen, okay. Das ist klar. Das ist klar. Und, ähm, ging ja so weit, dass dann irgendwie in der Bild stand, dass irgendwelche Politiker, SPD-Politiker fordern, es muss einen Winnetou-Gipfel im Kanzleramt geben. Wo du dann denkst so... Alter. Alter. Die Witwe kam ja auch zu... Das ist dann auch geil, dann suchen sie so lange, bis sie irgendeinen Native American finden, der sagt, ach, ich find das alles gar nicht schlimm. Zack, ist dann für die... Ja, ja. Ja, seht ihr, dann können wir doch weiter unsere Kinder rot anmalen oder so, ne. Wirst du natürlich immer jemanden finden. Das ist genauso wie bei der Diskussion, ist behindert ein Schimpfwort. Wirst du immer irgendwelche Leute finden, die, sag ich mal, die in die Kategorie behinderte Person fällt und die sagen, nö, also mir macht das... Genauso wie du immer einen homosexuellen Menschen finden wirst, der sagen wird, ja, nee, also ich empfinde schwul nicht als Beleidigung. Schön für dich, aber wenn der andere das als Beleidigung meint, dann ist es eine Beleidigung. Es gibt auch Schwarze, die sagen, Blackfacing ist in Ordnung. Das ist aber dann... Ja, Tima findet immer ein oder eine, die dann auch ernsthaft damit einfach... Verstanden ist, aber deswegen ist das ja... Das ist ja kein Persilschein. Das macht ja keinen Ablass. Ja, nur was ich mich dann eben frage, wie gesagt, das Bild und Springer so dann das Ding kochen, aber ich frage mich dann halt, ob Markus Söder wirklich so bescheuert ist, ob der das aus ist. Also wie gesagt, Bildspringer, Kalkül. Söder, Kalkül oder Blödheit? Kalkül, natürlich Wahlkampf. Hallo, wie gesagt, ich habe das ja schon... Der ist ja... Das ist noch ein bisschen hin in Bayern, aber trotzdem, den geht der der Arsch richtig auf Grundeis mit ihrer Energiepolitik. Die nehmen natürlich jedes Thema mit, was irgendwie zu was anderem führt, als dass Leute mal hingucken, was sie da gemacht haben. Der hat jetzt im Sommerinterview gesagt, ja, nee, also Bayern, top erneuerbare Energien. Wir bauen tausend Windräder. Hat jemand aufgelistet, was der in den letzten Jahren immer gesagt hat, wie viel Windräder sie bauen. Das werden immer mehr. Und gebaut haben sie 25 in den letzten Jahren. Aber die Aus, was er in Aussicht stellt, die Zahl wird immer größer. Also Söder war ja konkret auf diese Geschichte mit ARD verbietet Winnetou-Filme, was eben nicht stimmte, weil sie einfach die Lizenzen nicht verlängert haben, weil sie sagen, wir können das Geld... Und wie gesagt, schon vor zwei Jahren nicht. Ja. Also auch keine Reaktion. Das wurde versucht zu konstruieren. Selbst in den Kommentaren so, ja, jetzt sagt ihr das, wir legen an die Lizenzen so, hallo, vor zwei Jahren. Ja. Es gab dann eben auch ruhige und sachliche Äußerungen der Nils Bucke. Ich fand den Artikel von, was ist denn das gewesen? Ich muss gestehen, ich kannte, das ist natürlich immer schwierig, wenn man die Quelle eigentlich nicht mal kennt, aber er behauptet ja nichts Falsches. Von Skombler, der erfundene Winnetou-Shitstorm. Chronologie eines Medienversagens fand ich tatsächlich inhaltlich sehr gut geschrieben und eben auch, und auch gerade noch dieses. Entweder wissen sie es nicht besser oder sie machen es aus Kalkül. Ja. Und das, wo es doch nun wirklich genug wichtige Sachen gibt, also wenn jetzt, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich so ein klassisches Sommerloch wäre, wenn wir nicht gerade an mehreren Abgründen gleichzeitig stehen würden, sondern so ein, weiß ich nicht, wann hatten wir immer so ein ganz stinklangweiliges Jahr, so ohne WM und ohne alles, wenn da im Sommerloch dann mal so eine Diskussion geführt wird. Okay, viel Spaß damit. Aber jetzt? Ernsthaft? Ja. Ja, das ist ja, also ich dachte, das stimmt, das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendein Scheiß hochgekocht wird und sich alle überunterhalten. so über ein, zwei Wochen Maximum. Ja. Wo das auch maximal eskaliert in alle Richtungen und dann kommt das nächste, die nächste, keine Ahnung, hat jemand einen falschen Fisch gegessen und dann ist das eben ein Thema. Ja. Ich hatte gedacht, als es losging, da reden wir jetzt zwei, drei Tage, dann ist das Thema durch, aber dann wurde nochmal unten noch eine Schippe drauf und dann war man bei Karl May und dann hier der Kretschmer, der sich damals von Höckes Gesöcke hat mitwählen lassen, hat sich dann ja da auf eine Bank gesetzt und das Buch gelesen. Sigmar Gabriel, dessen Meinung auch eigentlich keine Sau interessiert, fängt auch an. Ich lasse mir meinen, es ging nicht um Karl May. Nee. Ja sowieso, es geht, ich glaube generell, es geht darum, dass alte, leider ist es so alte weiße Männer in der Regel, die eigentlich nicht mehr relevant sind, eine Chance kriegen, wieder was zu sagen. Ja. Ich bin dagegen und das reicht. Das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ja und damit kriegen sie aber eben auch die Plattform wieder auf Bild. Ja. Und die nutzen sie natürlich auch. Ich glaube, du kannst Sigmar Gabriel mit dem Mikro hinlegen und sagen, die Linke hat verlangt, alle Eichhörnchen zu schlachten. Da würde er sofort drauf anspringen und würde auch gar nicht hinterfragen, ob das stimmt. Ja. Hauptsache, er kann dann auch wieder mal in die Kamera schauen. Ja. Naja, und also, der Nils Buckelberg sagte eben auch, ja, Karl May, das hat er als Kind und der ist ja so ungefähr unser, mehr dein als mein Alter, die hat man eigentlich nicht gelesen, weil die waren schrecklich zu lesen. Ich habe wirklich mal versucht, ein Karl-May-Buch, so ein richtig, richtig echtes Karl-May-Buch zu lesen. Das ist... Ja, wir hatten die auch. Ich glaube, da waren diese komische Bücherklub, wo es auch diese riesen Ernst zu Klipodien von gab. Da gab es natürlich auch Karl May bei. Ja, das ist ein großer Felser, das stimmt schon. Ja, und das... Also das sind vor allem keine Kinderromane. Also nicht für die Altersgruppe geeignet, also von der Spannung her alleine schon nicht. Nee, weil da wird seitenweise Landschaft beschrieben, das Outfit erinnere ich noch, da wurde dann irgendeiner beschrieben, sein Outfit bis in das letzte Metallverzierungsteilchen an seinem Gürtel und wenn ich mich richtig erinnere, dann wurde da auch sehr, sehr, sehr detailliert und bildhaft beschrieben, wie, ich glaube, zwei oder drei Typen zu Tode gematert wurden am Marterfall. Sehr interessant, mit sehr interessanter Beschreibung der verwendeten Techniken. Also inklusive, die wurden da mit Lederschnüren an den Marterfall gefesselt, mit Nassen, die dann im Laufe der Zeit und in der Sonne sich beim Trocknen zusammenzogen und immer tiefer ins Fleisch schnitten und solchen leckeren Sachen. Das ist das nicht gerade unbedingt vielleicht kinderkompatible Literatur ist. Naja, egal. Egal, egal, egal. Dann aber so ein ähnlicher Aufreger, den machen wir auch noch kurz, wenn ich in eine Kapitelmarke gesetzt habe. Maskenpflicht nicht. Die Fotos. Achso, das habe ich tatsächlich auch hinter mir gekriegt. Heute auch nur so am Rande, von wegen, es gibt jetzt wieder Maskenpflicht im Flieger. Ich hatte vorher gar nichts mitgekriegt, dass es da vorher einen Aufschrei gab oder überhaupt eine Diskussion. Ja. Ich habe quasi wie so oft erst die Auflösung wieder mitgekriegt. Ja, also es kam eben, oh Gott, die sitzen da, sind im Flieger und haben alle keine Maske auf, aber im Passagierflugzeug, da muss man Maske tragen, das geht ja gar nicht. Der Alexander von Graf, von irgendwas, Lamsdorf sagte gleich, ja, dann müssen wir in den Passagierflügen auch die Maskenpflicht aufheben. Typisch. Wird das nicht längst? Nee, in Fliegern, ich glaube, von und nach Deutschland ist, also, ne, zivile Luftfahrt ist Maskenpflicht. Ach so, ich erinnere mich nur, gut, da war es in den USA oder so, ne, ich erinnere mich an diese Videos, wo so, juhu, wir brauchen alle keine Maske mehr tragen, reißt eure Maske runter, irgendwie in irgendeinem Flieger, weil ich, ich fliege ja nicht, deswegen weiß ich das nicht. Ja, und dann kam irgendwann die Meldung, ja, aber, also erstmal ist das natürlich was anderes, ich sage mal, so ein bisschen, so ein Regierungsflieger ist ja so ein bisschen wie Podstock, also, das sind Leute, die kennen sich nicht unbedingt, kennt sich nicht, kennt nicht jeder jeden, aber das ist ja irgendwie so eine ganz bestimmte Personengruppe. Ich vermute, die auch so oder so unabhängig immer die gleichen auch so zusammenarbeiten. Ja, und von den Piloten, erstmal abgesehen von der Pilotin. Ja, und die natürlich auch vielleicht ein gewisses Mindset haben und so. Und dann kam ja raus, ja, ja, und es ist auf Vorschriften PCR-Test nicht älter als 24 Stunden. Ja, hallo, dann ist das ja eine ganz andere Situation, dass die vielleicht trotzdem Maske tragen könnten, sollten und so weiter. Ist ja okay, aber, und ich dachte mir, Moment, Moment, da war doch was, da war doch was. Und dann fielen mir die Geschichte ein, Scholz und sein Pullover. Erinnerst du dich noch? Ja. Ja. Da sehe ich das Foto, Scholz, Pullover, und da hatte er ja auch keine Maske auf. Habe ich gegoogelt, habe einen Artikel gefunden, der damals sich mit dem Pulloverthema beschäftigte, da siehst du ihn aber, und du siehst drumherum andere Leute, und die haben alle eine Maske auf. Da dachte ich schon, oh, ist ja interessant, da haben die anderen Maske auf. Dann fiel mir aber auch auf, Moment, der Flieger, der hat Monitore in jedem Kopfteil und an der Wand, und das sieht mir nicht nach einem Bundeswehrflieger aus. Dann kommt aber weiter unten ein Bild, das war vom Oktober 2021, da sehen die Sitze nicht so high-techy aus, und da steht auch in der Bildbeschreibung, dass das in einem Flieger der Flugbereitschaft ist, alle ohne Maske. Also du hättest im Oktober 2021 mit diesem Foto eigentlich genauso einen Aufschrei machen können wie heute. Du siehst Scholz und um ihn herum zwei, vier, sechs, acht, zehn JournalistInnen, alle ohne Maske. Und ich glaube, zeitlich lag das nicht so weit auseinander von seinem Pulloverfoto. Nur ich habe wirklich das Gefühl, das liegt halt daran, zivile Maschine oder Luftwaffe, also Flugbereitschaft. Und die haben halt ihre Regeln mit dem PCR-Test. Und heute kam halt die Meldung, dass Scholz gesagt hat, okay Leute, machen wir ab jetzt mal wieder Maskenpflicht auch bei der Flugbereitschaft. Schadet ja nichts. Ja, das ist schlau, was man machen konnte, weil sonst geht die Diskussion monatelang weiter und so. Klar, da gibt es auch wieder Diskussionen wahrscheinlich drüber, aber so ist es dann wahrscheinlich relativ schnell wieder raus, erst mal das Thema. Gut, kommen wir zur Ukraine. Da gab es einmal eine Meldung, dass irgendwie das Taiwan, ausgerechnet Taiwan, die ja selber mit China im Nacken und so weiter, die sollen jetzt angeblich Drohnen liefern, wo ein Mörser drunter sitzt. Also an die Ukraine wahrscheinlich. An die Ukraine, ja, an die Ukraine. Also das ist, sieht auch gruselig aus, das Ding. Das ist, ja, also eine Drohne. Aber gerade wo du das ausgerechnet hast, vielleicht macht es da auch Sinn. So als kein Wink mit dem Zaun fahren, wir sind nicht so ganz. Ganz wertlos, ja. Also es kostet euch was, ja. Ja, also das ist dann sozusagen die professionelle Form von dem, was die Ukraine so selbst gebastelt macht, mit ihren DJI, wo dann irgendwie eine Granate fallen gelassen wird, sondern das ist tatsächlich so ein, ja, sieht so aus, dass da 60 Millimeter Mörsergranaten, acht Stück, packst du da rein, fliegst hoch und dann wirft er die über einem Ziel ab. Das fand ich schon, ja, ist quasi die professionelle Version von dem, was die Ukraine da selber schon macht. Ja, dann haben die USA jetzt nochmal, ich glaube, das war so, genau, das war um diesen 24. August rum, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, haben die USA nochmal richtig einen Fass aufgemacht und haben nochmal gesagt, wir legen nochmal drei Milliarden Dollar auf den Tisch in verschiedenster Form, also Waffen, Ausbildung und so weiter und so fort. Das war natürlich auch nochmal ein Knaller. Ja, Carlo Massala hat hier irgendwie gesagt, nach sechs Monaten Krieg kann man ja auch schon mal so eine Zwischenbilanz ziehen. Der hat gesagt, wären früher schwere Waffen in das Gebiet gelangt, hätten die Russen nicht solche Erfolge erzielt. EU und NATO waren zu zögerlich. Da habe ich jetzt mehrere Artikel gelesen, die eigentlich alle so sagen, ja, also die westlichen Staaten, jetzt mal so Briten, Amerikaner und so außen vor, die haben wirklich gedacht, oh Gott, jetzt greifen die Russen an, in kürzester Zeit ist die Ukraine erobert, da kann man nichts machen. Und erst so nach und nach und nach haben sie gesehen, oh Mensch, die Ukrainer wehren sich ja und die wehren sich ja erfolgreich und die drängen ja die Russen halbwegs sogar zurück. Und da sagen jetzt viele Militärexperten, das muss jetzt eigentlich das Signal sein, zu sagen, so, dann liefert denen jetzt weiter Waffen, vielleicht dann auch mal die berühmten schweren Waffen. Weil das habe ich auch in irgendeinem Kontext gehört, dass eben das, was Olaf Scholz sagt, in Absprache mit unseren Verbündeten liefern wir keine schweren Waffen. Ja, also bis auf die Ausnahmen, die Deutschland selber schon gemacht hat, ist es halt so. Es hat dann einer gesagt, ja, die Franzosen liefern ja auch nicht, hier den Namen des französischen großen Panzers einfügen, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also der hat richtig so aufgezählt, die liefern nicht den und wir liefern nicht den Leopard und die liefern nicht den. Ja, also so Kampfpanzer, Panzerhaubitzen gelten ja eben als Artillerie wahrscheinlich irgendwie anders. Naja. Ach so, und dann plötzlich tauchen Bilder auf von Gepardpanzern in der Ukraine. Wo man dachte, ja, das wird ja wahrscheinlich auch wieder Ewigkeiten dauern. Also es tauchten auf erste kurze Clips und dann hieß es irgendwie, ja, da wären drei Stück angekommen, was natürlich nicht so umwerfend ist. Und fast zeitgleich kam dann dieses, die Meldung, wo sich Scholz in Puttloss, war das glaube ich, selber mit so einem Panzer hingestellt hat, mit so einem Gepardpanzer, weil dort die Ausbildung gemacht wird. Und da hieß es, ja, die Hälfte von den 30 sind schon geliefert. Wo ich dachte so, ach, das ist jetzt ja, also, ne. Genau, ja, hier hat er selber getwittert, wir liefern 30, die Hälfte ist schon da. Okay, das ist spannend. So nach dem Motto, da wird immer gemeckert nach dem Motto, Deutschland verspricht immer nur und macht nichts, ja, sie machen schon auch, ist vielleicht taktisch klüger, dann eben hinterher, das ist jetzt so halb Ei, halb Gack, aber, ja. Ja, dann geht der Stress weiter mit dem Atomkraftwerk, Chapurichia, ich habe es hier auf Englisch stehen, das kann ich gar nicht aussprechen, das stehen nämlich lauter Zs, wo bei uns S stehen. Da gab es ja auch wieder einen Zwischenfall, dass das zwischendurch irgendwie vom Netz abgekoppelt wurde, dann von außen mit Strom versorgt werden musste, weil es sich selber wohl nicht mehr mit Strom versorgen konnte, um die ganzen Kühlungs und so weiter. Da wurden dann auch schon wieder Horrorszenarien ausgemalt, das ist dann ja wieder gut gegangen, es wird ja vermutet, dass Russland das Ding irgendwie umpolen will, was heißt umpolen will, also abklemmen will vom ukrainischen Netz und quasi ans russischen Netz. Ein Längungskabel dran quasi. Ja, irgendwie so nach dem Motto, wir nehmen denen den Strom, den sie selber gebrauchen und vielleicht selber auch exportieren können und vereinnahmen den für uns selber. Da kommt aber nachher nochmal ein Punkt. Dann habe ich hier mit reingeschmissen, ein Video, wo in Lettland ein sowjetisches Denkmal abgebaut, also gesprengt wurde. Da habe ich nämlich auch gehört, dass gerade die baltischen Staaten jetzt dabei sind, tatsächlich mal die ganzen Überreste der Sowjetzeit, die es noch gibt, wie solche Denkmäler, dass sie haben jetzt sozusagen das zum Anlass genommen, den Ukraine-Krieg da zu sagen, so, jetzt machen wir das alles mal platt. Wir beseitigen mal die ganzen Spuren sowjetischer Herrschaft auch in unseren Ländern. Ja, dann ging es nochmal um, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, mit denen, das, doch hatten wir schon mal, dass Russland offensichtlich Gas verbrennt, dass plötzlich irgendwo Flammen aufgetaucht sind, wo sonst keine sind. Das wurde an irgendeiner Stelle, ich glaube, das war auch ein Faktencheck. Ja, es ist ja immer so, im Rahmen von Erdölförderung, Förderung fällt ja auch, Gas an, was man nicht gebrauchen kann, das fackelt man auch ab. Aber es wurde ja wirklich gesagt, dass das zugenommen hat, dass sogar in der Nähe der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 große Mengen Erdgas wohl verbrannt werden, was natürlich wirklich ironisch ist, nach dem Motto, bei uns fällt da so irgendwie ein Kubikmeter pro Tag aus der Leitung und am anderen Ende der Leitung verbrennen die das Erdgas. Und ja, also, dass wirklich man von Finnland aus die Flammen sehen und natürlich auf Satellitenaufnahmen. Es gibt ja irgendwie Satelliten, die sind spezialisiert auf, darauf Flammen zu erkennen, Feuer zu erkennen. F-I-R-S heißen die, glaube ich. Die werden oft so, wenn irgendwo eine Bombardierung war, dann tauchen hinterher immer die Bilder auf von diesen Satelliten, die eben auf Brände spezialisiert sind und sagen, ja, da brennt es, wo vorher was eingeschlagen ist, was ja nicht ungewöhnlich ist. Und die sehen halt auch diese Feuer, diese Flammen von dieser Erdgasverbrennung, die eben vorher nicht da waren. Also das ist eindeutig, dass das zugenommen hat. Es hat dann auch einer festgestellt, dass die eine Flamme, die sozusagen entdeckt wurde, neu entdeckt wurde, dass an einer bestimmten Stelle ein großes Feuer ist. Ach, Firms, nicht Firms, Firms heißt diese Satelliten, die Feuer detektieren. Und die ist genau da sozusagen angezündet worden an dem Tag, als Nord Stream 1 wieder mal reduziert wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau, dann gab es ja noch, nachdem, wie war das, die Handwerksinnung Halle-Saale-Kreis. Ach, ja. Ich ja gesagt habe, Kaninchenzüchterverein, denselben Spruch hat Heugit glaube ich auch gebracht mit Kaninchenzüchterverein, dass der den nächsten offenen Brief schreibt. Jetzt kamen ja irgendwelche SPD-Politiker. Ich glaube, die berühmtesten waren ehemalige Bremer Bürgermeister oder so. Genau. Und das war dann sofort, dass diese Steilvorlage hat dann sofort Norbert Röttgen benutzt, um das zu kritisieren, wo man dann denkt, ja, du hast... Röttgen ist jetzt auch Putin-Versteher? Nee, nee. Also der hat diese Forderung der SPD-Leute kritisiert und völlig verkennt, dass in den eigenen Reihen jemand wie Michael Kretschmer ist, wo ja auch in letzter Zeit immer betont wird, weil ja gesagt wird, ja, ja, das ist ja nur der Ministerpräsident von so einem Bundesland, und der ist nun mal eine Spezialisierung. Nee, der ist auch Vize-Vorsitzender der Bundes-CDU. Also was der sagt, hat eigentlich auch Gewicht für die Bundes-CDU. Das muss man auch... Das ist so wie Kubicki, du denkst ja auch mal, das ist einfach nur der macht, der im Zeitamt sitzt, aber der hat auch Posten. Ja, genau. Ja, und dann wird es wohl jetzt, also die Meldung ist so schön offenbar beschlossen. EU will die Visa-Vereinbarung mit Russland offenbar aussetzen. Also das wäre dann wohl de facto... Also generisch, nicht nur einzelne Personen, sondern... Nee, nee, generisch. Also war ja lange diskutiert, hin und her, und macht man damit irgendwelchen, sag ich mal, Oppositionellen, die das Land verlassen wollen, das Leben schwer. Es wird dann immer gesagt, naja, du kannst immer noch über Türkei, Georgien oder solche Länder... Ja, so in der Südentrag brauchst du ja kein Visa für. Also das ist ja eine völlig andere Geschichte. Und wenn du ins Mittelmeer einkommst, dann hast du ja auch kein Visa. Also das eine hat mit dem anderen, finde ich, nicht viel zu tun. Ja. Also hier in dem Artikel heißt es offenbar, es ist wohl noch nicht richtig fest zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber es manifestiert sich immer mehr, dass es wohl da was geben. Und wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal war das das Thema mit den Ganzen, dass man ja vielleicht damit auch die Ganzen trifft, die Enkel und Familien oder auch Politiker, Kinder, Enkel teilweise, die eben ein nettes Leben im kapitalistischen Europa leben, in irgendwelchen teuren Apartments und so und ja, während man zu Hause das System unterstützt oder Teil des Systems ist. Ja. Genau. Achso, ja, und dann ganz frische Meldung von heute Morgen oder heute? Ja, heute Morgen, dass jetzt, es war ja immer mit diesem Kernkraftwerk da, dass von der internationalen Atomaufsichtsbehörde mal Leute sich das vor Ort angucken. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was das dann bringt, aber egal. Aber es wurde... Einfach, dass man weiß, woran man ist, Darum geht es ja wahrscheinlich. Ja, es wurde ja auch gemeldet, dass da, was weiß ich, die Mitarbeiter terrorisiert oder sogar gefoltert werden und also, das ist wahrscheinlich der Horror im Moment, da zu arbeiten und, ja, da ist jetzt die Meldung gewesen, dass da tatsächlich ein Team unterwegs ist, sich das mal anzugucken. Und auch, ich glaube, gar nicht lange her, dass das Ukraine tatsächlich Jodtabletten geteilt hat. Ja. Und das ist dann... Also nicht, nicht, weil das neue Erkenntnis ist, sondern weil durch den Beschuss natürlich die Ängste nicht so unrecht wahrscheinlich, ja, da sind. Ja. Ja, und es kommt jetzt immer mehr so, der, die Wehrbeauftragte hat jetzt auch gesagt, Deutschland muss mehr tun, mehr liefern an Waffen und Gerät und notfalls eben auch aus Beständen der Bundeswehr und nicht immer sagen, ja, ja, das brauchen wir selber. Wofür? Warten wir darauf, dass die russische Armee dann vor unserer Grenze kommt und dann setzen wir unser Gerät ein. Tja. Und auch der, äh, Moment, 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 der, da, Nouripour, der war ja auch im Sommerinterview und hat auch gesagt, so in die Richtung Aussagen gemacht. Und das ist ein Grüner. Genau. Ja. Da hat Scholz heute eine Rede gehalten, die auch so ein bisschen, äh, sich auf die Ukraine bezieht, hat da gesagt, ja, wir unterstützen sie durch mehr Planung und Koordinierung, und dann Konzentration auf Artillerie und Luftverteidigung und das wird dann so hier gedeutet von Carlo Masala, dass er eben Marder, Fuchs und Leopard, Panzer, damit vielleicht schon so ein bisschen, schon wieder rausnimmt aus der Gleichung. Ne? Wenn er sagt, wir konzentrieren uns auf Artillerie und Luftverteidigung, das wäre dann Panzer, Hauptwitze und Gepard. Ne? Ne? Aber Marder, Fuchs und Leo ist, äh, ja, andere Abteilung. Mhm. Und es wäre selbst eben sowas wie ein Schützenpanzer Marder, wo man sagt, ja, der ist ja in erster Linie dazu da, Menschen geschützt zu transportieren, auch hätte man die schon früher geliefert, hätte das wahrscheinlich diverse Verluste auf ukrainischer Seite gemindert, weil da wohl auch viele irgendwie zu Schaden gekommen sind, weil sie in ungepanzerten Fahrzeugen, ja, sich irgendwo in gefährlichem Gelände bewegt haben. Dafür hast du Schützenpanzer, eigentlich. Ja, und die letzte Meldung ist dann ganz, äh, aktuell, dass wohl es doch jetzt noch, ne, es hieß ja zwischenzeitlich, dass mit dieser Gegenoffensive war wohl nur ein Bluff, aber, äh, es scheint jetzt wirklich so zu sein, dass, äh, die Ukraine Kersson zurückerobern will. Mhm. Ähm, sie haben ja da so Brücken, die in dem Gebiet wichtig sind, zum Teil zerstört und, also die russische Seite hat jetzt die Bevölkerung wohl aufgefordert, die Stadt zu evakuieren. Was ja schon mal ein Zeichen ist. Ob ihnen das gelingt, weiß keiner zu sagen, aber wenn es ihnen gelänge, wäre es wichtig, weil, ähm, wenn die russen Kersson wieder verlieren, äh, dann ist wohl auch die Gefahr gebannt, dass sie Odessa einnehmen. Ne, das ist sozusagen so eine Zwischentappe. Außerdem kontrolliert man von dort den Frischwasserzufluss für die Krim. Mhm. Also da könntest du vielleicht... Ja gut, klar, Krim ist ja direkt dran, ne? Ja. Naja, das ist schon alles ein äußerst wichtiges Gelände. Mhm. Oh, durch Zufall mal in den Chat geklickt, da ist es los, aber den Chat habe ich heute nun überhaupt nicht auf den Schirm. Ich habe, ich habe aufgepasst und Ordnungsschellen verteilt. Genau. Okay, ja, dann ist noch ein interessanter Aspekt mal durch meine Timeline geflattert, ähm, das jetzt sich herausstellt, dass bei dieser ganzen Geschichte, warum gerade Deutschland so abhängig ist von russischem Gas, dass das nicht nur eine politische Geschichte war, sondern dass auch McKinsey da wohl unheimlich Einfluss genommen haben. McKinsey ist ja diese, diese Berater Firma, Unternehmensberater. Achso, okay. Die haben, ne, also ich, es ist interessant, das ist so von Business Insider und Business Insider wird im Moment echt von, von jedem und jeder irgendwie, oh hier, guck mal, das haben die wieder rausgefunden, die waren ja auch, sag ich mal, hauptamtlich für die Enthüllung um die Frau Schlesinger verantwortlich, ist auch Springer. Ne? Aber im Moment, das ist so der Teil von Springer, der irgendwie Sachen veröffentlicht, die dann irgendwie auch unsere Bappel interessant und positiv findet, das und wieder überberichtet wird. Habe ich aber immer im Hinterkopf. Also wie gesagt, die haben wohl offensichtlich da unheimlich, ähm, ja, mitgewirkt bei dieser ganzen Entscheidung, sich so abhängig zu machen von russischem Gas. Ja, und wo wir gerade, ich hatte ja eben schon nochmal Schlesinger erwähnt, also da eskaliert es ja jetzt in alle Richtungen. Das ist natürlich, wenn du da einmal anfängst zu, zu kratzen und zu graben, jetzt, ähm, kommt ja irgendwie, äh, was war das eine, die Meldung, dass bei, ähm, beim NDR steht der Verdacht im Raum, dass, äh, sag ich mal, die, auf oberer redaktioneller Ebene dafür gesorgt wurde, dass, äh, sag ich mal, keine CDU-kritische Berichterstattung gemacht wird. Mhm. Na, an anderer Stelle wurde dann wieder auch, ich weiß jetzt nicht, bei, bei welchem Sender wurde gesagt, naja, der Fuhrpark hier ist aber auch ein bisschen überdimensioniert und, und, und. Das ist natürlich, wenn du erstmal anfängst, überall zu gucken und überall zu graben, ja, also das wird wahrscheinlich noch, äh, ein bisschen, ein bisschen weitergehen. Also ich finde das, glaube ich, gar nicht, ich finde das nicht falsch, wenn man mal guckt, was läuft da falsch in Bremen. Das Problem ist ja, dass man in der Regel nicht sachlich über diese Dinger diskutieren kann, sondern dass man natürlich dann sofort die, die, die von wegen gleich alle GZ abschaffen und, äh, ich sag das wollte jetzt mal bewusst, ähm, und, ne, dass man eben nicht sagt, okay, wir haben da Fehler, das muss, das muss auf jeden Fall Ordnung gebracht werden, sowas wie beim RBB darf nicht wieder passieren, ähm, sowas kann ja auch hilfreich sein, wenn man die entsprechenden, äh, Konsequenzen daraus zieht. Ja, und da vielleicht wirklich mal so ein, so ein Gesinnungswandel dann kommt, dass eben, so ein, Ja, und auch klare Regeln, dass man, man merkt, okay, es gibt Schlupflöcher oder es gibt Sachen, die sind nicht, äh, nicht reglementiert, genauso wie in, in der Politik, die, die Korruptionsregelungen, die viel zu, viel zu weich und lasch sind. Ja. Wenn man sagt, wir haben jetzt, wir müssen feste Regeln aufsetzen, dass sowas nicht mehr passieren kann, dann wäre es eine Verbesserung. Also ich glaube, eine, eine Forderung, äh, die ich öfter gelesen habe, ist halt, dass der, ich glaube, das ist der Verwaltungsrat, dass, das ist nämlich, glaube ich, die Instanz, die eigentlich das so ein bisschen kontrollieren soll, dass da eben nicht irgendwie Sachen eskalieren, dass die, glaube ich, so ressourcenmäßig einfach zu schlecht ausgestattet sind. Das scheint so ein Weg zu sein, dass man sagt, ja, dann muss dieser Verwaltungsrat besser ausgestattet werden, damit er seine Arbeit besser machen kann, damit eben solche Missstände intern entdeckt und, äh, dargestellt werden und nicht ausgerechnet Business Insider ist dann. Ja, und natürlich, was auch ein Problem ist, generell finde ich, dass die Politik, der doch, also, trotz aller Ferne natürlich, äh, ihre Aufsichtsratspositionen, ja, je nach Bundesland, eben auch entsprechenden Einfluss haben, ne? Ja. Das müsste man eigentlich auch mal anders angehen. Ja. Ja, weil, wohin das führen kann, das ziehe ich jetzt mal kurz vor, sieht man nämlich gerade sehr schön in Großbritannien, ähm, da gibt es ja die BBC, die hat, schon, glaube ich, könnte man auch sagen, so ein bisschen was, wie, wie öffentlich-rechtlich ist. Ja, also, ich glaube, das ist so sehr, eigentlich sogar, dass, äh, die Blaupause wäre weniger, ne? Ja, aber da hat ja jetzt, ähm, eine ehemalige Mitarbeiterin, hat eine Rede gehalten, wo sie, ja, mal so, äh, ja, ich nenne es mal so, ausgepackt hat, was aus ihrer Sicht bei der BBC alles falsch läuft und schon seit ein paar Jahren, ähm, dass eben dieses, ja, dieses, äh, false balance, äh, dass also wirklich zu jedem Thema auf Teufel komm raus, jemand gesucht wird, der die Gegenmeinung vertritt und der dann eben gleichwertig mit der anderen Meinung dargestellt wird, ne? dass das eben, äh, ja, dass der Sender so sich an diesem Neutralitätsgrundsatz so verbeißt, was aber dann eben zu solchen Sachen führt und dass eben auch tatsächlich, die haben wohl auch sowas wie ein, wie ein Rundfunkrat, äh, dass da eben Leute sitzen und Einfluss haben, die eindeutige, äh, ja, Interessen haben und eher rechte Interessen haben und dafür sorgen, dass eben, äh, andere Meinungen gar nicht so, ja, so präsent sind bei der BBC. Ja, und es wird ja auch lange schon versucht, dem BBC quasi loszuwerden, ne? Von Johnson und Co. Ja. Oder noch dazu. Ne? Und sie hat eben, sie hat auch mal irgendwie über, äh, Dominic Cummings, äh, was gesagt in einer Sendung, der hat eben, äh, gegen Lockdown-Regeln verstoßen, ne? Also der ist privat quer durch Halbengland gefahren und das kam dann eben raus und, und, sie hat das eigentlich gesagt, Dominic Cummings hat die Regeln gebrochen, das Land kann das sehen und ist schockiert, dass die Regierung das offenbar nicht, nicht kann. Ach so, also, das nicht sehen, nein, nicht sehen kann, so, darauf bezog sich das nicht, also, das Land kann das sehen und ist schockiert, dass sie das auch, da ist dann gleich am nächsten Morgen kam dann, äh, irgendwie von oben von der BBC eine Entschuldigung dafür. So nach dem Motto, ja, weil nicht das ganze Land sei empört gewesen. Okay, ja, natürlich, die Anhänger der Tories und von Dominic Cummings, obwohl das war ja nur ein Fakt, also, dass der gegen die Regeln, also, weißt du, das ist dann ja auch Neutralität bis zur Schmerzgrenze. Hm. Und, ja, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht mit der, ja, weil irgendwie in Frankreich, gut, das, da wird jetzt irgendwie der, die haben auch so was wie einen Rundfunkbeitrag, der soll jetzt abgeschafft werden, das wird dann auch so gedeutet, als wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder Medien abgeschafft werden, dem ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht so, es geht nur um die Finanzierung, da kann man ja halt auch drüber. Ja gut, das ist es, aber das ist ja auch so, wenn bei uns plötzlich der Rundfunkbeitrag nicht mehr wäre, dann, das ist ja was, das was mit BBC auch versuchen, wenn das Geld weg ist, das, ja, gut, wenn du dann anderweitig die Finanzierung sicherstellst. Ja, das ist ja nicht so einfach, du kannst ja nicht so einfach, jetzt machen wir alles voller Werbung und so ein Scheiß, ist es natürlich dann auch, dann ist es ein anderes Programm, weil dann müssen sie auf die Quote achten, können das nicht mehr, ähm, ne, unabhängig agieren. Ja, dann gibt es ja auch immer noch das Thema Corona, da gab es jetzt wieder so ein bisschen gute Nachrichten, ähm, die neuen Impfstoffe, gut, jetzt hat Moderna wieder, äh, BioNTech wegen Impf, äh, wegen Patentverletzung, das nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, aber es kommen jetzt eben wohl, sowohl von Moderna als auch von BioNTech, also die einen haben, deswegen, die haben jetzt Monovalente und Bivalente und zwar, es gibt einen Monovalenten, der, äh, ist nur, in Anführungszeichen, gegen BA1, dann gibt es einen Bivalenten, der ist gegen BA1 und den Wuhan-Stamm, wo ich denke so, also, Ed Kompott würde jetzt sagen, was soll das denn, Wuhan ist doch durch, also, der Wuhan-Stamm, mhm, und sie haben noch einen Impfstoff gegen BA4 und BA5, also auch gegen zwei Sachen, deswegen Bivalent, genau wie der davor, und wenn ich jetzt, wenn jetzt einer sagen würde, hier, äh, Rosso Jalloblu, was hättest du denn gerne, dann würde ich natürlich sofort sagen, ja, BA4, BA5, was soll ich mit BA1 oder Wuhan-Stamm, die sind ja laut, äh, sag ich mal, äh, deren Anteil ist doch, äh, mittlerweile fast vernachlässigbar, mhm, wenn verdrängt, ja, oder wurden, je nachdem, ja, also wie gesagt, da gibt es wohl jetzt von den verschiedenen, äh, an Herstellern verschiedene Mono- oder Bi-Impfstoffe, tja, fragt man sich natürlich, warum gibt es nicht Tri, Quad, Quint, Penta, was weiß ich, so mit, mit allem, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach, aber ich glaube, im Moment hätte ich am liebsten, also nicht jetzt sofort, aber demnächst dann mal eine Impfe gegen vier und fünf, naja, bin ich gespannt, was, äh, ich versucht habe, rauszufinden, was mir aber nicht gelungen ist, also es wird im Moment auf Twitter ganz viel immer darüber geredet, dass ja die Todeszahlen so exorbitant hoch sind, also da werden dann die Todeszahlen von 2021 bis jetzt verglichen mit den Todeszahlen von 2021 und 19 und das ist, glaube ich, fast eine Zehnerpotenz mehr, und das sieht natürlich wahnsinnig dramatisch aus, ist es irgendwo ja auch, aber ich habe dann mal versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat, weil, also, wenn, wenn, wenn es wirklich so, was heißt, so dramatisch wirklich so wäre, wie die Zahlen es suggerieren, dann müssten doch, die, müssten wir doch eigentlich, äh, sag ich mal, äh, Särge an, äh, an der Alster sich stapeln oder sowas, also das müsste doch, das müssten doch Zustände sein, wie in schlimmsten, den schlimmsten Phasen, ist es aber nicht, und ich habe leider nur einen alten Artikel gefunden, der eigentlich nur das wiedergibt, was wir damals schon besprochen hatten, als Dänemark alles aufgehoben hat, und in Dänemark dann die Todeszahlen so hochgegangen sind, und das dann damit erklärt wurde, dass halt, als Covid-19-Toter, jeder gilt, der Corona-positiv war, zum Zeitpunkt seines Todes, beziehungsweise drei Wochen vorher, auch schon. Mhm. Und, äh, äh, in dem Artikel steht drin, dass, aber irgendwie das RKI versucht, das eigentlich auch schon so ein bisschen auseinander zu friemeln, indem sie eben sagen, bitte teilt uns für jeden Covid-19-Toten mit, was wollen sie wissen, ist der gestorben an der gemeldeten Krankheit, aufgrund anderer Ursache, nicht ermittelbar oder nicht erhoben. Mhm. Aber das machen halt die Krankenhäuser, beziehungsweise die Bundesländer teilweise gar nicht. Und deswegen ist es halt schwer, da eine Aussage zu machen, also es ist so, es ist so fiese, weil man, man hört sich plötzlich an, wie so ein Querdenker vor zwei Jahren, ja, an oder mit Corona gestorben. Ja, damals war klar, da, da sind die Leute wirklich an Corona verstorben, aber heute ist es wohl nicht mehr ganz so einfach, kann man das nicht mehr so pauschal sagen. Mhm. Ja. Und, ja, ich, ich wünschte, ich hätte, mir würde mal irgendeiner so konkrete Zahlen sagen können, so, auch gerade so Vergleich, ne, also, wie war es eben in den Jahren davor, ne, wer wurde da als Corona-Toter gezählt? Wirklich nur die, wo Corona wirklich die eindeutige, und dann kann man natürlich sagen, ja, und dann ist der Mensch durch Corona geschwächt und hat vorher, hat eine Vorindikation, äh, stirbt an dieser Vorindikation, aber weil er durch Corona so geschwächt wurde. Das ist natürlich nicht schwarz-weiß oder so, aber ich find's ein bisschen, ich persönlich find's ein bisschen schwierig, jetzt so mit diesen Todeszahlen so, um sich zu schmeißen. Mhm. Ne, weil eigentlich so, ich sag mal ganz blöd, so wollten wir doch nicht arbeiten. Ja, na ja. ne, wir wollten doch sachlich fundiert und wissenschaftlich fundiert, äh, arbeiten und, und argumentieren und nicht, äh, Angst schüren, ne, natürlich, fände ich's, äh, sie haben ja jetzt wieder, ne, war ja nochmal irgendwie Thema mit Buschmann und Lauterbach, ich verliere da auch komplett den Überblick, was da jetzt genau auf uns zukommt, ob das schon in trockenen Tüchern ist, ich werde dann irgendwann mal, wird Hamburg ja irgendwas daraus wahrscheinlich machen und dann werde ich mich daran halten und vielleicht auch darüber hinaus, mh, ja, Dinge machen, aber, oder eben nicht machen, ja, oder genau, oder nicht machen, also, meine Frau hat auch gesagt, ne, also dann, wenn dann, äh, eigentlich kommt demnächst wieder, äh, Mama Mia, dieses Upper Musical kommt nach Hamburg, würde sie tierisch gerne hingehen, aber sie meint, wenn das dann wieder so kritisch ist, dann, dann eben nicht. Weil sie auch sagt, also sie, wenn da zum Beispiel Maskenpflicht ist, dann würde sie eben nicht hingehen, weil sie findet's halt, da jetzt, äh, abgehen, Party, feiern, singen, mittanzen, klatschen und so, mit Maske ist halt, dann sagt sie, dann eben nicht, also sie sagt dann nicht, ich will das ohne Maske, dann sagt sie, nee, dann mach ich's halt gar nicht, ne? Es ist ja vielleicht, so blöd es klingt, wahrscheinlich ist es ja eher auch wirklich sinnvoll, wenn die Infektionsrate so hoch ist oder die, die Zahlen so hoch sind. Ja. Aber, dass dann vielleicht an der Musical, beim Musical-Publikum auch sowas gemacht wird, so, wie lange sind sie geimpft, sind sie getestet, kann's natürlich auch geben. Ja. wird sich zeigen. Ja, das ganze Thema, es ist ja Erwartung, zu erwarten, dass wir noch einige Saisons darüber reden werden. Ja. Ja. Ja, gerade jetzt mit diesen Varianten, wo offensichtlich auch nahezu beliebig oft Reinfektion möglich ist. Weiß nicht. Dreimal, viermal scheint ja wohl kein Problem zu sein. Ja. Ja, und das Ganze, ich sag mal, neben der Gefahr des Sterbens, oder, also, ich hab zum Beispiel auch eine Bekannte, die hat Long Covid, so, also, Stadionbekanntschaft, ähm, die hat das ewig, und die hat das Spiel nicht durchgehalten, wo sie in Anführungsstrichen nur rumstehen müsste, ne, und, äh, und sie ist früher quasi durch die Gegend gehöpft, wie verrückt. Ja. Also, das ist eben auch noch was, was irgendwie gerne wieder vergessen wird, dass es eben nicht nur ist, leben oder nicht überleben, sondern dass es eben eine ganze Menge schlimme Stufen zwischengibt. Ja. Ja, ja, gut, ja, als nächstes hab ich die Gasumlage, ähm, Gasumlage umlegen, hab ich geschrieben. Also, das scheint ja, IWI will haben, oder war es RWE? Ich hab keine Ahnung, ich hab schon vergessen, RWE wahrscheinlich. Ja, es ist ja so, so langsam scheint sich herauszukristallisieren, dass, dass eine ziemlich bescheuerte Idee war, ähm, das ist mit größter Haufen und Teufel und so. Ja. Das ist eigentlich die, die belohnt werden, die es eigentlich, denen es eigentlich echt schon richtig gut geht, dass sie nochmal on top was drauf kriegen, von uns allen bezahlt. Ja. Ja, dass man mit dieser Regelung, es darf jeder in Anspruch nehmen, der irgendwie langfristige Verträge mit Russland hat, dass das ein bisschen zu pauschal ist. Mhm. Und dann wird jetzt gesagt, ja, man muss es rechtlich auch sicher machen. Ja, das sagt ihr aber auch bei der Übergewinnsteuer, dass es so gut wie unmöglich wäre, das rechtlich sicher zu machen. Aber bei der Gasumlage seht ihr jetzt, dass es eigentlich so gut wie unmöglich ist. Und ich habe es ja heute auch nochmal getwittert, wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir diesen ganzen Gasumlagen-Scheiß nur, weil Lindner gesagt hat, Uniper und ähnliche Kandidaten retten wir nicht aus dem Haushalt. Mhm. Was, äh, genau so, was man, was jetzt glaube ich alle sagen, was viel schlauer gewesen wäre. Ja. Weil das jetzt diese Gasumlage kommt, ähm, das dann, und dann mit dieser Mehrwertsteuer-Geschichte und, und dann sagen jetzt wirklich alle Wirtschaft, das ist falsch. Das ist, äh, so schon falsch und dass dann die Kohle dann auch noch Unternehmen zukommt, die, äh, ne, über die Stromgeschichte, zu der ich gleich noch komme, noch Riesenreibach machen, das ist alles. Das ist alles verkehrt. Von vorne. Ja. Mhm. Von oben bis unten. Ne? Ich finde es ja immer insofern in Anführungszeichen positiv, dass die erkennen, wir, wir bessern nach. Und das klingt auch so, als wenn die dann wirklich nachbessern wollen. Ja. Es ist ja sonst oft in der Politik so, wir haben es jetzt beschlossen, das ziehen wir durch. Also es ist immer noch eine Katastrophe, aber immerhin habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass sie wirklich versuchen, dass, dass noch irgendwie gerade zu biegen. Ja. Und jetzt hacken sie alle auf Habeck rum. Ja. Dem, selbst die FDP setzt ihnen jetzt ein Ultimatum. Da würde ich sagen, also ihr haltet mal ganz, wenn ihr nicht so bockig wärt mit eurer, wir haben 2021 die Schuldenbremse noch aufgehoben. Wir hätten die Möglichkeit, noch alles Mögliche zu sagen, machen wir hier, machen wir da. Wir haben Sondervermögen Bundeswehr, wir haben Sondervermögen dit und dat. Wir könnten auch ein Sondervermögen Gaskonzernrettung und dann gucken wir mal, welcher Gaskonzern und Importeur, wer muss wirklich gerettet werden? Und nur die, die wirklich gerettet werden müssen, die retten wir. Und die müssen halt auch die Hosen runterlassen. Richtig. Ich hätte kein Geld, sondern so müssen es nachweisen und so weiter. Und jetzt einfach zu sagen, wir machen einmal hier Rahmenabschöpfen bei der Bevölkerung und Gieß kann im Prinzip dann zu den Gasimporteuren, nur weil sie langfristige Verträge haben mit Russland. Das ist doch kacke. Und gleichzeitig schaufeln die die dicke Kohle über die Stromschiene. Und ich fand das interessant, das hat heute hier eine Corinna Millborn getwittert, was ich wirklich, wirklich nicht verstehe. Wie konnte man Sanktionen beschließen, ohne vorsorglich den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln und die Spekulation mit Energie einzudämmen? Und wenn nicht schon vorsorglich, warum hatten wir es in den letzten sechs Monaten nicht getan? So nach dem Motto, das hat eigentlich jedem klar sein müssen, dass das kommen wird. Und da hätte man von Anfang an eigentlich gegensteuern müssen. Tja, gute Frage. Jetzt ist es ja tatsächlich im Gespräch von der Leyen und so. Die Koppelung wollen sie ja lösen. Also nicht kurzfristig, aber es ist zumindest angedacht. Aber wie gesagt, du hast schon recht, das ist viel zu spät eigentlich. Ja. Es zieht sich aber ja durch, weil Corona ist es ja auch nie anders gewesen. Da ist es ja auch immer so, hätte man jetzt schon mal reagiert, genauso wie es wahrscheinlich im Herbst wieder katastrophal wird, weil wir jetzt nichts machen. Es ist eben bei der ganzen Gastthematik genau das Gleiche. Ja. Genau. Und hier ist nämlich eine Meldung von heute, Energieriesen sollen bei Entscheidungen zur Gasumlage mitgewirkt haben. Ach, das ist ja auch noch schön. So nach dem Motto, die verschreiten sich selber nichts. Die sitzen da überall. Genauso wie die Automobilindustrie damals für die Abwrackprämie natürlich ordentlich getrommelt hat. Ja. Und wie gesagt, jetzt sind alle stinkig auf Habeck. Und ja, da muss er wieder seine Kommunikationskünste rausholen. Aber ich sage mal, das muss man der FDP zugute halten. Sie kriegen das tatsächlich, die Scheiße, die sie bauen, dann immer wieder anderen in die Schuhe zu schieben. Ja. Ja. Und dann zum Strom. Das habe ich ja jetzt auch gelernt. Ich habe das Wort, hat wahrscheinlich jeder jetzt in den letzten Tagen gehört, dieses Merit-Order-Prinzip. Dass also am Strommarkt das so gehandhabt wird, es wird geguckt, wie viel Nachfrage ist da. Und die Nachfrage wird gedeckt, erst mal aus den billigen Quellen. Und sozusagen, dann wird geguckt, aha, wir brauchen jetzt Strom, nur den billigen Strom, den teuer, und der teuerste Strom, der gerade gebraucht wird, der bestimmt den Preis. Und Problem ist, dass wohl vor allen Dingen auch durch Frankreich im Moment, ja, alles gebraucht wird, was wir produzieren können. und deswegen auch, ja, der teure Gasstrom im Moment produziert und verkauft wird. Und das ist doppelt scheiße, weil A, wird Gas dafür verbraucht und B, ist der Gasstrom, ja, der Gasstrom ist teuer und damit ist der Gasstrom für alle, ist halt, ne, und die mit ihren abbezahlten Atomkraftwerken verdienen sich dumm und dämlich. Gut, mit den Erneuerbaren offensichtlich auch ganz gut, den komischerweise, gönne ich das ja sogar ein bisschen. Aber, ja, also, und weil Frankreich da mit seinen Atomkraftwerken Probleme hat. Und die sind im Moment dabei. Über die Hälfte steht. Ja. Oder kaputt oder Wasser nicht, nicht kalt genug oder nicht vorhanden. Die, die kaufen halt den, den halben europäischen Strommarkt leer. Mhm. Und das ist natürlich alles Kack. Und das ist ja das, was du eben auch, was von der Lein will, diese Trennung von Gas und Strompreis. Strompreis deckeln und, und, und. Dass man da jetzt überlegt, dass man dieses, man will, glaube ich, das Merit-Order-Prinzip nicht aufheben, aber irgendwie so einen Mechanismus einbauen, damit das nicht eben so, so weiter eskaliert. Weil das ist überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Ja, was so ein bisschen hoffen lässt, es ist heute, ich sag jetzt geleakt worden, aber es gibt wohl Entlastungspläne der SPD, was eigentlich ja gutes Zeichen sein sollte, weil das ist der größte Koalitionspartner. Mhm. Sollte man denken. Müsste ja durchkriegen. Also, ne, Einmalzahlung für Rentner studierende Hartz-IV-Empfänger, weil diese Energiepauschale, davon sind die drei Gruppen, glaube ich, nicht betroffen, die jetzt September kommt. Gaspreisbremse über einen festen preisfixierten Grundbedarf. Okay. Dauerhafte Erhöhung der Grundsicherung. Keine Laufzeitverlängerung, also Atomkraft. Einführung eines 49-Euro-Tickets. Gut, wie Sie das alles mit der FDP hinkriegen wollen? Ja, ich glaube, das haben wir schon gesagt, die Grünen sind auch dafür und die FDP ist dagegen. So, Punkt. Ne? Also, da bin ich gespannt, was davon am Ende rumkommt. Wahrscheinlich nichts, weil die FDP sie immer wieder durchsetzen wird. Ja, weil, ich sag mal, du weißt, dass die Kacke am Dampfen ist, wenn Friedrich Merz sowas raushaut, wie 1000 Euro Energiegeld für die unteren, für die Einkommen im unteren Drittel wären sinnvoller als 300 Euro für alle. Mhm. Also, wenn die CDU sowas, steht hier vom Privatjet Blackrock Friedrich Merz, wenn der sowas, wenn der die SPD und Grüne links überholt, dann ist irgendwas faul im Staat in Dänemark. Gut, man kann sich sicher sein, wenn CDU eine Regierung wäre, wären sie wahrscheinlich anders drauf. Also, wenn das zur Abstimmung käme, würde die CDU auch dagegen stimmen. Also, wenn sie jetzt tatsächlich genau das, selbst dann würde CDU das dagegen, würde ja nur, dass die sich gegenseitig zerfetzen sozusagen. Ich glaube, der Poker hat einfach, der weiß ja, dass sowas mit der FDP nicht zu machen ist. Also, diese Gefahr, die du da, diese Situation, wird es wahrscheinlich nie geben. Aber. Ja, theoretisch wäre es möglich, dass sie sagen, wir geben das zur Abstimmung, weil jeder Abgeordnete ist ja erst mal nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Ja. Also, man könnte dann ja anstatt mit der, den Stimmen der FDP theoretisch mit den Stimmen der CDU. Aber wie gesagt, dann würde die CDU aber nicht, die CDU-Abgeordneten nicht dafür stimmen. Ja. So, und dann, last but not least, Herr Wissing, der ja nun immer wieder durch sein Tempo, seine Tempolimitverweigerung auffällt, hat sich jetzt endgültig blamiert. Er musste ja irgendwie ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen. Also, jedes, jedes Ministerium muss das, ja. Genau, und das haben sie in der Wochendämmerung schön erklärt, dass irgendwie, ich glaube, das Bauministerium hat irgendwie 60 Seiten vorgelegt, wo die Experten sagen, boah, schon mal ein guter Anfang, da kann man mit arbeiten und das Verkehrsministerium hat vier Seiten vorgelegt, wo die Experten drauf geguckt haben und gesagt haben, da brauchen wir nicht mal das gucken, brauchen wir uns nicht mal richtig angucken oder das sagen wir gar nichts zu, weil es ist, das Papier nicht wert, auf dem es steht. Ja, das ist so wie quasi noch schnell vor der Stunde was in den Pausenraum aufgeschrieben. Genau, genau so, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ja. Und das ist wirklich, da sagen auch welche, eigentlich ist das, ist das Arbeitsverweigerung von dem Ministerium oder so, ne, und so die einfachen Sachen, jetzt gerade wieder so, man könnte halt sagen, ja, ähm, dann, äh, Tempolimit. Zack, habt ihr schon mal einen großen Teil eurer, äh, Regeln erfüllt, also euer, äh, ne, zack, fertig. Nein. Ja, noch mehr sogar, ich glaube, das 9-Euro-Ticket, ich glaube, die 3 Monate haben sie, ich weiß nicht, wo, ne, nicht verifiziert, wie gut diese Rechnung ist, aber von wegen, die 3 Monate, 9-Euro-Ticket würden etwa so viel bringen, wie ein Tempolimit im Jahr. Ja. Also, wenn man das dann weiter fortführen würde, natürlich entsprechend viel, viel Einsparung, Potenzial. Ja. Gut, ich bin durch. Haben wir alle deine Themen auch abgeklappert, oder hast du nicht? Nee, diesmal nicht, diesmal haben wir noch einiges tatsächlich, äh, was habe ich, okay, ich hätte vergessen, warum war ein Lindner denn lost? Ach ja, der hat ja, gut, das war ja, die Antifa ist ja 9-Euro-Ticket, oder Link ist Framing und sowas. Ja, 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 das Sommerinterview, äh, genau. Äh, plus natürlich mal wieder, äh, gendern ist Felduntergang, das, das, das wäre ja theoretisch auch halbes Hamburg-Thema, aber was ich noch habe, ist zum Beispiel, Wölki schreddert. Kardinal Wölki hat doch die Liste der, der Täter sozusagen, aus Datenschutzgründen, äh, nach eigener Aussage vernichtet und weiß jetzt nicht mehr, wer auf diesen Listen draufstand. Ja, weil, Datenschutz. Ja, dass der Typ überhaupt noch irgendwie ein Thema ist, also das wundert mich ja sowieso, dass der, der wäre so, so dermaßen weit weg von, von, was gesagt von Gottes Gnaden, dass der sowieso nichts mehr zu melden hätte, aber klar, ist ja immer noch involviert in die ganze, ganze Thematik, ne? Ja. Aber das ist echt schon dreist so, ja, wir haben es alles gestreit, weil Datenschutz, das glaubt der wahrscheinlich selber nicht. Ja, ist die Frage, ob da, wird ja immer wieder gesagt, ist das denn nichts, wo eine Staatsanwaltschaft mal, ja, das ist eben das Komische, ne, dass du bei solchen Fällen, also es ist ja eigentlich vom Gesetzgeber, gibt's, ist ja nicht vorgesehen, dass du sagen kannst, religiöse Vereinigungen können ihre eigenen Gesetze machen, also wir haben ja offiziell eine Trennung von, gut, von Kirchhochschat sowieso und trotzdem, und zusätzlich gelten eben, wie heißt es, weltliche Gerichte, da kannst du ja noch so viel deine eigenen Regeln, vielleicht kannst du die on top packen, aber das eine schließt andere ja nicht aus, dass das aber in der Realität dann doch irgendwie irgendwie anders aussieht, verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja. Hm. Gut, dann, ähm, habe ich noch Überschwemmungen in Pakistan, wobei ich, also erstens, wieder das Thema, die Welt, hätte ich fast gesagt, aber auch natürlich, was für ein Unterschied ist, wo es passiert, ne, also gerade das, dass es eben so ein Thema ist, was nur so nebenbei, so mal, vielleicht mal kurz, kurz, kurz aufblitzt, wo das genauso dramatisch aussieht, wie in, wenn das jetzt hier in Italien oder sonst wo gewesen wäre, ähm, ja, also wo dann eben auch Riesenflüsse durch die Städte geflossen sind, plötzlich, die vorher nie, nie Flüsse waren. Ja, vor allen Dingen, ich habe das gelesen, 1200 Tote. Hm. Ja. Also es ist ja eine Größenordnung, ja, man soll sowas. Natürlich hängt damit auch zusammen, also das nicht deswegen, weil die Naturgewalten viel stärker sind, als die woanders waren, natürlich ist es eben auch, ich sag mal, nicht wie bei uns hier die Backsteinhäuser, die da rumgestanden haben, sondern eventuell in Wassernähe, und das macht es ja deswegen nicht weniger dramatisch und nicht weniger schlimm. Ja. Ja. Gut, als letztes habe ich noch, einfach nur, weil du bei dem Thema ein Experte bist. Oh Gott. Bremerhaven. Bremerhaven, der Turm der Wacke. Also nicht den Bremerhaven, der Turm der Wacke. Genau, weil der Leuchtturm, also weg ist schief, der schiefe Turm von Bremerhaven. Ja. Weil du ja als Leuchtturmexperte quasi eingestellt für diesen Podcast. Ja, ich fand das interessant, dass sie, ich finde es interessant, dass das, na, ich überlege gerade, was ich gelesen habe. Ich glaube, es sind da auch Leute gewesen, die gesagt haben, ja, da hätte man schon längst, und es war bekannt, dass da irgendwie, weil das ist ja nicht, dass da irgendwie jetzt ein super duper Mördersturm war, der dazu geführt hat, dass das jetzt passiert ist, sondern dass es offensichtlich so der Zahn der Zeit war, der jetzt einfach so einen Punkt erreicht hat, dass jetzt die Mole gesagt hat, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt bin ich so unterspült, jetzt gebe ich mal nach. Wie gesagt, war ja nicht eine Monsterwende. Aber auch in der Kombination mit wenig Wasser, glaube ich, also zusammen, weil der Wasserdruck gefehlt hat. Ach ja, stimmt. Irgendwie die Kombination auch, aber das ist ja, ja. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich, ich würde wetten abschließen, dass jetzt die Mühen und die verbundenen Kosten, das Ding jetzt zu retten, wahrscheinlich weit darüber hinaus gehen, wenn man von Anfang an, also jetzt mal vorausgesetzt, das hat sich angekündigt, da hätte man schon was gegen tun können und man war irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ja, nicht bereit, was zu tun. Ja, das muss man wahrscheinlich jetzt wieder doppelt und dreifach bezahlen, dass man da jetzt so notfallmäßig die Kräne ankommen lässt, die da die Kuppel jetzt abgenommen haben und ja. Ich glaube, die haben auch echt nur die Kuppel gerettet, ne? Ich glaube, alles, was so quasi gemauert ist, das haben sie ja quasi abgerissen, wenn ich das richtig verstanden habe. ich habe nur Bilder von der abgehobenen Kuppel gesehen. Gut, klar, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie wieder gerettet, also den Turm als solches, das abgesackte, kriegst du wahrscheinlich nicht. Das kannst du wegkloppen, neu machen und die Kuppel wieder draufsetzen und sagen, sieht aus wie vorher. Ja. Das ist ja fast schon Übergangsthema. Bremerhaven ist ja quasi fast um die Erde. Ja, das war es bei mir auch gewesen jetzt. Dann kommen wir jetzt nach Hamburg und die Meldung hat es überall hingeschafft. Ich vermute mal, dass Sunday Morning darüber berichtet hat. Das Unterhaltungszimmer hat darüber berichtet. Ja, ich weiß es. Penis. Penis. Ja, Mövenprick hat der eine sonst schön kommentiert. Also da muss einer wirklich, man weiß ja nicht, ob irgendwie die Hitze oder irgendwas anderes den Leuten im Moment, was Menschen mit interessanten Ansichten, also ich habe es jetzt in der ausführlichsten Form eigentlich im Unterhaltungszimmer gehört. Also da ging einer an Öljendorfer See spazieren, fühlte sich durch eine Frau beziehungsweise deren Hund belästigt, hat dann wohl erst seinen Penis rausgeholt, hat dann nach dem Hund getreten, hat dann die Möwe, von der man vermutet, dass er sie selber getötet hat, weil man wüsste nicht, warum da eine tote Möwe sonst sein sollte, mit der auf sie eingeschlagen und als die Polizei kam, ist er halt in den See geflüchtet und ist im See rumgeschwommen. Und die Polizei ist dann wohl irgendwie mit dem Schiff, mit so einem Bötchen oder so zu ihm hin, aber der wollte nicht ins Boot rein und es ist halt schwer, jemanden gegen seinen Willen in so ein Boot reinzuhieven. Also da haben sie gesagt, okay, du schwimmst, wir paddeln nebenher, mal sehen, wer länger durchhält. Und irgendwann hat er sich dann, kann man wohl so sagen, hat er sich dann quasi ergeben, weil er, ja, weil das wohl wirklich irgendwann ihm an der Kraft mangelte. Aber da denke ich mir, also ich habe jetzt nichts davon gelesen, ob der einen im Tee hatte oder so, oder ob der sagt, ich kann auch ohne Alkohol in Anführungszeichen lustig sein. Ja. Ja, das ist eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Ja, man überlegt sich immer, was ist, wie würde man reagieren, wenn einem selber das mal passiert. Also nicht, dass man selber so drauf ist, sondern, also es gibt ja auch so, Jörn Schaar hat jetzt in seinem Podcast so, sag ich mal, im Verhältnis dazu, eine relativ harmlose Geschichte erzählt. Von einer Frau, wo er durch Zufall mitgekriegt hat, wie die ungefragt, auf deren Grundstück gegangen ist, und, äh, den Rasenmäher, der da stand, ein paar Meter hin und her geschoben ist, und hinterher darauf angesprochen hat, ja, ich finde Rasenmäher toll. Wo du auch denkst so, ja, aber dann kauf dir einen und schieb den durch deine Weltgeschichte, aber geh doch nicht auf fremde Leute Grundstücke. Und dann hat er noch so eine andere Geschichte, und meine Frau hat auch letztens irgendwie, meine Frau sagt auch immer, ich weiß nicht, ich habe so eine Ausstrahlung, mich sprechen alle möglichen Leute immer ungefragt an. Oh, das kenne ich. Ja, sagst du von mir selber ja auch. Und sie hat dann eine Story erzählt von einer Frau, die ihr dann ungefragt erzählt hat, dass sie jetzt irgendwie zu irgendeinem Geschäft muss Socken tauschen. Das wäre ja noch nicht die Story, aber sie hat dann erzählt, ja, die Socken sind zu klein. Ich habe sie dann ein bisschen eingeschnitten, aber sie passen trotzdem nicht. Aber jetzt tausche ich sie. Ich hoffe, die werden getauscht. Ich habe nämlich gar keinen Bock. Wo du denkst so, okay, spannende Geschichte. Erzählen Sie mir mehr davon. Ja, wie gesagt, aber das ist ja alles harmlos zu Penispropeller und tote Möwe und Menschen attackieren. Ja, auch alles zusammen. Also jedes für sich alleine wäre ja schulmachig gewesen, aber das irgendwie auch alles zusammenfällt. Ja. Ob Drogen im Spiel waren, weiß man ja, wie gesagt, nicht. Aber da gab es jetzt Fälle, ich glaube, zwei hintereinander relativ kurz, dass irgendwie, ja, wo Leute auch meinen, sie können die derzeitige Situation nur durchstehen, indem sie Drogen konsumieren. Schlimm fand ich in dem Kontext halt, also ich sage mal, wenn erwachsene Menschen konsensual irgendwas mit Drogen, Sex oder ähnlichen Dingen machen, okay, aber dann war ja hier die Geschichte, dass eben da wohl sich Leute, drei, zwei Männer, eine Frau beziehungsweise ein Mädchen, muss man sagen, sich ja wohl von vornherein für mehrere Tage in ein Hotel einquartiert haben, um da wahrscheinlich, ja, Drogen zu konsumieren, was bei dem einen dann wohl, Moment, war ist der? Der ist gestorben. Ja, ein 22-Jähriger ist gestorben. Der 22-Jährige, dann gab es da noch irgendwie einen 19- und einen 21-Jährigen Mann und eine 13-Jährige. Das Interessante war, es hieß erst 14, es steht auch noch in der URL, aber es war dann sogar eine 13-Jährige, wo man auch denkt, mein Gott, was ist, also, ja. Ja, wie ist sie an diese Kehle geraten und dann auch diese Kombination, auch alles dabei, Medikamente, Alkohol, Kokain. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, am nächsten Tag war dann schon wieder eine Meldung, dass noch jemand sich da irgendwie... Das war bei mir nebenan, also nicht, ach, nebenan ist übertrieben, ich komme da mit dem Rad schon mal vorbei. Kronstieg, Langhorn, also dicht beim Airport, da sind irgendwie drei Jugendliche neben einer Schule, ja, gefunden worden. Einer musste wiederbelebt werden, sie wissen noch nicht so genau, was es ist, oder sie wollen es nicht sagen, eins von denen, aber auch wohl Drogen und, ja, die waren quasi da auch komplett weg, nach einem mussten sie wiederbeleben und ist da im Bosenzimmer noch gut ausgegangen. Da war es auch, ich glaube, da war auch das Mädchen, war da ja auch ein Mädchen dabei, da war es 14 bis 17, also in dem Bereich waren auf jeden Fall die drei. Ja, das ist wirklich so die Sache, wo du wirklich so als, als Älter, als Elternteil, das sind so wirklich, wo du sagst, ich hoffe, mein Kind nie, ne, Drogen, auch Alkohol, ähm, politisch irgendwie, gut, solange es sich im demokratischen Level bewegt, kann mein Kind ja auch eine Partei wählen, die ich scheiße finde, aber, nur weil es da sich auch ein kariertes Hemd, Krawatte und FDP wehen, das ist ja nicht schön, aber da kann man noch mit leben. Ja, oder auch nicht irgendwie, was weiß ich, ins Schwurbel liege oder generell Arschloch sich entwickeln, aber eben halt auch so Sachen, die dann wirklich so, an, ja, ans eigene Wohlergehen, das, ja, weil das Sachen, die alle Sachen, alle gemeinsam, das bedeutet, entfernt sich komplett von dir der Mensch, also dann, mit dem machst du dann, kannst du quasi, nicht mehr kommunizieren, egal ob du jetzt ins Schwurbild gehst oder mit Drogen voll pfeifst, das ist natürlich unfassbar schwer, die Leute wieder rauszukriegen. Ja, und deswegen schockt mich das dann immer, wenn ich dann so lese, mit 12, 13, 14 jährigen Menschen, die Alkohol, Drogen, sonst irgendwas, ne, ja. Kommen wir zu etwas erfreulicheren, kommen wir zur Bienenbaustelle, und zwar baut die Hochbahn ja gerade, die U4, auch Horner Rennbahn, da wird ja ein neuer Bahnhof gebaut, und im Rahmen dieser Bauarbeiten haben die festgestellt, dass irgendwie, also ich glaube, auf dem Baustellengelände, doch irgendwie Bienen sich niedergelassen haben, gut 30.000 Stück, also wirklich so ein ganzer Schwarm. Das Praktische, einer der Mitarbeiter ist Hobbyimker. Der hat dann gleich, irgendwie per Kran steht hier, den Bienenstock aus der Baumkrone da rausgeholt, und in einen selbstgezimmerten Bienenkasten gepackt, und dann woanders angesiedelt. Weil sie sagten, man kann natürlich sagen, ja, ja, es sind doch Bienen und keine Wespen und so, ja, aber wenn du dann natürlich baust und arbeitest, und das ist für beide Parteien wahrscheinlich nicht das Beste, aber das ist dann echt... Und die stehen ja wahrscheinlich, die darfst du ja auch nicht einfach kaputt machen, sage ich. Nein. Aus gutem Grund. Ja. Und wie gesagt, das ist dann ganz witzig. Hier steht dann nochmal so, Emanuel Danielo ist seit etlichen Jahren passionierter Hobbyimker und Mitglied im Imkerverein Hamburg-Süd und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Das fand ich echt witzig, weil, wie gesagt, er arbeitet halt auf dieser Baustelle und nebenbei ist er halt Imker und konnte sein Hobby da mal, ja, im Sinne des Arbeitgebers auch noch einsetzen. Ja. Fand ich echt witzig. Genau. Achso, und hier steht auch noch, seine Kleingartenparzelle ist nur 300 Meter von der Baustelle entfernt, also praktischer geht's ja gar nicht. Das heißt, da konnte er sie dann auch gleich ansiedeln, ohne dass sie weit transportiert werden. Wahrscheinlich hat er einfach den richtigen Tanz drauf gehabt, die sind hier mal hinterher geflogen. Jetzt habe ich... Queen Mellow? Oh, nee, wie hieß denn die Band, das Lied? Ach, es gibt schon ganz 80er Jahre. Ich weiß, mit diesem Mädchen, was im Bienenkostel tanzt. Genau. Nee, ich dachte jetzt gerade an Belushi. John Belushi. Ja. John Belushi. Der hat einen Auftritt gehabt mal mit dem Lied I'm a bee, wo er im Bienenkostel rumgehüpft ist. Gut, dann mache ich mal ganz kurz meinen Faktencheck. Und der ist tatsächlich so faktencheckig, dass ich das eigentlich sehr kurz machen kann. in Harburg ist mal wieder eine Kneipe aufgefallen, als eine als Verein getarnte Kneipe ist da quasi hochgenommen worden, Glücksspiel und so eine Späße. Also das scheint ja in Harburg, das war letztes Mal auch immer in Harburg, oder? Ja. Dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Sündenpfuhl existiert. Das war irgendwie immer für neue Hochpoppen. Vielleicht sind es auch immer die gleichen, wer weiß das schon. Ja, haben sie mal wieder eine Kneipe hochgenommen, waren wieder, also offiziell war es irgendwie so als Verein eingetragen. Ja, stand aber voll mit Glücksspielautomaten und so weiter. So. Vielleicht hoffen die sich, dass sie dadurch, dass sie sozusagen, weiß ich nicht, von der Innenstadt abgetrennt sind. Weiß ich nicht. Oder, ja. Vielleicht ist es auch, finde ich so, wie bei Tankstellen, weißt du, wo eine ist und die zweite lohnt dann auch gegenüber, dass sich das einfach, die ersten, die da waren, waren halt erfolgreich, damit war das Publikum da und damit hat es sich dann gelohnt, dass man dringungsrum weitere solche Etablissements aufbaut. Ja, dann gab es ein ungewolltes Feuer da, wo Feuer eigentlich gewollt ist. Nämlich, Müllverbrennungsanlage in Billbrook. In Billbrook, da ist man ja Feuer gewohnt, ist ja Sinn der Sache, nur, wenn dann die Flammen aus dem 70 Meter hohen Schornstein oben rauskommt, dann ist irgendwas faul im Staate-Dänemark. Ja, also da ist irgendwas schief gelaufen. Wir wissen selber nicht so genau, die sagen, es wäre kein Abfall gewesen, der da verbrannt ist, der da irgendwie, ne, also, keine Ahnung, gebetet und dann gebrannt oder sowas, sondern Dichtung, es gibt wohl innen eine Dichtung, eine Kunststoffdichtung, was auch immer für die Schornsteine. Das klang ganz schön Hamburgerisch. Das klang ist Hamburgerisch. Ja, und eventuell müssen die jetzt abgerissen werden, das wissen sie noch nicht. Oh. Oh, ja, hier steht, im Schornstein ist laut Stadtreinigung die Gummierung verbrannt. Ja. Oh. Warum, was immer, eine Gummierung bei einem, es sind wahrscheinlich Gründe gegeben, warum ein Schlot, wo Hitze drin ist, gummiert ist. ja, weil wahrscheinlich, man versucht ja heute, dass die Abgase gar nicht mehr heiß sind, man versucht ja da jedes Wärmequäntchen rauszuquetschen und irgendwie zu nutzen. Ja, ich glaube generell, ein Schornstein an sich ist ja nicht so heiß in der Regel. Ja. Also, oben. Ja, und dadurch, dass das da wirklich oben gefackelt hat, und wenn da halt irgendeine Gummierung war, die ist wohl weg und dann, das erklärt eben auch, warum es so gestunken hat, wenn da diese Gummierung weggekokelt ist, hatte, nee, du, nee, das ist zu weit weg, dass du das. Nee, ich hatte gesagt, bei mir war es auch noch im Wahn, in Nina mit drin, das war einfach, weil das sehr langgezogene Ellipse war quasi, die, die, also fast aus Westen, ein bisschen noch, also ein bisschen so schräg, aber ein sehr langes Stück, was da quasi von Hamburg betroffen war, laut Nina. Ja. Ja, und dann prangert hier ein Radfahrer die, die Hochbahn an, äh, du hattest ja auch letztens ein Video, das war jetzt kein Hochbahnbus, sondern, äh, ein normaler PKB, der dich da so ein bisschen geschnitten hat, aber, nee, ist auch ein Bus, VHH, aber nicht HVV. Ja, das war, das war ja an einer anderen Stelle, das ist schon länger her, dass der VHH, wo der eine noch so gesagt hat, ja da an der Seite, du hast doch letztens, äh, der, da bist du auch so, der Arschlachfahrer bei mir auf der Ecke, genau, genau, wo du auf diesem rot gestrichenen aus der Rubrikfarbe, ist keine Infrastruktur, und der sich an der Ampel schon so halb auf diesen roten Streifen gestellt hat und dann rechts abbiegen wollte und eigentlich hätte warten müssen, bis du über die Ampel fährst und dann einfach losgefahren ist und vor dir rüber ging. Wo schon das Drauffahren schon klar als Absicht zu erkennen war, also nicht irgendwie übersehen, sondern ich, ich setze mich da bewusst mal auf den Weg, ja. Ja, und, ähm, der hier, äh, das ist jemand, der eben auch eine Kamera wohl, ja, wohl permanent mitlaufen hat und der hat halt auf Twitter mindestens zwei Videos gepostet, wo man wirklich sagen kann, mh, das ist auch wirklich, wirklich schon eine haarige Situation. Gut, dass er dann eben in seinem Tweet schreibt, versuchte Tötung ist natürlich, äh, sag ich mal, eine schwierige Ausgangssituation, kann der an, die andere Seite dann immer gleich sich darauf zurückziehen, dass es ja, ne, ein bisschen übertrieben ist. Naja. Aber gut, es ist, sieht wirklich schlimm aus, weil so ein HVV-Bus ist ja dann nochmal, ist ja wie eine Wand, wenn der an dir vorbeifährt und dich irgendwo ranquetscht, da ist ja, ja. und es dauert ja auch ein bisschen, bis der an dir vorbei ist, also selbst wenn du eine Vollbremsung, wenn du, wenn neben dir ein Auto ist und du legst eine Vollbremsung hin, ist das zack an dir vorbei und die Gefahr ist vorbei, aber wenn so ein Bus rüberzieht und selbst wenn du dann, ja, da ist lange was von. Uff, ja. Ja. Gut, ich hab jetzt nur noch ein Übergangsthema. Okay, ich hab noch ein bisschen was. Dann hau mal. Ich hab tatsächlich ein GroKo-Thema, was, also ein GroKo-Sprengthema aus Hamburg. Und zwar sagt dir Costco was, vielleicht sprechen wir uns auch völlig anders aus. C-O-S-C-O. Ist das eine Reederei? Genau, chinesische Reederei, die bei der Hala einsteigen will. Und das war vorher so, ja, ne, pro Form, also pro Forma nicht, Formsache, kein Ding. Da ist jetzt das Wirtschaftsministerium namens Habeck, nee, also nicht namens Habeck, ne, sagt, nee, ist nicht, äh, autoritäre Staaten investieren in so großem Maße wollen wir nicht. Ähm, hat dann, ich glaub, der Kerst dann auch irgendwie verkündet und neben ihm das Wes Hagemann, der irgendwie aus allen Wolken gefallen ist und der wiederum hofft jetzt darauf, dass Scholz dann auch ein Machtwort spricht und das überstimmt. Oh Gott. Ja, also ich find das so tatsächlich vernünftig, dass man sagt, wir gucken uns mal große Investitionen von nicht so demokratischen Staaten an. Wir haben ja gesehen, wozu das führt, wenn man das nicht tut. also wir haben ein sehr aktuelles Beispiel mit den ganzen Gassspeichern, die oft in russischer Hand sind. Ähm, ich sag, das kam aber wohl die Hala relativ überraschend und da ist jetzt wohl so ein bisschen Konfliktpotenzial, ob das, ja, erlaubt wird oder eben nicht. Tja, das ist, sollte man eigentlich mittlerweile, sollte das nicht mehr diskutabel sein, ob man irgendwie mit China noch großartige Geschäfte macht. Ja, vor allem in den Dimensionen, also ein chinesisches Unternehmen oder auch der Staat kann sich einen Fahrradhändler kaufen, das ist natürlich sehr platt ausgedrückt, aber es ist schon ein Unterschied, aber jetzt so ein Drittel, es soll angeblich auch, auch die Amerikaner haben auch wohl ihr Veto eingelegt, das klingt immer so platt, die Amerikaner, aber das ist also amerikanische Botschafter oder sowas haben auch angemerkt, dass man das vielleicht etwas kritischer hinterfragen sollte. Dazu passend hat sich der Streik der Hafenarbeiter wohl gelohnt, die haben sie jetzt, sie sollen 13,8% mehr Gehalt bekommen. Sie müssen noch zustimmen, also das ist das Angebot jetzt und wer die, ist wohl der Meinung, das ist gut, aber natürlich müssen die die Mitarbeiter quasi abstimmen, ob sie dieses Angebot annehmen wollen. Also ja, knapp 14%, wäre früher krass viel gewesen, im Sinne der aktuellen Inflation ist dann vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil da sich auch wieder viel gefressen wird, aber ja, also scheint sich auf jeden Fall am Ende gelohnt zu haben. 13%, gut, muss man jetzt, wenn man das so mit, was man so aus vorherigen Tarifstreits kennt, klingt es exorbitant viel, aber was habe ich gerade heute gelesen, dass durch die Inflation so die letztjährigen, also so über die letzten Jahre gerechnet. Heute war es 4,4% von den Leuten im Schnitt, also inklusive der Gehaltssteigerung, die sie sonst bekommen haben. jetzt. Ja, und als letztes habe ich noch, dass der Herr Tschetscher, also unser erster Bürgermeister unterwegs war, in Südamerika, und hat konkret mit Chile einen Kooperationsvertrag abgeschlossen über Wasserstofflieferungen. Ja, also das hat mich insofern stutzig gemacht, weil Chile ist auch das Land, wo Porsche und Siemens ihr Palink, ihr E-Fuels Werk planen. Also Chile macht im Moment Also sie haben wohl, sie wollen wohl sehr viel in erneuerbare Energien investieren, und zwar in deutlich größerem Maße, als sie selber verbrauchen. Und da macht wahrscheinlich beides Sinn, sodass du überschüssige Energie kannst du sowohl in E-Fuels als natürlich auch im Wasserstoff sozusagen umwandeln. Ja. Ja, und dann Letzteres über die Weltmeere nach Hamburg schippern. Ja, also das, klar, so wie, wie war das? Wir machen ja jetzt auch irgendwas glaube ich mit Norwegen, dass wir irgendwie, wenn wir Strom überhaben, den nach Norwegen liefern. Ja, die haben Pumpspeicherwerke. und die haben Pumpspeicherwerke. Weil, ne, die haben eben vor allen Dingen Speichermöglichkeiten, die wir nicht haben. Und deswegen macht man mit denen so, ne, also hier so, wir können euch liefern, äh, wenn wir überhaben, liefern wir euch, ihr pumpt eure Pumpspeicher oder sonst was voll und, äh, dafür dürfen wir den Strom uns dann bei Bedarf wiederholen, ja, wenn wir ihn brauchen. Ganz guter Deal. Ja. Gut, du darfst übergeben. Ich darf übergeben. Und zwar ist es, äh, schön, Hamburg und Nerding. Äh, ich hatte wieder einen Ladestations-Fail. Mhm. Und zwar, äh, hab ich heute, war ich heute in der Firma mal wieder zur Abwechslung, weil ich auch einen Arzttermin hatte, zu dem ich später komme. Und, äh, dann lade ich ja mein Auto. Es ist ja, sag ich mal, selbst wenn ich es zuletzt geladen hab in der Firma, bin ich ja einmal nach Hause wieder zurück, lohnt sich schon wieder zu laden. Mhm. Und, äh, stell mich neben den Tesla, von dem ich wusste, dass er da schon seit Stunden steht. Er hatte eine Parkscheibe drin, die schon dreimal abgelaufen war. Er loot auch nicht. Da rege ich mich gar nicht drüber auf. Ich hab mich daneben gestellt und wollte mein Auto laden. Und ich hab ja so eine Karte von Hamburg Energie. Mhm. So eine RFID-Karte. Und ich halt die da ran. Ist ja ein Stromanbieter, für alle, die es nicht kennen. Genau, ein Hamburger Stromanbieter. Lokaler Stromanbieter. Und ich halt den so ran und das Gerät auch so, ja, Kundendaten werden geprüft. Rödel, rödel, rödel. Kundennummer unbekannt. Er so, aha. Okay. Hab ich es noch zwei, drei, ich hab's mehrfach noch probiert. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwie beim Lesen des RFID-Chips irgendwie sich verhaspelt und eine falsche Nummer gelesen aus der Karte. Nichts. Mhm. Ich so. Okay. Jetzt gibt's die Möglichkeit, es ist eine Macke von der Säule, fand ich selber unwahrscheinlich. Ähm, ich hab's, glaub ich, dann auf der anderen Seite noch mal ausprobiert, weil, war ja keiner. Selbes Ergebnis, also es war schon mal, wenn nicht nur das Lesegerät auf einer Seite, sondern die ganze Säule. Ich hatte, ich war mir schon ziemlich sicher, dass das halt, äh, was mit meinem, mit meiner Karte, also nicht mit meiner Karte, sondern mit meinem Anbieter zu tun hat. Aber nun steht auf der Säule ja eine 0800er Nummer, hab ich da angerufen, hab ihm, hab das Problem beschrieben und der so, kann das sein, dass die eine Hamburg-Energie-Karte haben? Ich so, ja, ja, deren Server machen gerne mal, haben gerne mal Aussetzer. Ach so, die Säule ist gar nicht von Hamburg-Energie. Ja, aber es können ja auch andere mittlerweile, oder es können ja auch andere darüber anbieten, aber auch, auch, diese Säule muss ja dann mit Hamburg-Energie kommunizieren und gucken, ob ich berechtigt bin, da zu laden. Und wenn der Hamburg-Energie-Server dann gerade keinen Bock hat, ne, das sind, das sind wahrscheinlich zwei, also der, der, der die Ladesäule wirklich steuert, ist wahrscheinlich ein anderer Server als der, wo die Kundendaten drauf sind. Mhm. Weil, der sagte dann halt, ja, kann ein paar Stunden dauern, also machen sie sich nicht viel Hoffnung, dass es zeitnah wieder funktioniert. Und ich wollte das ja nur wissen, ob es sich lohnt, zu einer anderen Ladestation zu fahren. War mir dann klar, nicht. Und dann hab ich geguckt, was hab ich denn noch so im Portfolio und hab einfach mal geguckt und ich hab ja noch die in der App von einem , äh, Baden-Würgischen, Würgischen, Württembergischen, Stromanbieter, ENBB. Und da hab ich mich auch mal registriert, weil die eben bundesweit, äh, Säulen kennen, mittlerweile auch Europa, Dänemark, was ja nicht geklappt hat auch. Und da wiederum kannst du mit deinem ADAC-Kunden, also als ADAC-Mitglied kriegst du einen günstigen Tarif. Mhm. Und dann hab ich's einfach mit der App versucht. Also mit der ENBB-App, hab gesagt, hier, hallo, ich will hier laden, ich steh hier. Er so, ja, da ist eine Ladesäule. An welcher Seite stehst du denn? Also der hat wieder mir zwei Nummern angeboten. Mhm. Aber die Ladesäule hat nur eine Nummer. Mhm. Also die, das war, ich glaub die 41 34, aber das ist die Nummer von der Säule. Es gibt nicht nochmal eine unteren Nummer. Strich L, Strich R oder so. Jaja, also es stand, in der App stand Strich 0,1 und Strich 0,2, aber was weiß ich. Und dann hab ich, hab ich, ja da genommen, links ist eins. Ja, ich hab dann eine genommen, auf meiner Seite passierte nichts, ich guckte auf die andere Seite, da stand, jetzt können sie hier laden. Dann dachte ich mir, nee, das ist auch scheiße, wenn ich jetzt die Dose benutze, wo eigentlich ja, dann kommt nachher jemand und dann hab ich einfach, Niemals die Strahlen kreuzen. Ja, so ungefähr. Ich hab das schon gesehen, ich hab schon Ladestationen gesehen, wo die Kabel, wo jeder von der falschen Seite, warum auch immer. Und dann hab ich. Aus eben diesen Gründen wahrscheinlich. Ja, vielleicht sowas. Und dann hab ich eben, äh, in der App gesagt, Ladevorgang beenden sofort. Und dann hab ich halt den anderen genommen. Äh, das Geile ist, dass dir in der App steht drin, bitte stecken Sie den Stecker in die Ladestation und drücken Sie starten. Und da wollte ich schon sagen, du Scherzkeks, die Hamburger Ladestationen, äh, da sind die Steckdosen mit so einer Klappe verriegelt. Und dann steht da unter, falls die verriegelt ist, drücken Sie erst auf starten. Ich so, okay, drück auf starten und dann, ne, steht im Display von der Ladestation plötzlich, ja, hier, ne, sie können jetzt laden und dann konnte ich halt, dann hörst du, dass in der Säule so ein Sirrgeräusch, wenn er die Klappe entriegelt und dann konnte ich halt den Stecker anschließen und soweit war ich ja schon öfter. Also jetzt ohne den Klappenmechanismus, aber auch, als ich mal St. Peter Ording versucht hab zu laden oder als, ne, Timdorfer Strand, egal, oder in Dänemark, so weit war ich ja schon und dann hat die App ja auch immer gesagt, ja, hier, ich lade munter. Die Ladestation hat vielleicht auch gesagt, ich lade munter, nur mein Auto hat immer gesagt, nö, hier nix. und diesmal die Ladestation sagte, ich lade und mein Auto sagte, ich werde geladen und alle waren glücklich und zufrieden und dann bin ich halt gegangen und dann kam ich halt, äh, ungefähr zwei Stunden später wieder und dann war ich am Überlegen, normalerweise ist es ja so, Auto aufmachen, innerhalb von zehn Sekunden den Stecker abziehen, die Ladestation merkt das und sagt, alles klar, Ladevorgang beendet. Jetzt hatte ich die Wahl zwischen, mache ich das so oder sage ich in der App beenden und dann habe ich gedacht, Nummer sicher. Nummer sicher, in der App gesagt, beenden, dann sah ich, ich stand an dem, an meinem Auto, weil ich den Stecker ja als nächstes ziehen wollte und dann konnte ich aber sehen, wie auf dem Display stand, Ladevorgang beendet und dann konnte ich halt am Auto den Stecker ziehen, aus der Ladestation den Stecker ziehen. Die war dann mittlerweile schon so weit, so ungeduldig, dass sie sagte, bitte Stecker entfernen. Die war dann schon, sieh mal zu, dass das Kabel hier verschwindet. Aber das hat funktioniert und ich glaube, ich muss noch mal nachgucken, ich glaube, dass das jetzt sogar billiger war, als wenn ich mit meiner Karte geladen hätte. Ich muss noch mal nachgucken, weil die haben ja vor ein paar Monaten hat Hamburg Energie den Preis für die Ladestation, also für das Laden, tierisch angehoben. Hatte ich ja auch erzählt, weil ja die Stadt Hamburg die Ladesäuleninfrastruktur den Stromanbietern kostenlos zur Verfügung gestellt hat und jetzt nicht mehr und der Strompreis gestiegen ist und ich glaube, dann ist es irgendwie von einem Preis, der Größenordnung war, was ich zu Hause für die Kilowattstunde bezahle, zu zweieinhalbfach oder so. Also es ist deutlich teurer geworden, sodass ich schon überlegt habe, vielleicht sollte ich doch lieber zu Hause laden. Nur zu Hause bezahle ich es halt von meinem Netto und wenn ich da lade mit der Karte, die ja auf die Firma läuft, dann bezahle ich das halt von meinem Brutto. Ist die Frage, ob sich das dann echt... Du willst aber nicht, dass zweieinhalbfache Brutto vom Netto haben. Nein, nein, nein. Also so gesehen wäre es wahrscheinlich wirklich fast schon schlauer, wenn ich zu Hause laden würde. Naja, mal schauen. Kommen wir also zu Nerdencoding Podcasting Hacking und da kann ich von meinem Jungferndruck erzählen. Ja. Ja, also es hat ganz gut geklappt. Star Trek ist auch dabei. Star Trek ist auch dabei? Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, also erstmal so ist natürlich alles sehr aufregend, sehr spannend. Wir haben erstmal, da war halt so ein paar Umdrehungen weißes Filament haben die mitgeliefert. Und auf der Speicherkarte, die sie mitgeliefert haben, war außer der Bedienungsanleitung als PDF, was den gleichen Inhalt hatte wie die gedruckte Version, was beides total veraltet war im Vergleich zum Gerät. Also das UI des Geräts ist mittlerweile anders, hat andere Begriffe und sieht anders aus. Also ich hätte gedacht, dass wenigstens die PDF aktualisiert ist, aber die war, wie gesagt, mit der gedruckten Anleitung identisch. Naja, und da hat die gesagt, ja, mach dies, mach jenes. Und die haben dann aber auch gesagt, das weißt du mit dem Blatt Papier und so. Also ich weiß nicht, was die meinten mit der ist ab Werk kalibriert. Weil so richtig ab Werk kalibriert war da nicht. Also wir haben schon tatsächlich dieses Prozedere gemacht, dass ich den Kopf, also es gibt so eine Funktion Home, dann fährt der Kopf einmal an die Ecke und setzt sich ab. Und dann kann ich halt über das Menü ihn an jeden beliebigen Ort fahren, der Platte. Und da kann ich natürlich immer ein Blatt Papier da unterschieben und gucken, wie leicht. Dass es gerade eben hängen bleibt, sozusagen. Genau. Und das ist ja eine Scheiß-Fummelarbeit. Also mit so einem Mini-Inbusschlüssel dann immer. Ach, okay. Ich habe bei mir einfach so, weißt du, so große, per Hand drehbare Schrauben unter der Platte gehabt. Nee, ich habe hier halt, die Platte ist auf diesen Schrauben, da ist eine Feder natürlich jeweils und zwischen Platte und Grundplatte und Druckbett. Ja, und dann habe ich so eine Inbusschlüssel und dann heißt es immer nur eine Viertelumdrehung in die eine oder andere Richtung. Und da wirst du ja echt affig, dann fährst du wieder woanders hin, dann da geht es plötzlich zu leicht, dann drehst du die Schraube wieder ein bisschen in die Richtung, dann schiebst du woanders hin, dann geht es ja wieder zu schwer. Also das ist schon eine ziemliche Fummelarbeit, muss ich sagen. und ja, aber bei... Deswegen habe ich mittlerweile auch so einen automatischen Sensor dran. Also der fährt das Ding ab und misst den Abstand und sagt der Software, okay, hier musst du jetzt einen Millimeter tiefer gehen. Also ganz so schlimm ist es. Also quasi Softwareausgleich. Ja. Aber wir haben dann erst mal stumpf die Datei gedruckt, die auf dem Chip drauf war. Das war schon ein G-Code direkt, ne? Genau, direkt eine G-Code-Datei und das hat er dann perfekt gemacht. Also das hat wunderbar geklappt, funktioniert und vom Ergebnis war ich so eine Winkelkatze. Ohne Winken? Ohne Winken. Und dann habe ich gleich gesagt, so das Erste, was ich überlegt habe, was ich machen wollte, ja, du hast mir doch mal so einen Halter für so einen Rasierer gedruckt. Das ist so ein Bodygroom-Rasierer und die früher, die älteren Modelle, die hatten halt so eine schöne Ladestation und bei dem Neuen steckst du unten das Kabel rein und musst den irgendwo hinlegen. Weil der hat da nichts, was ihn hält. Und dann hatte ich ja so eine Art Zwillingshaken da konzipiert, den hattest du mir ja gedruckt. Nun haben wir unten im Gäste-WC mittlerweile auch so einen Bodygroom und jetzt dachte ich mir, ach, die Datei hast du ja. Zack, gedreht. Ja, und dann haben wir das da reingebaut und dann habe ich das gedruckt, das klappte auch wunderbar. Das war ja dann sozusagen das erste Mal, dass ich selber eine STL-Datei in Cura geladen habe, selber die Parameter eingestellt habe, sowas wie Boden, Infill, Geschwindigkeit, Temperaturen, und so weiter und so fort. Na, Temperatur gar nicht, weil Cura kennt die Maschine. Also einfach PLA genau und dann hat er den. Genau. General PLA als Material und so. Ja, und das hat er auch super gedruckt. Habe ich schon angebaut. Ja, was war das? Drittel? Ja, es war ja nicht so viel. Wir hatten ja nur diesen Kram. Da habe ich doch tatsächlich dann angefangen, diesen Rest auszumessen. Weil Cura sagte mir, für diesen Halter brauchst du zwei Meter und das waren ja so mehrere Umdrehungen und da habe ich wirklich gemessen, Durchmesser von dieser, von diesen Kreisdingern war so viel, es sind so viele Umdrehungen. Aha, es müssten noch so viel Meter sein und wusste dann, dass ich damit noch auskomme. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir, dann hat der Lütte sich so ein paar Sachen aus dem Internet runtergeladen und dann hatte er halt so ein, das soll halt ein iPhone irgendwas sein. und das wird natürlich liegend gedruckt. Und das, ja, das war, ich weiß nicht, ob wir es mit besserer Kalibrierung besser hingekriegt hätten. Es hat sich ja nur an zwei Ecken gelöst. Also vielleicht, wenn die beiden Schrauben, die sozusagen zu den beiden Ecken, die sich abgelöst haben, wenn ich die vielleicht ein bisschen rausgedreht hätte, da die Platte ein bisschen höher gewesen wäre, vielleicht wäre es dann, hätte es sich nicht abgelöst und gewarpt. Aber gut, wir haben dann noch mal was anderes, so eine Figur, also ich sag mal, wie so eine Statue, die hat er wieder perfekt gedruckt. Aber das dauert ja. Ja, das ist was für über Nacht oder so. Ja. Was Größeres auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt halt mir was drucken, weil das Ding hat einfach an der Seite so einen rechteckigen Auslegerarm, wo die Spule draufliegt. und ich hätte gerne etwas, wo die Spule ein bisschen höher und auf was Runderem liegt, um so den Abrollen widerstand, weil jetzt, wo die noch so voll sind, die Rollen, mache ich mir Sorgen, ob der es schafft, weil der zieht ja an dem Filament und dadurch dreht er ja die Spule. Ja. Das ist alles, also am liebsten würde ich mir was bauen, dass die Spule auch nicht um 90 Grad gedreht zum Einzugs, ne, also Singiverse gibt's ja 5 Milliarden Sachen, die du drucken kannst. Ja, aber dann nimmt das wieder so viel Platz weg. Gerade ist es so schön, das Ding passt hier, ich guck da gerade drauf, das steht hier halt auf meinem Schreibtisch mit drauf. Ja, müssen wir mal, müssen wir, also ich werde jetzt, wie gesagt, mir so einen Spulenkern drucken, wo ich hoffe, dass er die Spule ein bisschen leichtgängiger macht, damit ich Vertrauen habe, dass der Extruder es selber schafft, immer schön, das Filament sich zu ziehen. Aber das hatte ich ja auch schon geschrieben, das sagt es ja schon du, das erste, oder mit die ersten Sachen, die man mit seinem 3D-Drucker druckt, sind Sachen für den 3D-Drucker. Ja, also die man unter den Drucker gar nicht bräuchte. Ja. Aber es arbeitet schön, arbeitet relativ leise, kriegt feine Strukturen gut hin. Problem bei der, bei der Ein-Statue, die wir gedruckt haben, war halt, dass, da war sehr viel Stützzeug und beim Abmachen dieses Stützzeugs ist dann auch leider was abgegangen, ja, was nicht hätte abgehen sollen. Das finde ich auch, ist also die eigentliche Kunst des 3D-Drucker, die Dinge so zu modellieren, dass man möglichst nichts braucht an Stützzeug, das geht natürlich nicht immer. Und wenn dann vielleicht irgendwie so, dass man das eben dann auch wirklich losgelöst kriegt, dass es dann nicht, die Verbindung nicht zu stark ist. Das war eigentlich auch die Hoffnung für meinen 2-Spulen-Drucker, hat sich aber nicht so erfüllt, weil es gibt spezielles Stützfilament, was du dann sehr einfach abmachen kannst. Ach so, was so schön wegbröselt. Aber das ist halt so scheiße teuer, dass ich das noch nicht gekauft habe, weil das war es mir dann doch nicht wert. Gibt es auch wasserlösliches, dann machst du das Ding einmal kurz ins Wasser und das, was stützt war, ist weg. Das ist natürlich richtig cool. Ja, von den D-Den ist natürlich ziemlich cool. Was ich ja nochmal, das hatte ich, davon hatte ich erzählt, ich weiß nicht, ob das das P-I-T-G ist, ich habe nochmal P-I-T-G gelesen als Filament, ob das dieses Zeug ist, was so ein bisschen voll-pubiartig ist. Nee, das ist nicht. Also P-I-T-G ist tatsächlich stabiler und also es gibt einfach nur P-I-T, das G macht es dann wieder leichter zum Drucken, weil es niedrige Temperaturen hat. Also ohne G kannst du es quasi zu Hause fast nicht machen. Ach so. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, wer ist ABS? Nee, ABS war glaube ich auch hart. Es gibt auch andere Materialien, die sind so richtig, wie du eben schon hattest, so als Handy Umschmieg-Ding, so richtig flexibel gibt es auch. Habe ich aber auch noch nie mitgedruckt. Hier steht TPU plus TPE. Das ist das so. TPE, Druckobjekte aus flexiblem Filament. Ja. Da müsste ich halt... Ich stelle mir auch da wiederum vor, gerade so Sachen, die überhängen, wie man das hinkriegt dann. Weil gerade wenn du nur ein Material hast, dann ist ja dein Support dann auch gummiartig. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich schwierig. Ich hatte aber eigentlich noch keine Verwendung für sowas. Ja. Ja, die Frage ist halt, ob dieses, ob das jetzt wieder besondere Anforderungen stellt. Also wenn, es sind immer Temperaturen, das ist immer die Frage. Brett und, also Bett und die Düse. Die müssen es halt immer können. Ja, aber hier steht Schmelztemperatur 190 bis 230 und Heizbett 30 bis 75. Ah, siehste, dann müsste es theoretisch gehen. Das ist ja alles nicht so umwerfend. Nicht herausfordernd, großartig. Gut, was warst du? Ich bin gehackt heute mal wieder. Ich bin mal wieder pfohnt. Pfohnt. Schon wieder, diesmal von Plex. Also Plex ist ja so ein Video-Abspiel-Media-Center-Gedöns, mit dem ich eh nicht sogar zufrieden bin, weil das irgendwie immer, hat plötzlich die Daten wieder verloren. Und wobei, ich glaube, mir ist es mehr die App im Fernseher als der Server. Der Server ist ja auf meinem NAS und auf dem Fernseher habe ich halt eine App, um es abzuspielen. Was mich immer meist genervt hat, war, das Ding funktioniert nicht, wenn du offline bist. Also ohne Internet, was natürlich doof ist. Ich weiß, ich habe den Player lokal im Netz und ich habe die Daten lokal im Netz und kann es trotzdem nicht nutzen, wenn das Internet weg ist, was ja eigentlich völlig unvernünftig ist. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt gar nicht. Ja, die sind tatsächlich gehackt worden. Klassische Daten-Lag, Username, also Benutzernamen, Echtname und gehashedes Passwort. Ja, von sehr, sehr, sehr vielen Nutzern wohl quasi abgegriffen worden. Ich habe direkt quasi erst mal ein Passwort gewechselt online und dann auch direkt den Account gelöscht. Auch, dass du einen Account brauchst, ist ja eigentlich total nervig, wenn eine Sache, die du lokal nutzen möchtest. ja, werde wahrscheinlich jetzt mal gucken, ob ich auf Kodi wechsle oder so. Cute. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das mitgerichtet hattest, es gab irgendwie ein bisschen Trouble mit dem E-Rezept und es soll ja jetzt, dass man nicht mehr, also wir hatten ja gerade letztes Mal das Thema mit der AU, der Arbeitsunfähigkeit Bescheinigung, das soll ja jetzt auch mit dem Rezept so gehen, dass man eben nicht immer ein Stück Papier in die Hand bekommt, dass man dann dem in der Apotheke abgibt, sondern dass das alles so auch ein bisschen digitaler erfolgt. Ja, und vor allem auch, wie viele in unserem Alter muss ich auch regelmäßig Medikamente haben, quasi jedes Mal anzustellen und nur dieses Rezept abzuholen, wo jetzt Leute quasi im Flur stehen, wäre natürlich viel angenehmer, wenn ich einfach nur warten muss, dass die E-Mail kommt, ich damit dann quasi zur Apotheke kann. Ja, und da ging nämlich irgendwie rum, da wurde behauptet, dass das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein die Nutzung des E-Rezepts in Schleswig-Holstein untersagt. Und natürlich alle so, oh, dann muss das ja eine totale Katastrophe sein. Und jetzt hat sich dieses unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein zu Wort gemeldet. Nein, das haben wir so nicht gesagt. Weil entweder läuft das über eine kompatible Gesundheitskarte und der E-Rezept-App oder alternativ für Oma, die kein Smartphone hat, kann ein Ausdruck erfolgen. Und da ist dann so eine Art QR-Code drauf, was dann halt in der Apotheke eingescannt wird und naja, du hast zwar immer noch Papier, aber es geht ein bisschen digitaler. Also es muss nicht der Apotheker vom Rezept abtippen, Ibuprofen 200 oder so. Brauchst du kein Rezept. D-Crystal 20.000 EE. Whatever. Rezeptpflichtig, deswegen sage ich das. So, und denen ging es nur darum, dass eben die beiden Wege Punkt, aber was man halt nicht machen darf, ist diesen QR-Code oder diesen Data-Matrix-Code, sie schreiben hier ähnlich einem QR-Code, dass man den jetzt nicht irgendwie jemanden zukommen lassen darf auf unsicherem Wege. Also wie gesagt, ausgedruckt, in die Hand gedrückt, ja, aber eben nicht, hatten wir vorhin das Thema, nicht per E-Mail. Faxen wäre wahrscheinlich wieder okay, aber eben nicht per E-Mail, weil du bei E-Mail nie weißt, wer die liest, wo die landet und so weiter und so fort und dann geht jemand irgendwie mit einem Data-Matrix-Ding in die Apotheke und zieht sich da irgendwelche Sachen, die er gar nicht haben sollte. Vielleicht aus Gründen. Also das war wieder so, ja. Also mit App, als App gibt es quasi einen sicheren Weg. Ja, genau. Und alternativ gibt es halt den gedruckten QR-Code, den du dann aber gedruckt jemandem in die Hand gibst und nicht. Also ich würde sagen, wie bisher am Endeffekt. Genau. Also hier steht eben, ein Versand per Postkarte würde dem nicht genügen. Ach was. Da wird ja oft gesagt, E-Mail schreibt nichts in die E-Mail, was du nicht auch auf eine Postkarte schreiben würdest. Außer, steht hier auch, sie ist Ende zu Ende verschlüsselt. Postkarte. Äh, E-Mail. Gut. Ja, mach du doch einfach weiter. Ich hab ein neues Spielzeug. Ich fang mal im Garten an. Also es ist ein bisschen was Nördliches aus dem Garten. Ich habe ein Aquablum. Das ist der Bruder von Orlando Bloom. Oder die Schwester. Aquat klingt ja Aquaman. Nee, das ist, also ich habe ja schon eine Anführungsstrichen relativ normale Tropfanlage. Also einfach ein bisschen nicht viel mehr als ein perforierter Schlauch im Endeffekt, der im Boden liegt. Der halt einen Timer dran hat, damit ich dann regelmäßig die Blümchen betropft werden. Was ich nicht habe, also was ich zusätzlich habe, ich habe halt auf dem Balkon, auf Terrasse, sorry, bei mir ist es so ein bisschen beides, auf der Terrasse so, ja, so Blumenpötte. So relativ hohe Blumenpötte, so einen Meter hoch, so Rathangedöns. So ein bisschen auch als Windschutz rechts und links, also richtig fest gedübelt. Und da sind da Blumen drin. So, und da habe ich natürlich keinen Tropfschlauch drin liegen, so einen großen, also der hat ja Durchmesser von normalen Schlauch. Deswegen habe ich mir jetzt einen Aquablum besorgt. Das ist so eine Tropfanlage und mit sehr, 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 sehr dünnen Schläuchen, die wirklich nur so vor sich hin tropft. Und das Schöne dabei ist, der braucht keinen Wasseranschluss und braucht keinen Stromanschluss. Da kann man sich fragen, wie soll das funktionieren, eine Blume zu betropfen ohne Wasseranschluss? Im Prinzip zieht er sich das aus dem Eimer raus. Du musst schon irgendwo Wasser haben, aber du musst halt kein Wasser mit Druck haben. Das heißt, du kannst es relativ gut an beliebiger Stelle aufbauen. Ich habe natürlich direkt daneben habe ich einen kleinen Teich, der wiederum, wenn er zu leer wird, automatisch gefüllt wird über so einen Schwimmer, so einen ganz billigen 2-Euro-Ebay-Schwimmer, den ich mir gekauft habe. Also wenn er zu weit runter sinkt das Wasser, dann gibt es halt ein bisschen Wasser aus dem Wasserhahn, dann füllt er sich wieder auf. Aber das Ding habe ich quasi einfach da reingekippt, also so ein, das Pumpende mit ordentlichem Filter drumherum, weil das ist, nur mal gucken, eigentlich ist es halt für Regenwasser gedacht und nicht für Teichwasser, aber ich glaube, der Teich, ich habe meine Algen bin ich losgeworden mittlerweile. Es ist sauber genug. Ja, und das Ding hat einen kleinen Solarkollektor drin und damit zieht er sich halt auch seinen Strom. Da waren wie so drei AA-Akkus drin, also AA-Batterie mäßig als Akku, also auch austauschbar. Genau, und habe jetzt meine Balkonpflanzen quasi automatisch bewässert. Was jetzt nicht ausschließlich daran, nicht dass ich so faul bin, dass ich das gemacht habe. Der Gedanke ist mir, wenn ich dann wirklich mal so zwei, drei Wochen mit dem Rad oder so unterwegs bin, dann werden halt die Blumen weiter gegossen und veränden dann nicht elendig. Das Ding ist eigentlich sehr simpel gemacht. Du hast den Schlauch rein, du hast den Schlauch raus und da kannst du eben beliebig, du hast das ganz dünner, flexibel schlauch, du schnippelst einmal durch, hast ein Teestück drin mit so einem Tropfer und dann schneidest du das Ding so zurecht, wie du es gerne hättest. Und dieser Solarkollektor ist auch relativ klein. Der hat da eine Drehscheibe dran, wo du sagen kannst, im 24, 12 oder 72 Stunden Rhythmus jeweils 5, 10 oder 15 Minuten bewässern. So, dann drehst du einmal auf den richtigen Punkt, kannst an und aus, gibt es natürlich auch, dann halt schon zum Testen. Ja, und dann zieht er sich, das ist natürlich relativ wenig, was er am Wasser braucht, weil er tropft ja nur ein bisschen vor sich hin, ist ja auch nur ein Blumenpot und ja, funktioniert einwandfrei. Und was ich tatsächlich sehr cool finde, also gut, Gardena ist natürlich oft, ich glaube meistens, eigentlich viel zu überteuert für das, was es bietet. Also da gibt es natürlich immer sehr viel günstigere Varianten. Was ich immer sehr gut finde, bei dem habe ich gesehen, du kannst dir wirklich jedes einzelne Element von dem Ding als einfach im Onlineshop als Ersatzteil besorgen. Du kannst dir den Solarcomputer einzeln kaufen, du kannst den Schlauch einzeln kaufen, du kannst den T-Stücke einzeln, du kannst dir selbst diesen Filter, der im Wasser liegt, kannst du einzeln bestellen. Und das finde ich natürlich nicht schlecht. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen Verlängerungsschlauch besorgt, weil ich dann eben noch ein paar andere mit dranhängen möchte. Ja, und das Ding tropft ja so vor sich hin. Ja, das hatte, ich glaube Mike Zitz war das auf Twitter, der hatte auch, der hatte so ein, ach, weißt du, so ein, wie nennt man das, so ein Gießcomputer? Also was du so an den Wasserhahn schraubst, so ein Kasten mit Display und wo du einen Schlauch anschließt und der dann immer ab und zu Wasser durchlässt. Und da hat auch irgendwie, irgendwie hat er den Geist aufgegeben und er hat den auseinandergeschraubt, hat entdeckt, welches Teil kaputt ist und konnte das auch das spezielle kleine Teil bestellen, einbauen und funktioniert wieder. Also so, ja, Gegenteil von... Ja, also der Hintz ist gerade echt gut, dass du eben nicht, also nicht so nur Elektrogeschrott machen, sondern wenn, dass du tatsächlich Dinge auch reparieren kannst und die Satzteile auch kriegst, als Normalsterblicher, ja. Ja. Was natürlich noch ein Nachteil ist von dem Ding, gut, das liegt wahrscheinlich in der natürliche Sache, das Ding ist ja, ist auch gedacht als Urlaubsvertretung sozusagen, ne. Dementsprechend ist natürlich nicht frostfrei. Also im Winter muss man das Ding halt reinholen. Was aber einfach geht, man kann jetzt zwei Schläuche abziehen, hat das Ding dann in der Hand und man hat ja eben kein Stromkabel dran oder sonst was, ne, sondern, äh, und dann, dann nimmt man es halt, das hat nicht vergessen. Hm. Okay. Ja, wir gießen noch selber. Gut, ja, dann gab es noch einen Tipp von Andi und zwar, äh, für alle Fans des Retro-Computings, es gibt das Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn. Das ist, da kommen wir da nochmal zu, also, zu dem, zu der Stadt. Achso, zu der Stadt, ich wollte gerade sagen. Und das Heinz-Nixdorf-Forum ist so schon immer eine Reise oder ein Besuch wert, weil, waren wir beide ja auch schon. Schon, ich schon. Ne, ich nicht. Warst du nicht mit deinem Lütten mal? Wait, Entlissen. Ja. So, und er hatte halt vorgesch, ähm, Andi hatte das nochmal erwähnt, weil, also, abgesehen davon, dass eben die, die, die Dauerausstellung interessant ist, ne, Computer und so, technisch, Heinz-Nixdorf, verbindet man ja mit, ne, Nixdorf, Siemens, Geldautomaten und so. Ähm, am 2. Oktober, ist ein Sonntag, ist, äh, Eintritt frei, weil da eine Retro-Computer, ein, das Doreco, das Dortmunder Retro-Computer-Treffen ist. Mhm. Und, ja, da kommen dann halt die Leute mit ihren Steinzeit, äh, Rechnern, Konsolen und allen Gedöns, bauen das da auf und man kann sich das mal angucken. Mhm. Sowas ähnliches haben da Lütte und ich mal gemacht, wir waren ja mal in Berlin und da waren wir im Technischen Museum in Berlin und da war auch gerade so ne, aber da war es, ne, war auch so Retro-Computing, nicht nur Gaming, sondern generell so. Mhm. Das Heinz-Nixdorf-Museum, wir waren fast schon da. Also, wir hatten schon uns überlegt, wie wir da hinfahren. Wir hatten uns schon ein Hotel ausgesucht. Wir waren kurz davor, das Hotel zu buchen und dann kam Corona. Ah. Mhm. Weil damals war eine Ausstellung zum Thema, eine Sonderausstellung zum Thema Raumfahrt, Weltraum und Raumfahrt und die wollten wir, also die war für uns damals der Anlass, uns das anzugucken und von der hatte nämlich Radio Mono, ist ja ein Podcast von äh, Martin Rützler, da war er mit, ich glaube, Sastigl und war noch mit jemandem da, na jedenfalls, die waren dort und haben davon berichtet und das hat uns halt so, äh, war unser Interesse geweckt, dann dachten wir schon, Mist, äh, ist vorbei, die Sonderausstellung, dann wurde die verlängert und als wir dann endlich hinwollten, war dann schon Corona mit allem drum und dran so weit fortgeschritten, dass wir gesagt haben, oh nee, das lassen wir mal lieber. Mhm. Ne? Und jetzt wäre das natürlich mal ein Anlass, das Problem ist, ich werde nicht zu diesem Anlass da hinfahren können, weil an dem besagten Tag mein Vater seinen 80. Geburtstag hat und feiert. Oh, können wir auf dem Tag feiern. Ja, oder auch nicht. Aber wie gesagt, falls irgendjemand anders, äh, da, äh, Interesse hat, äh, wie gesagt, das Heinz-Nixdorf-Forum ist generell, glaube ich, ein Besuch wert und wäre so auf Retro-Konferenz. Ich fand es interessant, ja. Auf jeden Fall, ja. Aber uns war es auch noch dazu, dass eben auch, auch so alte Schreibmaschinen und sowas, was in dem Fall interessant für uns war, weil meine Mutter, Büro-Technik unterrichtet hat, als sie noch aktiv war. Also deswegen, und sie kannte eben auch die ganzen alten, die ganzen alten, wahrscheinlich nicht persönlich, aber viele alte Schreibmaschinen und sowas auch noch. Ja. Ja. Was hast du noch? Gut, ich mache mal wieder weiter, meine Sachen, die ich mir gekauft habe. Wir hatten ja letztes Mal schon angefangen, den ersten Teil von Bolt. Mein Fahrrad-Kopidor. Ja, stimmt. Da möchte ich jetzt nur den zweiten Teil ergänzen, weil letztes Mal hatten wir ja quasi nur das Unboxing gemacht. Ich habe den jetzt mittlerweile ein bisschen auch benutzt schon. Finde ich, den läuft beim Laden. Ach so, stimmt. Also ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die man kann. Erstens tatsächlich, was mir richtig positiv aufgefallen ist, ist echt dieses Display. Die Sonne kann da draufknallen wie verrückt und du kannst das immer noch richtig gut ablesen. Was ja echt oft so ein Nachteil ist von den Fahrrad-Computern. Das klappt mit dem Ding echt gut. Und dann, was ich auch wichtig finde für meinen Einsatz, wenn ich es einmal länger nutzen möchte, du kannst es tatsächlich einfach an eine Powerbank hängen und der funktioniert einfach weiter. Das ist ja auch nicht bei allen Geräten immer so. Ja, also du kannst ihn aufladen, dann, das juckt ihn nicht, er macht seine Funktion trotzdem weiter, wie er kann. Ich habe dann mittlerweile auch schon mal den Pulsmesser angeklemmt, also das wäre ein normaler Brustgurt. Da kannst du auch, du hast oben so eine Reihe von LEDs, da kannst du sagen, was sie machen sollen. Zum Beispiel auch, zeichn mir doch an, in welchem Pulsbereich ich mich gerade befinde. Finde ich irgendwie ganz nett. Aber wenn du dann navigierst, dann springt er quasi in der Zeit, das macht er auch farblich, das sind so farbliche LEDs, ich glaube so zehn Stück, einfach waagerecht. Wenn du dann navigierst, dann springt er quasi zwischendurch mal auf weiß um und macht da so einen Knight Rider. Weißt du, so von links nach rechts, dann musst du halt rechts abbiegen. Wenn er von rechts nach links so, also ohne Geräusch logischerweise, dann musst du halt links abbiegen und funktioniert einfach sehr intuitiv das Ding und wie gesagt, auch die Navigationskarte ist top. Man muss sich noch ein bisschen reinfummeln, weil man kann einfach viel zu viel einstellen, wie immer. Also ich hab dann zum Beispiel, okay, zeig mir doch mal neben der Karte, zeig mir zusätzlich an, wie viele Meter bis zur nächsten Kreuzung und so weiter. Hab dann mit das halbe Display mal vollgeballert mit irgendwelchen unnötigen Werten, dass ich die Karte quasi nicht mehr erkannt habe. Und dann gemerkt habe, ach, wenn ich kurz vor der Kreuzung bin, zeig dir sowieso über der Karte nochmal an, wie viele Meter ich da noch habe. Solche Geschichten. Aber ansonsten, ja, richtig cool. Dann hatte ich noch, einen Bug hatte ich noch, einen vermeintlichen. Das Ding ist immer, ich mach das Ding aus, es steht wieder auf Meilen. Ich sag, ach du Schande, ne, Bug, Mist, was ist denn da womit los? Ich hab's probiert, ich hatte, ich war mir sicher, es ging mal richtig, da hab ich Update eingespielt, nachdem ist ja, ich fahre alles toll, machen aus, muss wieder ins Einstellung gehen, Einheiten auf Kilometer. Bis ich dann rausgefunden habe, ja Moment, in meiner App vom Smartphone hab ich aus irgendeinem Grunde Imperialis, heißt das Imperialis, Imperisches? Und wenn das Handy in der Nähe ist, dann überschreibt er wohl die Einstellung in dem Gerät. Also muss, nach dem Motto, Handy. Wahrscheinlich gibt's einen Grund, also man muss ja entscheiden, wie macht man das, entweder überschreibt der eine Wert den anderen oder so rum und nachdem ich's einmal wusste, hab ich's halt auch immer in der App im Smartphone richtig eingestellt und dann musst du auch gar nicht mehr auf das Gerät rumfummeln. Das ist wahrscheinlich mehr so gedacht, wenn du jetzt aus irgendeinem Grunde während dieser Fahrt irgendwas anderes haben möchtest, dann stellst du's ja eben schnell im Gerät um, aber sobald es ausschaltet, übernimmt er quasi wieder die App-Werte, sofern er denn ein Handy findet. Ja, da hab ich erst lange rumgefunden, ich dachte, bin ich denn blöd? Endeffekt war es ja auch ein bisschen, aber wie gesagt, die Smartphone-App überschreibt dann quasi ungefragt im Hintergrund immer wieder die Einstellung von dem Gerät, wenn das ausgewandert ist. Aber an sich, das funktioniert komplett auch ohne Handy und auch Navigation. Ich hab, der Komoot hat er synchronisiert sofort und auch zwischendurch hab ich mal einen neuen Adress eingegeben. Direkt an dem Gerät, das geht richtig gut. Also, bin da sehr zufrieden mit dem Ding. Klingt gut. Ja. Ja, dann, ich hab's genannt, Akku, die dräufzigste. Es gibt ja immer wieder Meldungen von irgendwelchen tollen, neuen Akkus. Gut, natürlich, bis zur Marktreife vergeht immer ein bisschen Zeit. Aber jetzt gibt's ja wieder eine neue Meldung vom MIT. Die haben jetzt, die haben nun wirklich, also wenn das wirklich in der Praxis und so weiter und so fort, das wär echt super, weil die haben, normalerweise hast du ja immer irgendwas. Entweder du hast Materialien, die sehr selten oder schwer abzubauen sind, Mangelware sind, sei es Lithium, sei es dies, sei es das, Kobalt oder und jetzt hat man das Gefühl, die haben jetzt Sachen genommen so, was haben wir denn, was haben wir denn zuhauf? Zurück in Zukunft zwei. Wir suchen dann die Müllschweine durch. Ja, genau. Schmeißen es da rein. Und die haben tatsächlich jetzt es geschafft, die nehmen Aluminium, gut, Aluminium, nehmen Aluminium, klar, das ist nicht, da brauchst du auch natürlich, den Rohstoff brauchst du auch und so, aber ich sag mal, Aluminium haben wir glaube ich reichlich im Verhältnis zu solchen Sachen. Das ist halt energieintensiv, aber gut, in dem Fall vielleicht nicht, weil die wollen ja kein Gerüst bauen oder sowas. Dann Schwefel, Schwefel steht hier, ist ein Abfallprodukt, wenn du Erdöl raffinerierst, raffinerierst, ja, raffinierst, raffinierst, genau, dann fällt oft Schwefel an und Salz. Okay, das sollte auch kein großer Mangel existieren. Also jetzt nicht unbedingt energiell, aber irgendein Salz, irgendwas Salzartiges, so chemisch muss es halt Charakter Salz haben. Und aus diesen drei Sachen haben die irgendwie eine Batterie zusammengeklöppelt, die schon jetzt in diesem frühen experimentellen Stadium eigentlich gut funktioniert. also die, Mehrfachladen angeht und Temperatur unabhängig und ja, das und vor allen Dingen auch jetzt unempfindlich gegen so was sonst so hier Kurzschlüsse und Feuer und so auch nicht. Aha. Ja, also eigentlich, wo du sagst, perfekt. Ja. Muss man jetzt schauen, ob sie jetzt aus diesem experimentellen Stadium es schaffen, das vielleicht tatsächlich mal irgendwann zu Marktreife zu bringen. Aber es ist mal In IT ist ja tatsächlich auch, da kann man auch ausgehen, dass es auch hat auch Substanz, was sie da veröffentlicht haben und nicht irgendwie einer hat was behauptet und hat ein Startup gegründet, sondern dass das wahrscheinlich auch alles mehr oder weniger hat. Gut, ob es dann nachher wirklich, vielleicht gibt es dann doch Nachteile, wie wiegt zu viel oder irgend sowas. Aber ja. Hier in dem Artikel wird am Ende noch die Frage geklärt, ob das Ding dann nach verfaulten Eiern stinkt, wird dann beantwortet mit Nein, weil es ist geschlossen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe doch, dass generell Akkus, die lösen sich ja nicht auf. Da muss sie ja, damit da irgendwie ein Produkt bei entsteht. Da wird dann gesagt, wenn sie einen Lithium-Ionen-Jakku aufmachen würden, was sie bitte nicht machen, dann würde es auch stinken. Ja. Aber sollte man aus vielen anderen Gründen sowieso nicht machen. Kondensatoren können quasi auch viel Schwefel stinken, wenn die jetzt mal hochgegangen sind. Gut. You have? Ja, ich habe mal wieder was zu Herrn Musk. Elon. Genau. Der hat jetzt vor Gericht, also verloren noch nicht, es geht auch immer um die Übernahmegeschichte von Twitter. Und der muss jetzt seine Investoren benennen, hat das Gericht entschieden. also die damals mit investieren wollten in Twitter, das dann da, wohl um festzustellen, aber wir nicht überhaupt Interesse hatte, das Ding zu kaufen. Er sagt, oh, das wäre viel zu aufwendig, alle zu nennen, die, ich glaube, mehr als 9 Millionen ausgeben wollen. Aber hat das Gericht so gesagt, die Arbeit, die kann man sich da, wo man machen und die muss dann jetzt quasi auf den Tisch legen. Ja, das muss ja auch irgendwo vorliegen. vertraglich, das ist ja nicht Hamburger Kaufmann mit Handschlag und sowas beim Twitter-Kauf. Ja. Ja gut, dann berichte ich jetzt mal von dem Grund, warum die Aufnahme hier unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Und zwar habe ich richtig, richtig Spaß mit Dell. Wir erinnern uns, das ist schon eine Weile her. Oh, das haben wir noch. Ja. War die Geschichte mit der Tastatur und dem Touchpad. Die beide irgendwann, nachdem ja der letzte Wechsel, Hauptplatinenwechsel vor acht Wochen oder so, muss es ja funktioniert haben, weil ich habe da mindestens einmal mein Passwort eingeben müssen über die Tastatur. Nur dann habe ich das Ding ja wieder, wie es hier üblich ist, an alles Externe angeschlossen. Wann die Tastatur den Geist aufgegeben hat, weiß ich nicht. Ich habe es ja dann in Dänemark im Urlaub gemerkt. Und dann hatten wir uns ja geeinigt, ich melde mich nach dem Urlaub bei Dell und dann habe ich gesagt, so, jetzt könnte jemand kommen und dann hieß es, ja, der kommt dann und dann. Und dann ist es so, wir haben Zeitfenster sechs Uhr, nee, acht Uhr, acht bis 18 Uhr. Acht Uhr morgens, sechs Uhr abends. Und dann sitze ich hier und warte darauf und irgendwann klingelte mein Handy, unbekannte Handynummer, und ich habe es aber zu spät mitbekommen, dass mein Handy klingelte und konnte das Gespräch nicht annehmen. Ich würde darauf wetten, dass das der Dell-Techniker war, der sein Erscheinen ankündigen wollte. Und dadurch, dass ich nicht rangegangen bin, hat er wahrscheinlich gesagt, gut, dann mache ich jetzt erstmal einen anderen Fall, also dann nehme ich den nächsten in meiner Liste oder so. Und irgendwann war es dann aber schon später Nachmittag und dann dachte ich mir, also jetzt ist es schon fünf, theoretisch könnte er bis um sechs kommen, aber das schafft er doch heute gar nicht. Und wenn, dann habe ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Irgendwann will ich, und dann konnte ich zu dem Zeitpunkt noch bei Dell, ich kriege da ja so eine Auftragsverfolgung, und da ist so ein Botten-Termin verlegen. Und da steht, bis der Techniker bis da steht, Techniker ist unterwegs, so lange können sie den Termin noch verschieben. Habe ich gesagt, ich verschiebe diesen Termin von, ich glaube, Montag auf Mittwoch oder so. Oder was auch immer. Und hat das System gesagt, ja wunderbar, ist jetzt verschoben auf diesen neuen Tag. An dem Tag passierte gar nichts. Kein Anruf, kein gar nichts. Nada. Als dann es wieder so kurz vor sechs war, dachte ich mir, naja, vielleicht kommt der ja doch noch, und das möchte ich, also verschiebe ich wieder den Termin. Hat das System auch akzeptiert, hat den Termin wieder verschoben, ein, zwei Tage. Kam wieder keiner, und an dem Tag habe ich auch nichts gemacht. Also ich habe nichts gemacht, es rief keiner an, gar nichts passierte. Und dann habe ich irgendwann den Day Support geschrieben, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich habe einmal den, oder ich habe zweimal den Termin verschoben, weil sich keiner meldete, oder einmal den Anruf verpasst, und jetzt passiert irgendwie gar nichts mehr. Ich verschiebe den Termin immer weiter, immer weiter, weil der Tag ja dann irgendwann um ist, aber es ruft keiner an. Und dann stellte sich raus, dass die wohl ein Problem in ihrem Backend haben. Da hieß es dann, ja, wir haben jetzt hier ein Support-Ticket an unser Backend eröffnet und so, und es passierte dann aber wieder tagelang nichts, oder es reichte, wenn einen Tag gar nichts passiert, man erwartete, dass mal was passiert, und dann wurde ich wieder vertröstet. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, jetzt reicht es so langsam, weil ich möchte, dass das irgendwann mal abgehakt ist, das Thema. Es störte mich ja überhaupt nicht in meinem Alltag. Ich wollte es ja nur mal behoben haben. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir machen jetzt einfach einen neuen Termin. Wir machen einen neuen Techniker-Auftrag und dann ist das halt so. Habe ich gesagt, gut, dann machen Sie das. Das nächste, was ich bekam, war eine E-Mail, Ihr Termin wurde storniert. Ich so, super, klar, gut war der. Und dann hieß es ja, hier, neuer Termin kommt dann und dann. Dann sollte, das war Mittwoch letzter Woche, sollte der kommen. Ich wartete hier am Mittwoch, du merkst schon die Formulierung, sollte der kommen, und dann klingelt mein Handy, aber keine Handynummer ruft an, sondern eine Düsseldorfer Fest, Netznummer, die irgendwie fünf und zig Nullen nur dahinter. Ja, Dell hier, der Techniker schafft das heute nicht, kann der morgen kommen? Ich so, okay, dann kommt er halt morgen. Ja, gut, der Techniker kommt morgen. Am Donnerstag, letzte Woche, klingelt mein Handy, eine Handynummer, ich gehe ran, hallo, hier ist der Dell-Techniker, ich würde, könnte in der Stunde bei Ihnen sein. Ich so, super, passt mir perfekt. Stunde später ruft er wieder an, ja, ich stehe vor Ihrer Tür, denke ich so, warum klingelst du da nicht? Vielleicht wusste er nicht genau, welche Haustür, er stand dann auch so in der Mitte, weißt du, wir sind so ein Doppelhaus, wo die, du weißt ja, wir haben ja so zwei Haustüren so nebeneinander, und wenn man da nicht genau guckt, dann weiß man nicht, wo ist A, wo ist B. Habe ich ihn reingelassen, habe ihm mein Notebook hingestellt. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt die Geschichte, er steht in einer völlig falschen Stadt. Nein, 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 okay. Nee, nee, er stand schon vor der Tür, und dann fing er an zu schrauben, und ich wusste ja, das dauert ewig und drei Tage, hat der andere ja schon gesagt, dass mein Notebook so sauschwierig zu zerlegen ist. Hm. Ähm, irgendwann meldete er sich und sagte, äh, ich brauche mal das Netzteil. Ich so, aha, fragte mich wieso, weil der Akku war randvoll, und zum Testen kann er ja einmal mit Akku das Ding hochfahren. Dann habe ich ihm das Netzteil gebracht, und dadurch habe ich mitgekriegt, weil er hat das angeschlossen, hat die Power-Taste gedrückt, nischt. Keine Reaktion. Aha. Ja, hat er das Ding wieder einmal komplett auseinandergenommen, oder halbwegs auseinandergenommen, und wieder zusammengebaut, und da fuhr es dann hoch. Hm. Und man hat sofort gesehen, beim Hochfahren, zack, Tastaturbeleuchtung sprang an. Das hat bei der anderen ja auch nicht funktioniert. Weil, ach so, das war noch die Krönung. Er sagte nämlich, ich sagte so, ja, hier, ich habe Ihnen das, das Gerät, habe ich ihm gebracht, da war es eingeschaltet. Hier sehen Sie ja, Tastatur reagiert nicht, ne? Und er so, aha, ja, ich habe hier gesagt bekommen, das Ding fährt gar nicht hoch. Ich so, nein, wie Sie sehen, es fährt wunderbar hoch, nur die Tastatur funktioniert nicht, und das Touchpad funktioniert nicht. Er so, ja, ich habe jetzt aber eine neue Hauptplatine. Ich so, ja, die sollte auch von vornherein gewechselt worden. Ja, aber wenn es nachher an der Tastatur liegt, dann bringt die Hauptplatine vielleicht nichts. Ich so, ja, also offensichtlich haben die irgendwie einfach gesagt, für den, für diesen Ersatz-Service-Auftrag haben sie einfach gesagt, geht nicht, bau neue Platine ein. Und so ist der halt gekommen, hat es gemacht. Im zweiten Anlauf hat er es ja dann auch geschafft, dass der Rechner hochfährt, Tastatur funktionierte, wunderbar. Er verabschiedet sich, ich baue mein Notebook hier oben auf, schließe alles an. Zweiten Monitor über HDMI, Monitor sagt, hier nix Signal. Ich so, aha. Okay. Nun hat das Gerät, an der linken Seite hat er USB-C, HDMI, Mini-Display-Port und einen USB-Normalen. Mhm. Und ich habe ein Kabel, Mini-Display-Port auf HDMI. Habe ich das angeschlossen, weil ich dachte, vielleicht hat der HDMI-Port einen Hauweg. Mhm. Nischt. Dann habe ich einen USB-C-Port. Der Große hat unten für seinen Rechner, der war nicht da, weder der Große noch sein Notebook waren da. Und da habe ich mir von mir, habe mir von ihm ausgedient, er hat so einen USB-C zu HDMI und USB-Ports. So einen kleinen Hub. Mhm. Habe den angeschlossen. Nischt. Ich so, na super. Habe ich einen USB-Stick angeschlossen an den USB-Port? Nischt. Ich habe den selben USB-Port auf der anderen Seite, äh, Stick auf der anderen Seite eingesteckt. Hallo, hallo USB-Port. Mhm. Ich habe die Webcam, die eigentlich in dem USB-Port, da habe ich es nämlich bemerkt, dass ich OBS gestartet habe und er sagte, da ist keine Webcam, steckte da, wo sie immer steckt. Dann habe ich die auf die andere Seite gesteckt und OBS, ja, da ist sie ja. Ja. Und dann habe ich das mit einem USB-Stick gemacht, weil ich dachte, jetzt nehme ich mal das simpelste Gerät, was es so halbwegs gibt. Ja, stellt sich raus, äh, in dem Gerät sind links und rechts, weil links und rechts außen sind ja die ganzen Anschlüsse, ist etwas, das nennt sich IO-Port. Das ist eine Platine, wo die ganzen Anschlüsse drauf sind. Ja. Und die auf der linken Seite ist im Arsch, ist nicht richtig mit der Hauptplatine verbunden und dadurch geht nichts, nichts, überhaupt nichts, was auf dieser linken Seite ist an Anschlüssen, nichts davon funktioniert. Mhm. So. Also ich wieder Dell, hallo Dell, wir haben ein Problem. Ja. Die ganze linke Seite funktioniert nicht. Wollten die natürlich wieder, dass ich alle möglichen Sachen mache, habe ich dann auch wieder gemacht, Firmware noch mehr upgedatet, obwohl sie aktuell war, dit, dat, ananat, und irgendwann waren sie dann soweit, okay, es kommt wieder ein Techniker und tauscht dann diese Platine aus oder vielleicht reicht es ja, wenn es nicht einfach einen neuen Lab war und die Chester dann einfach umzubauen. Für mich vielleicht oder eigentlich weiß ich nicht. Naja. Ich war schon kurz davor, selber einmal das Ding aufzuschrauben, nur es ist echt ein Mörderakt, weil du musst, klar, Abdeckung, Akku und so weiter, aber du musst um die Tastatur, um die Tasten der Tastatur ist so ein Einsatz, den musst du raushebeln und da unter sind zig Schrauben, da musst du von der anderen Seite zig Schrauben, also das Ding ist wirklich so fucking verbaut, das glaubt man gar nicht. Ich sag auch, wenn das eine Welttechniker das nicht sauerhaft gebaut gekriegt hat, dann würde ich da auch die Finger wandeln lassen. Ja. Und dann habe ich jetzt noch festgestellt, ich habe das erst, weil alles andere irgendwie dramatischer war, ich habe ja hier normalerweise ein Netzwerkkabel angeschlossen und also wenn ich, also irgendwie habe ich dann komische Phänomene, dass irgendwie Webseiten nicht aufgerufen werden, dass er selbst meine Fritzbox nicht findet, also es ist dann auch kein DNS-Problem. Über WLAN funktioniert alles wunderbar, aber wenn ich, ich darf nicht mal beides parallel aktivieren, wenn ich den Ethernet-Port aktiviere und WLAN aktiviere, dann kriege ich hier tausend Server nicht gefunden Meldung. Und wie gesagt, selbst die Fritzbox findet er nicht. Wenn ich den Ethernet deaktiviere, nur über WLAN, funktioniert alles. Was bedeutet, dass wir gerade über WLAN-Stream und arbeiten, was man ja eigentlich nicht machen soll. Ah. Ja. Was nicht so dramatisch ist, weil ich der Aufnehmende bin. Das heißt, es würden... Achso, wäre ein Problem, wenn ich, weil, klar, also du... Ja, gut. Obwohl, trotzdem müsste ja trotzdem mein Signal bei dir ja trotzdem als WLAN kommen. Ja, aber ich höre dich unterbrechungsfrei. Ich habe versucht heute noch in der Firma, ich habe versucht noch einen Rechner aufzutreiben mit Ethernet-Port. Ich habe nirgendwo mehr Zugriff auf einen Rechner, der frei rumschwirrt mit Ethernet-Port. Dann hätte ich dem Lütten sein Notebook wegnehmen müssen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Und deswegen machen wir das über WLAN. Und vor allen Dingen, ich arbeite nur mit meinem fucking Notebook-Display. Ich komme mir vor wie ein Steinzeitmensch. Ja. Also echt, das ist alles. Und dann sollte der, wie war das? Dann hatten die mich gefragt, wann kann der denn kommen? Dann habe ich blöderweise gesagt, Montag. Dann fiel mir hinterher ein, Scheiße, da hast du ja einen Arzttermin. Habe wieder im UI gesagt, bitte Termin verschieben auf Dienstag. Er so, ja, ja, ist verschoben auf Dienstag. Die Meldung kommt zwar, aber der Termin ändert sich nicht. Der blieb immer auf Montag. Ich habe den Verdacht, dass sie diese Funktion einfach ausgeschaltet haben, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht funktioniert oder nicht den Wünschen Erfolg hat. Wie gesagt, wenn ich jetzt versuche, den Termin zu verschieben, er bietet mir immer wieder an, Dienstag, äh, 8 bis 18 Uhr. Er sagt, ja, wurde verschoben, aber in der Auftragsverfolgung steht immer noch derselbe Tag wie vorher. Mhm. Und dann habe ich da heute Morgen den Support angeschrieben, habe gesagt, Leute, zwei Probleme. Erstens, der Termin lässt sich nicht verschieben. Zweitens, der Evernote-Port bin drum, der hat auch einen Hau weg. Sagen die, erstens, ja, das geht nicht, das soll auch nicht gehen, das Termin verschieben. Der Techniker ruft, Teacher. Ja, ähm, der Techniker meldet sich ja eh bei Ihnen, dann sagen sie ihm, dass er nicht kommen soll an dem Tag und, äh, der soll sich dann das auch mit dem Evernote-Port angucken. Es hat heute sich niemand gemeldet. Jetzt warte ich morgen ab und wenn sich morgen keiner meldet. Angekommen ist und wenn es von dem Support-Mitarbeiter ist oder Mitarbeiterin, mit dem du gesprochen hast. Ja. Der Mensch, mit dem ich am Freitag gesprochen habe, war so eine Katastrophe, das war kein Native German Speaker, das hast du an dessen krummen Sätzen und falschen Wörtern gemerkt. Aber gut, er hat relativ schnell, äh, ja, hat das Gespräch das gewünschte Ergebnis gehabt. Hm. Weil, das ist jetzt eine viel größere Katastrophe, als dass Tastatur und Maus, äh, äh, Trackpad nicht funktionieren. Ne? Ich kann, ich kann keinen zweiten Monitor anschließen, ich hab einen rumzickenden Ethernet-Port, ich muss alles über WLAN machen. Ja. Ich bin richtig genervt. Mhm. Ja, glaub ich. Gut. Genug gerantet. Das darfst du wieder. Ja, hab ich denn noch was? Achso, ja, ähm, Irland hab ich. Sein Land. Also ich hab, mir gehört Irland. Nein, ähm, Irland erlaubt keine weiteren großen Rechenzentren mehr. Oh. Weil denen der Strom ausgeht. Ja gut, die haben auch, äh, durch Geografisch. Und die scheinen eben auch wohl nicht, äh, aus Inselgründen so direkt am europäischen Stromnetz so dran zu hängen, wie üblicherweise. Also die müssen wohl wirklich ihren Strom größtenteils auch selber produzieren. Äh, 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 und Irland ist natürlich sehr begehrt bei Firmen, die, ja, äh, Steuern steuern möchten. Also Amazon und Microsoft und Co. sitzen da. Ja, und denen geht jetzt der Strom aus und die, äh, sagen, okay, weitere Rechenzentren werden jetzt erstmal nicht mehr erlaubt. Also größere. Äh, also nach dem Motto, es reicht nicht, dass die ihren Firmensitz da haben. Also dagegen, also sie müssen da schon wirklich tätig sein. Ja. Ist das wohl doch nicht ganz so einfach, dass man da nur eine Briefkastenfirma aufmacht. Na gut, das ist natürlich durch die Geografie und alles, natürlich haben die begrenzte Ressourcen. Ja, ja, genau. Das ist interessant. Ja, dann, äh, gibt es jetzt ein Flex-Monitor. Du hast ja auch einen Flex-Eingewölbten Monitor. Mhm. Also will ich so, man muss es wissen, fast schon so ungefähr, so ganz leichte Kronen nur drin. Und von Corsair gibt es jetzt einen Monitor, der kann beides. Das ist ein 45 Zoll 21 zu 9 bendable OLED Gaming Display. Mhm. Wo du, ich vermute mal, über Knöpfe am Gerät oder über Software sagen kannst, jetzt hätte ich gerne gebogen und jetzt hätte ich gerne flach. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum man das eine oder das andere wollen würde. Also warum man, also entweder will ich das eine oder das andere und dann dauerhaft, weil, also ich, dieses Curved ist doch, ja, vielleicht, wenn ich dicht dran sitze, dann will ich das Curved und wenn ich weiter weg bin, dann will ich das. Also was ich mir schon vorstellen kann, dass jeder ein anderes Empfinden für optimalen Kurvenradius hat, dass du den gar nicht verstellst, aber dass jeder für sich entscheidet, ich möchte gerne 10 Grad und dann wäre lieber 15 oder sowas. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich habe jetzt hier in dem Artikel nicht so richtig rausgeholt, wie das, wie das technisch funktioniert, ne, also, obwohl hier sieht man, das ist so eine Abbildung von oben, wo einmal so verblasst, ist das Ding im flachen Zustand und im nicht verblassten Zustand, dann ist es gewölbt, das ist schon ziemlich krass gewölbt. Naja, und dann sieht man, dass eben hinter dem Display ist quasi so eine Struktur aus mehreren Elementen, da müssen dann wahrscheinlich irgendwelche Motoren drin sein, die dann die, die Biege machen. Aber es gibt auch ein ganz kurzes Video dazu auf der Website, wo du dann wirklich siehst, ja, wie das Ding, wie von Zauberhand sich so biegt. Ich weiß nicht, ob das gerendert ist. Kann auch ein Rendering sein. Es geht sehr schnell, also, wenn das nicht echt so schnell geht, dann könntest du es auch als Ventilator benutzen. Ja. Ja, also, wie gesagt. Vielleicht würde ich kein Zug vortragen kümmern, das ist ja wahrscheinlich ein Anrad von Wind ist. Ich mache nochmal mein letztes Thema. Apples Anforderungen. Apple stellt neue technische Anforderungen an Podcaster. Hatte Jörn Schaar auch gestern in seinem Podcast, aber er hatte da auch nur die zwei Punkte. Er hatte, glaube ich, denselben Artikel wie ich hier von Heise. Also, einmal ist es jetzt Pflicht, dass jeder Eintrag, also jede Folge eine GUID hat. Wo ich denke, da bin ich jetzt von ausgegangen, dass die schon immer Pflicht war. also, das ist für mich, also, ich hätte jetzt gedacht, dass diese GUID, dass die essentiell ist. weil gerade die Erklärung ist ja, ja, damit eben immer eindeutig ist, auf welche Folge sich ein Eintrag bezieht, damit man weiß, wenn sich da irgendwie, also manchmal passiert das ja, dann ziehen Leute um von einem Hoster auf einen anderen Hoster und dann kriegen alle Folgen neue GREEDs und zack, sagt dein Podcatcher, oh, hier, guck mal, tausend neue Folgen. Aber ja, also, und da sagte er, was ja auch auf unseren Podcasts tut, das ist ja in Podlove natürlich schon seit Ewigkeiten drin. Und auch, selbst meine handgeklöppelten Podcasts haben eine GUID. Ja, und vielleicht hast du das ein bisschen optional, hat aber wahrscheinlich so schon jeder gemacht. Ja. Naja, und dann geht es halt noch darum, dass jetzt, äh, nicht mehr der Owner-Tag entscheidend ist im Feed als, äh, also für die Frage, auf welchen Wege, über welche E-Mail-Adresse nimmt Apple mit dir Kontakt auf, sondern die Apple-ID, die du zum Einreichen des Podcasts verwendet hast. Mhm. Das ist ja, ja, sollte ja immer beim selben Menschen ankommen. Außer, Jörn sagte, gerade für ihn ist das natürlich eine spannende Änderung, weil er hatte bisher keine Apple-ID und hat immer andere Leute gefunden, die für ihn seine Podcasts eingetragen haben und jetzt versucht er händeringend eine Apple-ID, man denkt ja, das müsste ganz einfach gehen, aber er sagt, dann hatte er eine Apple-ID, dann wollte er sie verwenden, dann war die wohl noch zu frisch oder zu neu und dann hieß es, du musst noch ein Zahlungsmittel hinterlegen, bevor du irgendwas damit machen kannst, was ja mit Podcast eigentlich gar nicht so richtig was zu tun hat, aber klar, weil die Apple-ID auch für alles mögliche andere ist, wo eine Zahlungsinformation sinnvoll ist, und dass man die gar nicht nutzen will, interessiert Apple dann ja nicht. Nö, nö, richtig. Gut, was hast du noch? Hast du noch? Ich habe noch ein letztes Thema, eine Massenentlassung bei Tier. Nicht bei dem Tier, sondern Tier, die E-Scooter-Marke Verleih-Service gedöhnt. Die haben quasi ein Drittel ihrer Belegschaft entlassen und zwar mit der Begründung, die wollen jetzt anfangen profitabel zu werden. Also bisher war wohl mehr so das Amazon-Konzept, so wir werden erstmal, wir kaufen erstmal alles auf, wir werden möglichst groß und dann überlegen wir uns, wie wir Gewinn machen. Das schaut wohl nicht mehr so ganz hin und deswegen müssen sie jetzt wohl auf, gehen wohl Investoren aus und jetzt sagen sie, okay, jetzt müssen wir uns von einem Drittel der MitarbeiterInnen trennen. Tja, am Anfang ist immer Geld genug da und dann kannst du halt Leute anstellen und Tischkicker kaufen und so und dann wollen die Investoren irgendwann mal Rendite und dann musst du gucken, wie du die herkriegst. Ja. Gut, wenn das dein letztes Thema war, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur und da möchtest du sicherlich erzählen von, ich musste erstmal gucken, ich hab den Hashtag gesehen, ONL, ich so, was ist der ONL? Opening Night Live mit Jeff Kidi. Auf der Gamescom. Genau, die Gamescom war, ja, also in Köln, nach langer, wie viele andere auch nach langer Corona-Pause zum ersten Mal wieder. Ja, ich rappel einfach mal die ganzen Spiele durch, also ich hab nicht, ich hab mich nicht alle aufgeschrieben, die mich zumindest grob interessieren. Ähm, ja, ich fang mal an mit, mit, mit Dune Awakening, fand ich an sich sah cool aus, also generell muss man sagen, dass fast alles, was da vorgestellt worden ist, fast nur Render-Trailer waren, ne? Also man hat nicht, wirklich Gameplay gesehen, sondern man muss hoffen, dass das auch alles so gut wird, wie dieses Versprechen. Das war für Dune auch so, ähm, was bei Dune, also es sah sehr cool aus, so wird gewendert, ähm, was mich da sehr abgeschreckt hat, das ist ein MMO am Ende, wird's wohl werden. Also so ein Massive Multiplayer-Online-Game, was dann irgendwie gar nicht mehr so mein Genre ist, ähm, was ich dann, das nächste Spiel, was ich sehr witzig fand, was ich gar nicht wusste, dass es, dass es geplant war, die Zigarren des Pharaos. Mhm. Sag dir was schon, wenn dir das nix sagt, hast du die Comics, äh, das doch Tim und Struppi, Tim und Struppi. Genau, Tim und Struppi, es gibt ein Tim und Struppi-Spiel demnächst, ich glaub nächstes Jahr oder sowas. Fand ich, das war irgendwie ganz süß aus, weil das war echt, das war gut gemacht, du saß erst so von innen so eine, äh, eine Pyramide und dann hast du gar nicht erst mal, und ganz zum Schluss geht quasi so eine Tür auf und da siehst du quasi die Silhouetten von Tim und Struppi, also anfangs hast du überhaupt nicht mitbekommen, was für ein Genre das überhaupt sein würde. Ähm, es könnte ganz, ganz witzig sein. Ähm, worauf ich richtig Bock hab, was ich nicht wusste, was, ich verbote vieles, ist vielleicht auch angekündigt gewesen, ist Dungeons 4. Hm. Dungeons, der Name klingt ja so nicht zu hacken, aber das ist, ähm, vom Prinzip her so ein bisschen wie Dungeon Keeper, das sagt dir was, ne? Ja, aber auch nur vom Namen. Also Dungeon Keeper ist, ist die Idee, du bist der Böse, du musst dein Dungeon aufbauen mit den Monstern und musst daran, die Helden daran hindern, deinen Schatz oder dein Dungeon Herz sozusagen zu zerstören. Also, die Umdrehung des Normalen, wie man normalerweise so ein Spiel spielt, ist auch, also wie so 80er Jahre, wo die ganzen, oder sagen wir 90er, ne? Also, schon sehr altes, äh, alte Spiel, sehr viele Fans, mich eingeschlossen, weil es eben so cool ist, du baust da Fallen und dann guckst du, dass deine, deine Orks und Gnome dann die, die Ritter in strahlender Rüstung quasi da platt machen. Hat immer viel Spaß gemacht und Dungeons ist quasi sowas in der Richtung auch wieder, ähm, jetzt schon im vierten Teil, mit dem Unterschied, dass man eben nicht nur in dem Dungeon ist, sondern dass es auch so Missionen gibt, dass man auch in der sozusagen Oberwelt, ähm, also quasi sich auch rausbuddelt aus seinem Dungeon und dann in der oberen Welt hat man den Nachteil, man kann da eben nicht geheilt werden. So, wenn du in deinem Dungeon jemand, äh, quasi zu Tode kommt, dann kommen deine kleinen Imps, heißen die, ne? So kleine Wuselfiecher, die holen deine, deine verletzten, äh, Mitstreiter ab und schleifen die quasi in so einen, in so einen Raum, wo die dann quasi wieder geheilt werden können, in so einen Schlafsaal. Und wenn du aber eben in der Außenwelt bist, dann geht das eben nicht. So, und das ist so ein bisschen eines der Besonderheiten von diesem Spiel und eben, äh, was auch im Dungeon Keeper auch schon so war, dass es sehr lustig ist. Also, das Spielprinzip klingt ja schon danach, ne? Du bist der Bösewicht und das klappt alles auch nicht so. Die sind nicht so böse, wie du es gerne hättest und solche Späße. Ähm, und ich mochte die ersten Teile davon auf jeden Fall schon, schon, schon sehr und da freue ich mich echt auf empfehlen. Ja, worauf freue ich mich noch? New Tales from the Borderlands. Äh, Tales from, also Borderlands ist ja so ein sogenannter Loot-Shooter. Schriftlich das? Also, du ballerst rum und kriegst ganz viele Waffen, die um die Ohren geschmissen gehen. Das mal, wenn du irgendwie was, also ganz viele Kisten wurde ja alles möglich, aber eben nicht als Lootbox, also nicht zum, du musst es kaufen, sondern als Belohnung für, du hast, keine Ahnung, so und so viele Gegner besiegt und deren Basis ausgeräumt und Tales from the Borderlands, was damals schon skurril war, war quasi ein Telltale-Game, also ein Adventure zu diesem Spiel, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, also das ist wirklich rumballern wie blöde und dafür Sachen einsammeln, tolle Waffen und Telltale war ja, ist ja, wie gesagt, ein Adventure-mäßig mit viel mit Dialogen. Äh, Telltale gibt's ja in dem Sinne nicht mehr, also gibt's zwar wieder, aber eine neue Besetzung, ähm, aber dieses New Tales from the Borderlands, machen jetzt interessanterweise die, die eigentlich das Original machen, also das Ballerspiel. Hm. Und, ähm, ich weiß nicht, ob wie gut das funktioniert, aber ich fand dieses, dieses, äh, Telltale hatte eben sehr viel, paar echt gute Spiele, so Walking Dead und sowas, aber auch ein paar ganz schlechte Spiele, aber dieses Tales from the Borderlands waren, ich sag mal, die Comedy-Variante von, von den sonst immer sehr ernsten Spielen, die eigentlich auch Spaß gemacht haben. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie, wie gut das funktionieren wird. Ähm, das ist auch wie so eins, eins der vielen Spiele, wo ich denke, das, das könnte mir Spaß machen. Oh. Ja. Ähm, was sonst noch was? Ah ja, City Skylines gibt's was Neues. Das City Skylines ist ja das SimCity in Cool, ne? Da gibt's jetzt neues DLC namens Plazas and Promenades, äh, Promenades wahrscheinlich, ausgesprochen, ähm, wo du eben die Stadt viel mehr so fußgängerfreundlicher machen kannst, worauf ich Bock hab, also weil ich ja, auch sonst hab ich ja schon versucht, irgendwie die Städte so hinzukriegen, dass du nur mit Fahrrad hinkommst und sowas und, äh, die Autos raus, viel mit U-Bahn und sowas, ähm, ist natürlich wieder was, ähm, wo man echt viele Stunden was hängen kann, wahrscheinlich nach dem Ende. Ähm, und die sind, glaub ich, echt mittlerweile auf einem Punkt, die entwickeln keine neuen Spiele mehr, die verkaufen nur noch DLCs und das sehr erfolgreich. Also, DLCs sind eigentlich meist eher blöd, aber in dem Fall kriegst du eben auch jedes Mal was Gutes dafür, ähm, deswegen hab ich da auch, ja, Bock drauf. Es ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es schon raus ist, es gibt zumindest schon, ähm, so Videos von, von so bekannten YouTubern, die es quasi vorab gekriegt haben und schon gezeigt haben, wie es funktioniert. Also, wenn's noch nicht raus ist, dann wird's nicht mehr lange dauern. Hm. Ähm, worauf ich mich auch sehr freue, ist Homeworld 3. Da war ich wieder so fasziniert, so nie, noch nie von gehört. Das war auch, das war, also damals, also das ist so ein, ähm, RTS quasi, ne, also Real-Time-Strategie, also Echtzeit-Strategie, und zwar sowas wie Command & Conquer, ist ja der Urvater mehr oder weniger, also guter Vorordnion, ähm, von Echtzeit-Strategie, und Homeworld war quasi immer im Weltall. Oh. Das ist Echt-Strategie im Weltall, wo die eben Raumschiffe befähigst, verschiedene Klassen, also, wie in Echtzeit-Strategie üblich, gibt's eben kleine, ne, die können, kleinen kämpfen gut gegen kleinen, groß kämpfen gut gegen groß, aber eben auch, kleine können die ganz Großen wieder angreifen, weil die sehr wendig sind und deswegen von den starken, aber langsamen Waffen nicht so getroffen werden, dieses Sternschere, Steinschere, was fehlt noch? Papier. Papierprinzip im Endeffekt, ne, und das hat damals schon unglaublich gut funktioniert, also gerade diese 3D-Ansicht, für die damalige Zeit, ähm, war das schon spektakulär, und es kam dazu, richtig guter Soundtrack, so ein bisschen, ja, also, elektronisch klassisch, sehr komisch, also eigentlich gar nicht so mein Genre, aber funktioniert einfach sehr gut, und, und so, ne Geschichte, die erzählt wird, in so Manga-Zwischensequenzen, was einen damals auch schon richtig mitgenommen hat, ähm, kam dann auch mal als, als V-Master draus, hab ich mir dann auch gekauft, mit schön modelliertem Raumschiff, äh, Modell, was ich auch noch habe, ähm, ja, das ist auch eines der Serien, wo ich, wo man sich auch richtig schön tief reinfuchsen kann, was auch nicht, was relativ schwierig ist, ähm, aber wo man dann eben, wo auch wirklich jede Schlacht quasi am Ende auch ein Sieg ist, den man auch wirklich feiert, weil man das im vierten und fünften Anlauf dann endlich mal geschafft hat, ähm, ja, und da jetzt der dritte Teil, da habe ich dann, und eben jetzt natürlich auch mit einer ganz anderen Technik, die man, die man bieten kann, ähm, da habe ich auch wieder richtig Lust zu, das sind auch das Original-Team noch, was die ersten zwei Teile gemacht hat damals, ähm, ja, das ist bestimmt ziemlich cool, so, habe ich noch, was ich sehr witzig fand noch, Sands and Sinners, bisschen im VR-Bereich, äh, The Walking Dead, gibt's, es gibt Sands and Sinners, gibt's schon länger als so ein, äh, The Walking Dead VR-Spiel, und du kannst dir etwa vorstellen, wie dieses Spiel aussehen wird, ne, also, Zombies und in VR, da geht's natürlich ums Rubschnetzeln sozusagen, ähm, was ich sehr, was heißt schön, ähm, sie haben dann so ein Gameplay gezeigt, was sie auch sozusagen in Deutsch, im, Ultimate Night Opening Night Live, ist ja in Deutschland logischerweise, in Köln, die haben einiges zensiert, die haben einen Trailer gezeigt, und du hast gesehen, okay, für den deutschen Markt immer so, ups, immer so Sprechblasen drüber, und da hatten sie es auch, da haben sie gezeigt, wie sie mit, sie haben sehr ex, äh, äh, exzessiv erklärt, was sie für, was haben sie gesagt, sie haben prozedurale, Zerstückelungsmechanismen, heißt, wenn du mit der Kettensäge ansetzt, dann ist das nicht, wie das sonst so ist, du hast eine feste Animation, sondern da, wo du die Kettensäge ansägst, da geht der Zombie quasi auch auseinander, ähm, lecker, 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 ich fand es sehr schön, wie sie dann das live gezeigt haben, und ich weiß nicht, ob das als Gag gemeint war, oder ein Gag by mistake war, die hat gesagt, davon können sich andere Zombiespiele noch eine Scheibe von abschnappen, wahrscheinlich spiele ich es gar nicht, aber ich fand die, ja, ich fand es einfach, es ist auch allein schon, ich dachte, VR und Lauf, und dann, auch, VR Horror ist nicht so meins, ich habe auch mal so ein Spiel gehabt, mit, mit so Spinnen dich anspringen, da konnte ich gar nicht mit um, also das, da bin ich wahrscheinlich zu ängstlich, zu alt, zu keine Ahnung was, ähm, aber es sah trotzdem irgendwie sehr, sehr interessant aus, und es wird natürlich dann auch für die VR 2 nachher am Ende rauskommen. Äh, apropos, Sony hat, war auch da, also offiziell war Sony ja nicht auf der Gamescom, hat aber doch was vorgestellt, was ich persönlich total langweilig finde, neuen Controller. Ja, alle so, oh, Sony, hui, und dann so, ah, toll, also irgendwie, du kannst die Knöpfe irgendwie austauschen, dass sie quasi oben gewölbt sind und sowas, und andere Sachen aus, und hinten nach, irgendwie ein paar Tasten hinten zu, ansonsten, halt wie der Controller halt so aussieht auf der PS5. Ja, aber der Lütte sagt, erklärte mir, es gibt halt auch, für die Xbox gibt's halt auch so ein, Ja, das ist so klar, es sind so viele Controller für, ja, die das quasi mehr so sportlich angehen, und nicht alte Leute mit schlechten Reaktionen wie ich. Ja, ähm, ja, Monkey Island ist veröffentlicht, also ist angekündigt worden, das kommt am 19. raus, weil, Talk like a Pirate Day, fand ich sehr schön, dass man das, das Datum nimmt, ähm, und was ich auch sehr interessant fand, ist, Vorbesteller kriegen eine Pferdeausrüstung, also rein virtuell in dem Spiel, und dann kann so als Stern, damit werdet ihr nichts anfangen können, und das fand ich ein sehr schönes Konzept zu sagen, das war ja damals bei Maniac Mansion schon so, da hattest du, glaube ich, Benzin für eine Kettensäge in dem Spiel, und das gab aber im ganzen Spiel keine Kettensäge, und jahrelang haben Leute gerät, was macht man mit diesem Benzin, und das, ich glaube, im späteren Spiel kam nachher eine Kettensäge raus, wo das Benzin aber fehlte, also, das fand ich ganz sehr schön, ich glaube, bei Day of the Tentacle war das, ähm, ja, also der Humor passt, glaube ich, wieder, ähm, dann ganz groß, Hideo Kojima war da, ne, also Death Stranding und so, und er ist ein guter Kumpel von Jeff Keighley, also dem Menschen, der diese Watt gemacht hat, ja, und alle so, wow, jetzt schon war es geil, der kündigt was an, was kommt, er kündigt einen Podcast an, also Podcasten, schön und gut, aber ich glaube, in dem Moment wollten alle irgendwas sehen, und wenn es so der Name von einem neuen Spiel gewesen wäre, äh, das war irgendwie, ja, sehr, wie heißt das, äh, antiklimatisch, nicht klimatisch, nicht climax, antiklimatisch, sagt man glaube ich auch heute, klimatisch, ja, klimatisch, egal, äh, oder, ja, ich weiß es nicht, habe ich sonst noch was Spannendes, äh, ja, was ich tatsächlich noch interessant fand, war Park Beyond, was sie gezeigt haben, das ist so ein, äh, Roller Coaster Tycoon Klon, äh, weiß ich, hast du, hast ja eh nichts gespielt, ne, ähm, aber das ist halt, du musst einen, äh, Vergnügungspack bauen, auch so ein, aus den Anfangszeiten der PC-Spiele gab's das schon, wo du eben Achterbahn erstellst, und dieses klassische, ähm, Micromanagement, ich erhöhe den Salzgehalt der Pommes, damit Leute mehr Getränke kaufen, sowas, ne, so wirklich bis ganz klein kannst du dann einstellen, aber eben auch die coolen Fahrgeschäfte bauen, und was bei denen tatsächlich sehr interessant ist, es gibt, wie ist das, in Perso, Unmöglichkeitsmachung, also wenn die, deine Gäste sehr zufrieden sind, dann kannst du sagen, und jetzt kannst du dir ein, irgendein Fahrgeschäft aussuchen, und machst das unmöglich, zum Beispiel eine Achterbahn, die plötzlich Sprünge drin hat, oder ein Riesenrad, was dann plötzlich aus 20 Riesenrädern, die den anderen übergehen, und so was, und das sah irgendwie sehr cool aus, das wäre auch so ein, so ein Ding, worauf ich dann am Ende Bock hab, ähm, Problem ist nur, ich komm da nicht zu, da waren wieder so viele Spiele bei, ich hab ja jetzt, ist ja auch rausgekommen, was die letzten schon hatten, dieses, ähm, New Point Campus, haben wir auch über geredet hier, also wo du, die, die Uni, äh, managen musst, was dann sehr schräg ist, aber ich weiß, ich werde das wahrscheinlich, wenn überhaupt, im Jahr mal angucken, weil ich hab ja jetzt auch blöderweise dieses Plus geholt, wo dann eben so viele Spiele, die auch nicht so ganz groß sind, aber die ich dann doch mal eins spielen will, bevor ich wieder Geld ausgeben will, für irgendwas, äh, momentan ist mir jetzt echt zu viel an guten Spielen, das ist, also ist schon echt ein Luxusproblem, aber da ist jetzt schon vieles Gutes da und was ich wahrscheinlich nie spielen werde und da kommt jetzt, wie gesagt, eine ganze Menge spannende Sachen, die eigentlich mein Genre wären, aber die ich dann auch nicht schaffen werde wahrscheinlich. Ja. Das war's von der Gamescom. Ja, von der Opening Night Live, äh, es gab ja noch so ein bisschen Berichterstattung, also einmal tauchten auf Twitter Tweets auf oder ein Tweet mit Screenshots von anderen Tweets, wo Leute ihre positiven Schnelltests posteten und sagten, ah, scheiße, die Tickets waren so teuer, ich geh trotzdem zur Gamescom, wo man dann denkt, Leute, seid ihr wirklich so blöde, das zu posten, trollt ihr, wollt ihr witzig sein, es ist, ja, dann haben ja irgendwie... Wahrscheinlich sind echt einige Trollen und weil das dann auch, die Leute, die da trollen, wahrscheinlich dann auch, wahrscheinlich eher Kategorie, die Leute sind, die das nicht so ernst nehmen. Ja. Dann, ähm, gab's ja irgendwie Beef zwischen zwei YouTubern beziehungsweise Twitchern, Tanzverbot und wie hieß das andere? Orange, Gemange oder so, die sollen sich da irgendwie ein bisschen gekappelt haben. Naja, und, und, was ich gelesen hab, dass irgendwie Montana Black, äh, mit Entourage und Fan-Anhang da über die Messe gegangen ist und, äh, sein, ja, sein, äh, seine Community sich da wohl ziemlich scheiße benommen hat. Also da irgendwie Stände, auf Ständen randaliert haben, Absperrungen, äh, ignoriert haben und, ja, mit dem Ziel immer ihrem Idol nahe zu sein und zu folgen, dann auch, äh, ja, ungestümter durch die Massen gegangen und so, aber, wie, wie hat sie schön wieder her so das Geschirr? Was ich übrigens auch sehr witzig fand, also im, Rocket Beans war ja da, ne, möglicherweise auch, haben wir auch einen Stand da, also Game 2 und so weiter und, und im Rocket Beans, ähm, und die haben eine Sendung, die, das klingt total langweilig, die heißt einfach nur Verstecken, also die heißt irgendwie anders, aber im Prinzip geht's darum, jemand muss sich verstecken und die müssen sie finden. So, normalerweise passiert das hier in Hamburg in deren Redaktionsräumen und an dem Tag haben sie es da gemacht. Wie gesagt, das Spiel an sich, okay, einer hat sich halt in so ein Kostüm einfach reingesteckt und solche Geschichten, anderer hat einen Kameramann, äh, gespielt, aber was ich viel spannender fand, er hat halt immer, eine muss halt rumlaufen und Leute suchen und egal, wen er gefragt hat, die kannten sie alle nicht, weil, die alten Männer quasi, ne, und dann, was da ganz schlimm war, wurde er irgendwann mal gesiezt, das fand er dann, das war nicht gespielt, er war so ein bisschen schockiert, das, weißt du, das waren früher mal die jungen, hippen Leute, die Game 1 und jetzt Game 2 und die sind halt auch mittlerweile in unserem Alter, und alle, die sie da mal so hatten, die wussten echt nicht, wer ist das, ich fand diese Diskrepanz, dass es also schon auch viele Zuschauer haben, ne, also, äh, trotzdem dann die jungen Leute da vor Ort, mit denen überhaupt nichts anfangen konnten, fand ich eben, irgendwie sehr sympathisch, dass andere das auch trifft, dass die dann plötzlich zum alten Eisen gehören, ja. Ja, dann hast du mir einen Tipp gegeben, der dann gleich wieder zu einer Ausgabe führte. All in Rom. Ja, es gibt, früher hieß es SingStar, das ist ja für die Playstation das Karaoke-Spiel. Ja, da hatte ich auch alle Teile von, das war nicht so eine Zeit, als man sich noch ausleihen und sich als Kopie machen konnte. Ja, und, äh, das geht ja darum, das ist nicht nur, ich, was heißt stumpf, das klingt so negativ, es ist nicht nur Karaoke, es ist nicht nur, dass da das Lied dir vorgespielt wird, die Melodie, es wird nicht nur der Text eingeblendet und du singst einfach dazu, sondern die Playstation analysiert auch, wie gut du singst, im Sinne von, wie du die Töne triffst, die Einsätze hin, also die Tonlänge, Tonhöhe, und dann kriegst du hinterher quasi eine Bewertung, von der Playstation. Wir hatten auch mal irgendwann von irgendeiner Playstation, irgendeinen Singstar, hatten auch die damaligen Mikrofone, die ja mit so einer, PS3 glaube ich, wo das groß war. Ja. Oder zwei vielleicht hab's auch schon mal, es war auch ein gutes Partyspiel, also gerade wenn man ein bisschen angetüdelt ist, wie bei Karago halt auch, dann hat das immer gut funktioniert, ja. Nur in dem Fall ein bisschen kompetitiver durch diese Beurteilung, Bewertung durch die Playstation. Ähm, ja, und es gibt jetzt etwas, das nennt sich Let's Sing, was vermutlich das gleiche in grün ist, nur jetzt mit einem anderen Namen, es heißt halt Let's Sing, gibt's auch, glaube ich, jedes Jahr eine neue Ausgabe, ne, man kann natürlich immer, die holen sich dann halt Lizenzen von irgendwelchen Liedern, die in dem, seit der letzten Veröffentlichung in den Charts waren und kompatibel sind und vielleicht nicht zu teuer sind und dann gibt's eben immer eine neue. Das Interessante ist, dass es mittlerweile, ähm, äh, ganz interessant ist, wie das mit den, mit dem Mikrofon ist, weil du kannst zwar immer noch, äh, ein Set kaufen, wo zwei Mikrofone dabei sind, also so Handmikrofone, äh, wenn ich das richtig gelesen hab, die dann nicht wie früher über eine Breakout-Box per USB angeschlossen werden, also damals waren's halt so Mikrofone mit Klinkensteckern, die dann in so eine Box reingingen und die dann per USB angeschlossen wurde, jetzt versteh ich das so, dass jedes Mikrofon seinen eigenen USB-Anschluss hat. Ähm. Ich glaub, du hättest damals auch schon normal USB anschließen können, glaube ich. Ja. Ähm, nur jetzt können halt bis zu vier Spieler spielen, das heißt, du musst dann halt vier Mikrofone, aber du kannst auch natürlich, die Controller haben ja heute Mikrofone drin, die Controller haben Headset-Anschlüsse und was es noch gibt, es gibt Apps, also es gibt irgendwie eine App von Sony, die sich dann eben mit der Playstation verklöppelt und dann singst du halt in dein Handy rein. Mhm. Es ist, weil du kannst ja auch nicht einfach sagen, ach, wir singen alle in einem Mikro, weil dann kann er ja die verschiedenen nicht mehr auseinanderhalten und nicht mehr jeden getrennt bewerten, also weil man kann quasi gleichzeitig singen und er beurteilt es muss nicht hintereinander gesungen werden. Naja, und du hattest mir, und jetzt kommen wir zum Punkt, da kommt demnächst eine ABBA-Edition raus mit 30, 40 Hits von ABBA. Oh, das ist echt eine Menge, ich hab gar nicht so genau guckt, wie die Lieder das sind, ich hätte gedacht, das wären wohl weniger. Größtenteils, also bis auf ein alles alte Hits und einer von, ja, dem neuen Album Voyage. Genau, steht es hier? Nee, da steht es nicht, aber wie gesagt, hab ich dann gleich meiner Frau gezeigt und sie hat mich gleich gebeten, bestellen und werden wir das also am Veröffentlichungsdatum am 13. Oktober werden wir das wohl dann bekommen. Aber auch, wir haben gleich das Set mit den zwei Mikrofonen, weil, ne, so, meine Frau hat dann, möchte dann nicht irgendwie in ihr Handy rein singen oder so, die möchte dann auch ein Mikrofon in der Hand halten und das so, das Feeling haben. Ja, ich glaube, das passt auch besser zum, als Partyspiel, passt das auch viel besser, wenn man so ein Handy rein trellert, ja. Gut, hast du noch was? Ja, erstens, Playstation wird teurer. Ja, 50 Euro. Genau, also auf alle Variationen, also die große quasi um 10 Prozent, die kleine um, kann ich jetzt nicht ausrechnen, Prozent, also prozentualer logischerweise ein bisschen mehr. Dann, was tatsächlich sehr spannend ist, demnächst ist die Tokyo Game Show. Die ist erstmal an sich, na gut, ist generell schon spannend, weil da auch schon, ist natürlich der japanische Markt, da ist Honig groß, aber vor allen Dingen wird man da die PSVR 2 ausprobieren können. Also, ich fliege da jetzt deswegen nicht hin, das nicht, aber das lässt ja vermuten, dass dann wahrscheinlich entsprechend viele Berichte dann im Anschluss dann auf YouTube auf Poppen werden von relativ normalen Leuten, die das dann auch mal ausprobieren können. Finde ich, ja, finde ich ganz spannend. Dann thematisch, wo wir dabei sind, der Voice Chat kommt von Discord. Ja. Wir hatten ja, dass Sony das, also nicht gekauft, aber investiert hat in Discord und das soll jetzt wohl im März kommen, dass eben, ja, dann auch der Voice Chat funktioniert und man dann zum Beispiel auch Among Us schön auf der Playte spielen kann, wobei ich das schon lange nicht mehr gespielt habe. Ja, kommt vielleicht, also dafür fast schon zu spät, ne, aber wird es sich ja vielleicht für andere Sachen auch noch irgendwann mal lohnen. Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein On-Off, ich glaube, dieses Among Us, das taucht immer mal wieder auf. Es kommt ja auch eine VR-Variante, weiß nicht gut, die funktionieren wird. Das ist auch immer so ein Spiel, das hat man einen Monat lang nicht mehr gespielt, dann spielt man dann doch mal wieder. Also das, glaube ich, das ist nicht, noch nicht so ganz weg. Ja, ansonsten habe ich noch Spirit of the North gespielt. Da ist man ein Fuchs. War auch eben in diesem Plus-Paket mit drin und es hat auch gute Bewertungen, ich muss aber leider gestehen, für mich war, also die Knuffigkeit ja, also du bist halt ein Fuchs, der muss einem Geister Fuchs hinterher rennen, also so ein Geist von einem Fuchs, den folgst du quasi. Und was schön war, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber der bellt wie ein Hund. Bellen Füchse wie Hunde? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte eben eher ein anderes Geräusch erwartet, einfach. Also zum Beispiel bei Ghost of the Zuschauer, das wollte ich gar nicht erwähnen, aber nebenbei auch nochmal wieder Spiele, da klingt ja auch ein bisschen anders. Aber wie gesagt, du hast eine Bellentaste und du hast eine Schwanzwedeltaste. Das finde ich schon mal sehr schön, wollte ich immer schon mal haben. Nee, aber das Problem an dem Spiel war, du rennst einfach nur irgendeinen Bär runter und hoch von A nach B und das war es schon. Und du merkst echt, das ist Low Budget. Also die Kamera hakt ständig, die Animationen sind echt unrund. Man möchte ja auch den Indies nicht, ich freue mich ja immer für Indie-Games, aber das hat auch gute Bewertungen. Also für andere kann das durchaus was sein. Aber ich konnte echt nichts mehr einfach, weil da passiert auch nichts. Also das ist ein klassischer Walking Simulator, wie es ja so schön heißt. Du rennst von A nach B und das war es. Vielleicht kommt mir später in Neville auch mehr, aber mich hat das echt überhaupt nicht abgeholt. Und deswegen, ja, gut, dass es umsonst in Anführungsstrichen war. Hm. Genau. Das war es jetzt aber auch lang genug diesmal. Ja, ich habe nur noch kurz die Nachricht, wobei das ist noch mit dem, ich habe es noch mit dem Fragezeichen versehen, weil die Meldung enthält auch das schöne Wort Wohl oder hier will, Amazon will angeblich EA kaufen. Nee, das Thema war glaube ich am ersten, am gleichen Tag, also die Aktie von EA ist hochgeschossen und war gleich runter, als dann kam, ich glaube Bloomberg sagte so, das wäre totaler Bullshit, wird nicht passieren. Ah, am gleichen Tag noch. Geil, steht hier, ich habe den Artikel jetzt bis ans Ende gescrollt, Update, Freitag, 26.8. wie Bloomberg berichtet, zu GSA Today seinen Bericht schließlich wieder zurück, weil er gegen die Richtlinien über die Nutzung von unbelegten Quellen verstoßen habe. Tatsächlich erfolgt am Freitag auch kein Übernahmeangebot von Amazon. Also ich glaube, dass tatsächlich jemand, ich weiß nicht, aber diejenigen, die das Gerücht gestreut haben, auch mit Aktien handeln, wenn, dann haben sie wahrscheinlich einen guten, weil logischerweise, die Aktien gehen jetzt krass nach oben und hinterher wieder krass nach unten. Ich glaube, da kann wahrscheinlich einige sich eine goldene Nase verdienen. Ja. Okay. Jetzt habe ich mal geguckt. Jetzt bin ich bei USA Today und die haben gesagt, ja hier, das ist unsere Quelle und dann sagen sie selber, dass die Quelle wohl nicht ihren Ansprüchen genügt. Und deswegen, okay, dann war das mal wieder der berühmte Sturm im Wasserglas. Ich hätte irgendwie so ein bisschen, also für mich hätte es Sinn gemacht, weil, Amazon ja auch Twitch hat. Ja, und die sucht, glaube ich, auch. Ja, die suchen händeringenden Käufer. Das hatten wir hier, glaube ich, schon mal das Thema, dass die händeringenden Käufer suchen. Okay, dann kommen wir zum Fußball und ich habe es genannt, zwei zu zwei, kurz vor, vorbei. Ja, ja, also jetzt sind wir wieder bei Paderborn, das hatten wir eben ja. Ach ja, stimmt, jetzt habe ich, jetzt habe ich nicht gehört. Tabellenführer der zweiten Liga war in Hamburg zu Gast. Ja, also war ein gutes Spiel, war ein richtig gutes Spiel, fand ich. Wie gesagt, der Gegner war auch stark. Trotzdem fand ich, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel gemacht haben. Die hatten, glaube ich, auch nur zwei Chancen in der ganzen ersten Halbzeit. Blöderweise ging eine von diesen beiden Chancen rein. Also wirklich gefühlt letzte Minute, also nicht ganz, aber kurz vor Schluss der ersten Halbzeit, blöder Konter, Paccarada rutscht weg, so kurz vom eigenen 16er und dann waren die eben auch qualitativ auch wirklich so gut, dass die das dann auch aussetzen konnten und da war eben auch nichts mehr zu halten. Dann stand plötzlich, obwohl wir eigentlich das Spiel gemacht haben, wie es halt ob und zu so ist, plötzlich 1-0 für den Gegner und es ging in die Halbzeit. war eher unschön. Positiv war diesmal das Spiel, es war kein Sicherheitsspiel, es hieß, es gab Alkohol, aber das war egal, meine ich eigentlich gar nicht, sondern im Gegensatz zu als beim letzten Mal muss man eben auch nicht wieder 20 Minuten warten, um sich ein Getränk abzuholen, weil das jetzt eben wieder gezappt werden konnte. Das war, bei den Hochsicherheitsspielen, dann gibt es eben kein Bier aus vom Fass, sondern dann machen die Flaschen auf, kippen die um und so weiter und das war eine Katastrophe gewesen, wie lange das dauerte und jetzt ging es halt ganz normal, man konnte sich essen und trinken besorgen und war dann eben in 5-10 Minuten wieder auf dem Platz, ne, auf dem Platz, also im Stadion. Ja, und dann, ach du, was noch sehr interessant ist, es fing an mit einer Laola für den Schiri, das habe ich glaube ich selbst am Millerton noch nicht erlebt. Das war, war das Dennis Aitikin? Dennis Aitikin, genau, der Grand Senior sozusagen unter den Schiedsrichtern, hat auch anständig gepfiffen, also jetzt, also nicht, nicht besonders gut für uns, also nicht übermäßig gut für uns, so meine ich das, ne, also hat einfach so gepfiffen, wie man pfeifen sollte als guter Schiedsrichter, ähm, genau, ähm, ansonsten, muss ich mal gucken, was war denn noch, ähm, ach so, ja, zweite Halbzeit, ähm, hat lang gedauert, bis was passierte, also erst, es fing relativ gut an, dass wir einen Elfmeter gekriegt haben, und zwar hat wirklich, also, bumm, ich finde, wo man als Zuschauer denkt, wie passiert das, also der Abwehrspieler steht da am eigenen Sechzehner, einer von uns rennt hin, der hat wohl ein bisschen gepennt, kriegt so einen Ball, und dann tritt er und somit später auf den Fuß. Ich frage mich immer, du bist ja Familie, entsprechend, das wird beim Erwählen, wie schafft man das als Stürmer, so hinzulaufen, dass man weiß, man wird jetzt auf den Fuß getrieben, das ist natürlich auch keine Schwalbe, also er tritt dann wirklich auf den Fuß, aber garantiert nicht gewollt, der hat jetzt einfach nur den Ball wegschießen wollen, aber trifft halt den Fuß, damit Elfmeter und relativ klares Ding, ähm, ja, hat dann Pakarana geschossen, hat leider verschossen, also war eigentlich ganz okay geschossen, der Elfmeter, und rechts in der Ecke, auch schön eigentlich platziert, aber der Torwart hat sich halt genau gewusst, wo er hinspringen muss, und hat den Ball halt erwischt, so, deswegen war dieser schöne Elfmeter leider verpufft, ähm, ja, dann war lange einfach nix, dann war im zweiten Halbzeit, war Paderborn auch deutlich stärker als in der ersten Hälfte, war auch kein Wunder, weil die mussten natürlich hinten nicht mehr so dicht machen, und wir mussten hinten aufmachen, ähm, gab dann, was war denn zuerst, also genau, jetzt gab es den Ausgleich, ähm, Amenido, richtig schönes, schönes Ding gemacht, ich glaube 83. Minute war es erst, also relativ spät, dann wurde Conté eingewechselt, und zwar, es ist einerseits unser Conté, andererseits aber auch nicht unser Conté, ähm, und zwar hat er bei uns gespielt, aber in der Zweitliga, wir hatten noch einen an seinem Bruder, Conté, der hat bei uns in der ersten Mannschaft gespielt. Ja, der Name Conté, den hatte ich auch gleich, als ich ihn last, dachte ich, ja, St. Pauli-Spieler, oder zumindest Ex-Spieler, war mir dann schon klar, weil er ja auch, er hat auch eine Weile bei uns gespielt, aber nie in der ersten Mannschaft, ähm, hat aber, deswegen kannte ich ihn jetzt auch nicht so gut, ne, aber offensichtlich hat er von seinem Bruder quasi auch in den Gen, in den Gen ist natürlich nicht, aber auch der rennt wie Sau, also da sind sie einfach nicht hinterher gekommen, ähm, hat dann eben, leider das 2 zu 1 gemacht, ähm, was dann zum Glück abseits war, ich habe mich hinterher noch im Fernsehen angeguckt, das war wirklich so Nasenspitze, also haben wir wirklich Glück gehabt, dass das nicht gezählt hat, also das hätte vom VAR auf jeden Fall gezählt gehabt, ähm, gerade mit dieses, wie man früher gesagt hat, im Zweifel für den Stürmer, ähm, der ist einfach losgespringet, die sind hinterher gekommen, hat das Ding versichert, das Tor eigentlich, äh, zum Glück hat es nicht gezählt, ähm, ähm, ja, dann, äh, ging es weiter, das war ja schon irgendwie 10 Minuten vor Schluss eigentlich, ähm, in der Nachspielzeit hat dann Conte noch mal ein Tor geschossen, also wieder nach vorne durch, gerannt, ähm, hat das Ding ins Netz gemacht, und diesmal hat es dann leider auch gezählt, ähm, ja, schon dann 2-1 für Paderborn, schon in der Nachspielzeit, was ich da sehr bemerkenswert fand, dass, natürlich sind alle zu den Torschützen gerannt, ähm, da gab es noch so ein bisschen Missverständnis, weil er hat irgendwie, quasi in, in, in Richtung der Süd, also wo unsere Ultras sind, gejubelt, die haben das so ein bisschen als Provokation aufgenommen, ähm, ne, beim ehemaligen Verein, gerade noch zu jubeln, stellt sich nachher heraus, er hat irgendwie seine Nichte, glaube ich, gegrüßt, die, er ist, er kommt ja aus Hamburg, die da, das macht er wohl nach jedes Mal, wenn er ein Tor schießt, die ist halt im Stadion gewesen, hat sie, war auch dann, hat das, wurde das quasi auch noch auf dem Platz erklärt, da war auch alles in Ordnung, ähm, genau, und da war es immer sehr interessant, dass der gegnerische Trainer bei dem Tor mit auf den Platz gerannt ist und gejubelt hat, also kann man machen, aber ich fand das so ein bisschen interessant, also das Spiel läuft noch, es war jetzt nicht ein 3-0 oder sowas, das war ein 2-1, das war nun, klar, Nachspielzeit, aber der hat das so für sich, äh, wohl auch abgeschlossen gehabt, das Spiel, zum Glück war es nicht so, weil der 100. gefühlte Elfmeter, äh, Elfmeter nicht, äh, die 100. Ecke, ähm, von der den ersten 99. gar nichts mehr rumkam, hat dann zum Glück bei uns funktioniert, äh, und ich glaube Nemeth war das, ich hoffe, den spricht man so aus, ich weiß, so lange ist er noch nicht bei uns, ähm, ja, hat das Ding dann schön in, in die Ecke geköpft, und, äh, dann stand es dann in der Nachspielzeit zum Glück 2 zu 2. Hm, und dann ging es noch ein bisschen weiter, ähm, da will ich, beide haben weiter versucht, so das Spiel noch zu gewinnen, war richtig spannend, ich, ich, ich bin ja ein totaler Pessimist, ich habe ja immer gesagt, bitte pfeif ab, bitte pfeif ab, also ich habe wenige Hoffnung, dass die noch ein Tor schießen, also ich habe mal viel mehr Angst, dass die anderen noch ein Tor schießen, ähm, ja, aber dann ist er eben auch bei geblieben, geblieben 2 zu 2, gegen echt starken Gegner, der ja auch nicht zu Unrecht ganz oben in, ich glaube, ist er immer noch, auf dem ersten Platz in der zweiten Liga ist, ähm, ja, war ein Spiel, das Spaß gemacht hat, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten, aber, gerade nach dem von mir nicht gesehenen, katastrophalen Rostock-Spiel, also die da waren und das gesehen haben, haben gesagt, das ist Tag und Nacht gewesen, äh, ja, konnte man da sehr zufrieden mit sein. Gut. Ja, ähm, beim Großen war es nicht so erfreulich, sie haben gespielt gegen Glashütte, die waren Tabelle direkt ein Platz unter ihnen, aber, weiß ich nicht, ich glaube, punktgleich. Also nicht am Stich, aber durch Glashütte. Und, ähm, es ging eigentlich auch ganz gut los und, und unterm Strich würde ich sagen, sie waren irgendwie schon die bessere Mannschaft, haben aber unglücklich verloren, weil, die anderen haben wirklich, also sie haben es auch wieder so mit langen Bällen versucht, das haben sie diesmal sehr gut unterbunden, aber sie haben es manchmal auch, äh, sie sind dann doch mal vor das Tor gekommen, und, also, ich, ich sag mal so, die haben aus vier bis fünf Torchancen drei Tore gemacht und unsere Jungs haben aus doppelt so viel Torchancen eins gemacht. und dann verlierst du halt. Ja. Weil die haben einfach auch, das waren auch so, weißt du, dass dann einer mal so an der Strafraumkante einfach sich mal ein Herz greift und einfach abzieht und das Ding in die Ecke, sämmelt so ein Sonntagsschuss. Das zweite war, glaube ich, also, ich glaube, die haben keins so, wie man sagt, so herausgespielt, sondern es war immer so, ja, ach, der zieht mal ab und der zieht mal ab und, und irgendwie landen die Dinger. Das Gefühl kenne ich, weißt du, und die eigene Mannschaft dribbelt sich da durch, richtig. Will den Ball ins Tor tragen und die anderen machen Konter oder sowas und dann ist das Ding plötzlich drin. Exakt. So ins Tor tragen, und so Stürmer, weil es war, die haben es auch irgendwie geschafft, also, ich habe das Gefühl gehabt, die hatten nicht, nicht mehr Spiel auf dem Platz, aber man hat das Gefühl, die haben mehr Beine auf dem Platz, weißt du, immer so, jeder, viele Pässe blieben dann in deren Beine hängen, Mhm. Auf der anderen Seite haben sie es aber geschafft, auch mal, wenn sie dann mal es nicht mit einem langen Ball versucht haben, sondern mit einem Pass in die Mitte, da ist der Mitspieler, der ist an den Ball gekommen, konnte den verarbeiten, konnte sich umdrehen, konnte in Richtung unser Tor gehen. Bei uns, jeder, der bei uns mal in der gegnerischen Hälfte den Ball gekriegt hat, zack, irgendwie sofort zwei, drei Leute um sich rum. Der Große hat teilweise den Ball bekommen und wirklich flop, also wirklich wie Magnet, zack, zwei, drei Mitspieler um sich rum und er kann vielleicht ein oder zwei ausspielen, aber irgendwann bleibt er beim dritten auch mal hängen, ne, also, ja, es war wirklich, es war wie verextlich, er wollte nicht viel drüber hinterher reden, verstehe ich auch, aber er meint, ja, er versteht's auch nicht, er versteht's auch nicht, wie da immer die Mittelfeldspieler unbedrängt den Ball zugespielt bekommen können und er kriegt einen Ball und hat sofort links und rechts ein Knie im Weg. Ja. Es war, also, es war jetzt kein unfaires Spiel, also, da hab ich schon viel Unfaire, also, das letzte Woche war um Meilen unfairer mit dauernd hier am Trikot, das haben die gar nicht gemacht. Ne, die haben wirklich einen ganz astrein sauberen Fußball gespielt, ja, und, ja, am Ende haben sie halt 3-1 gewonnen und das gibt, finde ich, den Spielverlauf überhaupt nicht wieder. Ne, so nach dem Motto, Schuhe hast du Scheiß haben. Ja, naja, und das frustriert natürlich, weil, das wäre mal so ein Spiel gewesen, wenn du das gewonnen hättest, das wäre, ne, so für die Moral wichtig gewesen und, äh, hätte ich in der Tabelle mal so in die, äh, knapp in die obere Tabellenhälfte buxiert, aus der unteren Tabellenhälfte, also, jeweils knapp, ne, aber so mal einstelligen Tabellenplatz und so, ja, und jetzt, erinnern sie da immer noch auf 10.11. Platz von, weiß ich nicht, 16 oder wie viel das sind rum. Hm. Pss, ja, ne, und, ja, ist einfach, äh, ärgerlich. Echt ärgerlich. Ja, glaub ich. Aber gut, das shit happens halt, Ja. Irgendwann ist ja auch mal andersrum. Man kann auch mal sehen, die man nicht verdient hat. Äh, verdient hat. Gut, dann kämen wir uns. Ich hab auch noch ein bisschen was im Fußball tatsächlich. Wir haben einen neuen Spieler, oder wir haben wohl, ne, sagen wir so, wir haben wohl starkes Interesse, und das ist wohl so gut wie durch, an Henri Lyon Scheidler aus Dijon, zweite französische Bundesliga. Stimme. Ähm, ja. Und, äh, ein Spiel, was nicht am Millern-Tor stattfinden wird, was wahrscheinlich zu anderen Stellen vielleicht auch, über was wir nicht reden, Kategorie passen würde, ist, Teutonia spielt nicht am Millern-Tor. Ja, das. Teutonia hat er angefragt, Pokal gegen Leipzig. Das ist aber schon lange her. Das ist schon lange her, dass sie gefragt haben. und, ach so. Aber jetzt ist, äh, hat St. Pauli sich geäußert, weil die es eigentlich in einer internen oder vertrautenden, traulichen Mail, mit denen besprochen haben und diese Mail ist irgendwie dann geleakt worden und dann gab's. Und quasi so ausschnittsweise und die haben dann gesagt, so Leute, wenn wir euch, wir können nicht euch reinlassen und deswegen dann, keine Ahnung, die U19er was dann nicht spielen lassen und so weiter. Äh, und waren auch zu dieser Spitze so, ja so, so viele Fans von Teutonia und Leipzig gibt's hier in Hamburg wahrscheinlich auch nicht. Fand ich sehr schön. Äh, und dann war ja noch ein anderes Stadion im Gespräch, wo dann aber irgendwie der Rasen, äh, verätzt worden ist von den Bekannten, ne? Und deswegen spielen die jetzt in Leipzig. Ja, ja, also das war, da, wo das Spiel zuletzt stattfinden sollte, ich sag mal, das ist Luftlinie Hamburg-Leipzig schon, ich glaub, 80, 90 Prozent Richtung Leipzig. das wäre schon, auch schon ein Akt gewesen für Teutonia und jetzt müssen sie halt sozusagen die letzte Meile auch noch, auf sich nehmen. Mhm. Und dann, das ist natürlich kompletter Verlust des Heimvorteils, wobei, also da, wo das, ja, wo es jetzt statt, vorher stattfinden sollte, das wäre auch schon wie ein Heimspiel gewesen. Weil wie gesagt, das ist aus Leipziger Sicht, äh, im Verhältnis von der Distanz, es war nicht auf der halber Strecke, sondern wirklich deutlich Richtung Leipzig. Aber gut. Ja, das ist natürlich auch blöd, wenn dann so in Zukunft jedes Spiel gegen Leipzig dann immer so, 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 ja, so vorbelastet ist. Also, ich fand die Argumente von St. Pauli auch alle nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, wenn, was gibt es denn für einen Verein, den St. Pauli mag, Werder Bremen, Köln oder so, wenn die gegen Teutonia gelost worden wären, hätten sie vielleicht eher gesagt, ach ja. Ja gut, aber dann zieht natürlich das Argument auch von wegen, man muss das Stadion noch voll kriegen, Bremen wäre es wahrscheinlich voll geworden. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Es ist kompliziert. Ja. So, dann, jetzt, jetzt, ja, dann jetzt Real Life. Ja. Ja, und ich habe schon wieder wieder krankengeschichte, diesmal nicht ganz so dramatisch, nur diagnostisch, obwohl war das andere ja auch. Ich laboriere schon länger irgendwie wieder mit meinem, mit meinem Rücken, Lendenwirbelsäule und so weiter rum und das, da bin ich auch schon seit, seit wieder vor dem Urlaub fing das an mit Physiotherapie, also mit manueller Therapie, also drauf rumdrücken auf der Muskulatur und Wärme und so und das hat auch ein bisschen was gebracht, aber es ist immer noch was übrig geblieben und zwar äußert sich das nicht so, dass es im Rücken wehtut, also ich hatte ja früher immer so Probleme mit der Lendenwirbelsäule oder mit der Muskulatur und auch so Blockaden und ganz frühe Bandscheibenvorfälle, das ist jetzt irgendwie so, es tut mir in der rechten Arschbacke weh, also wirklich als wenn irgendwie, ja, ich ne, der, der, der Beckenknochen sich entzündet hätte oder so, also wirklich so ein brennender Schmerz, wo der, das Becken unten auf die Sitzfläche drückt, sodass man denken würde, ja, das ist Druckschmerz oder so, nee, das kommt von der Wirbelsäule und als es dann immer noch nicht, als ich dann irgendwie das dritte Mal beim Orthopäden war, um zu sagen, es ist zwar besser, aber es ist immer noch nicht weg, da hat er dann sich, ich sag mal, erbarmt, weil, ich weiß nicht, ist ja auch kostenintensiv, hat er mich zum MRT geschickt, da war ich dann vorletzten Freitag im MRT und hatte ich, glaube ich, auch erzählt, kriegt man mittlerweile nur noch irgendwie Log-in-Daten, keine CD mehr, sondern kann sich dann die Daten angucken. Befund, da stand ja immer Befund, liegt vor, steht aber erst am 24.08. zur Verfügung, was ich ja nicht ganz verstanden habe, also, wie denn jetzt, aber es war tatsächlich so, am 24.08. 16.10. hieß es irgendwann und um 16.17. habe ich dann mal geguckt, zack, peng, PDF-Datei und da war dann wirklich ausführlich beschrieben in dem üblichen Medizinersprech, also wirklich so halbwegs jede Bandscheibe in der Lendenwirbelsäule einzeln beschrieben, die macht das. Auch beim Zahnarzt nur dann eben. Ja, also ist ja dann Lendenwirbelsäule, hat ja fünf Wirbel, also L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 und L5, S1. S1 ist dann hier Os Sacrium, also Sacrial, Ischias, Ischias, also, Ischias. Genau, Ischias da und fast jede Bandscheibe, das hatte ich ja auch selber gesehen, fast jede Bandscheibe lukt so ein bisschen nach hinten raus und da bei der L1, L5, S1-Übergang, da sagt, stand eben auch, ich musste natürlich die Begriffe alle googeln, Osteochondrose, dass da wirklich schon der, da ist ja irgendwo im Wirbel, ist ja ein Loch, wo der Nerv durchgeht. Und dass da jetzt wahrscheinlich die Bandscheibe und auf dieses Loch, auf den Nerv drückt und das diese Schmerzen auslöst. Und ich hatte natürlich, ne, Dr. Google geguckt, also sagen wir mal so, da steht Operation nur, wenn es wirklich absolut unerträglich ist und das ist es ja Gott sei Dank bei mir nicht. Was ich aber für eine Beobachtung in den letzten Wochen selber gemacht habe, das ist irgendwie immer nur so Montag und Dienstagvormittag und dann ist es irgendwie weg. Und dann kommt es am Montagmorgen oder im Laufe des Montagvormittags, wenn ich dann eben im Homeoffice lange sitze, dann geht es los. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass es vielleicht mit irgendwas zu tun hat, was ich kurz unmittelbar vorher mache. Und ich mache ja schon seit Jahren Übungen für meinen Rücken, die mir ja vor zig Jahren mal ein Physio gezeigt hat, um eben meine Lendenbübelsäulenblockaden zu verhindern, wo ich ja auch sehr erfolgreich bin. Aber ich habe vielleicht den Verdacht, dass irgendeine Übung, die ich am Sonntag oder am Montagmorgen mache, vielleicht irgendeine Übung mache ich vielleicht, also entweder mache ich sie falsch oder ich mache sie richtig, aber ich sollte sie vielleicht unter den jetzigen Umständen nicht mehr machen. Und deswegen bin ich dann verblieben. Also der Orthopäde sagte dann, ja, sonst müssen sie abends vorm Schlafengehende Ibu nehmen. Also der ging wohl davon aus, ich habe permanent Schmerzen, was nicht stimmt. Gott sei Dank. Oder wir geben ihnen dann Spritzen da, wo es wehtut. Kassenspritze oder Igelspritze. Und da dachte ich schon so, Alter, das ist jetzt überhaupt nicht notwendig. Ich setze mich dann halt anders hin und meistens geht es dann ja. Und witzigerweise an fünf bis sechs Tagen die Woche habe ich keine Probleme. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht und er meinte, ja, wir können ihn auch weiter manuelle Therapie verschreiben, wo ich dann dachte, jetzt, wenn die da weiter darauf rumdrückt, das interessiert den Nerv, das glaube ich auch nicht besonders. Und ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht, dass er mir vielleicht Krankengymnastik verschreibt und ich dann zum Physio sage, kann ich dir mal zeigen, was für Übungen ich mache? Und du guckst dann mal und sagst, nee, also die Übung ist Kacke für, in deiner aktuellen Situation. und vielleicht alternativ. Klingt sinnvoll. Ja, und der Orthopäde sagt ja natürlich. Also er meint, ob da jetzt auf dem Rezept manuelle Therapie oder Krankengymnastik steht, das ist wurscht. Das werden die sicherlich flexibel handhaben. Und jetzt werde ich mich bei meinem Physio melden und werde sagen, hier, Lage ist, lass, ich hätte jetzt mal, erst mal ein, zwei, drei Termine, wo wir mal, ja, Analyse machen, dass die auch mal den Befund zu sehen kriegen. Und, ja, und ich dann mal sag so, ich zeig euch mal, welche Übung ich so mache und ihr sagt mal, was ihr davon haltet. Und vielleicht ist es tatsächlich irgendeine Übung, wenn ich die weglässe, vielleicht ist es dann sogar ganz weg. Weiß ich nicht. Ja, zu hoffen. Ja. Aber gut, ich sag ja, alt werden ist scheiße, weil die, die Bandscheibe, das habe ich ja wirklich gesehen, die zwischen L5S1, die Bandscheibe, die ist wirklich deutlich, deutlich dünner als die anderen und sieht im MRT bröckeliger aus als die anderen und, und das ist ja auch nichts, was sich wieder erholt. Ja. Ja. Na gut. Hast du noch Sachen aus dem Real Life? Äh. Ja, ich war zur Alza-Quelle, zum Faktencheck. Ach, ob die Alza versiegt ist. Moment, Moment. Ich muss gestehen, ich habe es verpennt. Ich habe das Schild gesehen, ich bin vorbeigefahren, habe es nicht mal gemerkt. Ach Gott. Und deswegen war ich auch nicht da, ich habe mir tatsächlich, es gibt irgendwie Fahr ein schöneres Hamburg meine Route ausgesucht. Ach stimmt, die von der Stadt Hamburg quasi, äh, auf Komoot zur Verfügung. Genau, und das war, also eigentlich, am Ende richtig schöne Strecken, also gerade durchs Moor durch und so, aber dahin, habe ich schon mal erzählt, das war jetzt, zwei jetzt. also gut befahrbarer, so, Moorwege, Moorweg klingt nach Nass und, äh, von Zumpfen, aber, also, sandige Wege, sage ich mal, fester Sand, ein bisschen Kies und sowas, super, richtig schöne Strecken, und man kommt auch irgendwie an drei Badeseen vorbei, die ich noch nicht kannte. Ähm, das Problem ist nur, bevor das anfängt, fährst du echt erstmal so eine halbe bis dreiviertel Stunde nur an der Hauptverkehrsstraße lang. Teilweise ohne Radweg. Also, ich, 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 ich glaube ehrlich, die haben sich eine schöne Strecke gesucht und haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie mit Hamburg verbinden. Google, sag mal, wie kommt man da hin? So wirkt die Strecke, weil, der Weg dahin ist so, echt so furchtbar, weil, das macht einfach keinen Spaß. Also, klar, man kommt da lang, aber wenn man sich schon bewusst, ne, weil es ist schon eine schöne Wochenendtour aussucht, dann will man nicht an der Hauptverkehrsstraße lang fahren. Ähm, und wenn man dann aber erstmal das, dass das überstanden hat, dann wird es richtig, richtig schön. Das ist eine richtig schöne Strecke und, ähm, ja. Und ich habe mir jetzt tatsächlich diese Strecke mal kopiert, habe mir zumindest auf der Karte schon mal einen besseren Hinweg ausgesucht und werde dir demnächst mal gucken, ob ich da, äh, werfe, weil der andere Rest, auch das letzte Stück zurück war auch okay. Ähm, dann würde ich mal gucken, ob ich da eine schönere Strecke hinfinde und dass ich das dann, werde ich dann auch bei Komoot quasi reinstellen. Hm. Aber wie gesagt, als der Quelle kommt man lang, wir haben ein paar schöne Seen, äh, auch so ein paar Allenen, vor allem, echt, also ab Alzer Quelle so, ist auch fast kein Verkehr, was auch sehr angenehm ist. Also auch bei den geteerten Straßen so halt so, so Dorfwege halt, ne, ähm, ja, schönes Stück zu fahren. Hm. Das klingt gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 175 vom 27.04.2021, also Ende April 2021. Ich glaube, das war, ach nee, 20, das war schon 2020, wo wir zu, zum Nixdorfding wollten. Mit dem Titel Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl. Hm. Wir reden über Phantomkrach moderner Energiegewinnung, ich glaube, das war hier Infraschall, über Katastrophen nicht so moderner Energiegewinnung, Atomkraftwerk, über verurteilte Täter in Uniform und natürlich ein weiteres Mal über diesen blöden Virus. Wir reden über Esel im Zoo und aus Draht, also Drahtesel, Dinge, die man plötzlich sieht und schon wieder vergessen hat, überteuerte Dinge mit Äpfeln, Autos aus Steinen, ah, Lego, und aus Herrn Ost und fast vergessene Filmperlen. Flugbericht, oh cool. Wir hatten gesprochen über den, damals im Faktcheck hatten wir über den Marshelikopter gesprochen. Hm. Da hatte der nämlich seinen ersten erfolgreichen Flug. Kein Pilot im Auto. Letzte Karte. Israel kauft wieder eins. Super League, super kurz. Israel, achso, Israel kauft Impfstoffe. Genau, schuldig euer Ehren. Die magische 165 Risikogebiete Deutschland. Achso, ja, das war, damals war, glaube ich, Inzidenz 165, so eine Grenze. Johnson für alle. Immer empfiehlt, trotz rarer Thrombosen Impfstoff von Johnson & Johnson, der ist ja komplett in der Versenkung verschwunden. Dann haben wir irgendwie über Tschernobyl gesprochen, was ja auch passt, wo wir jetzt ja gerade wieder so ein Atomkraftwerksgedöns haben. Hm. Dann hatten wir Todesfälle, die wir diesmal irgendwie gar nicht hatten. Hagenbeck macht auf. Damals hat Hagenbeck wieder aufgemacht. Noch ein Preis fürs ATW. Das ATW, Schule Alter Teichweg, hat doch so eine KUM, was heißt, nein, nicht KUM, hat doch so eine, da hat doch der Schuldirektor so einen YouTube-Kanal aufgemacht und so sich da in so eine Dekoration, selbstgebastelte Dekoration gesetzt und so die Schüler auf dem Laufenden gehalten und die haben dann irgendwie einen Preis nach dem anderen bekommen für dieses Projekt. Ja, Protected Bike Lanes, Apple Tracker, da muss es losgegangen sein mit diesen Apple, wie heißen die Tracker, Frackpot? Ich weiß, was du meinst, aber die haben einen anderen Namen. Ja, ich weiß aber auch einen Namen. Pot, wir haben einen Pot, Followpot, Stalkerpot, Airtag, Airtag. Ich finde aber jetzt gerade mein spontanen Stalkerpot gerade sehr schön. AA greift in AA. Achso, AA Wireless, genau. das Ding habe ich ja auch immer noch rumliegen. Habe ich irgendwie auch nie so richtig benutzt. Captain Abraham and the Falcon versus Vampire. Achso, da habe ich geguckt mal wieder Abraham Lincoln Vampire Slayer und da spielte interessanterweise ein Schauspieler mit aus den Marvel-Filmen. Das war mir damals nicht bewusst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe oder da war es ja auch noch nicht so. Oder war es nicht so gut für St. Pauli? Fürth, das Fürchten gelehrt? Ach nee, Moment, ihr schlägt. Ach nee, aber ihr habt und Fortuna Düsseldorf habt ihr unterlegt. Achso, da müsst ihr irgendwie zwei Spiele gehabt haben. Ja, der Spiel ist gerade auf dem Abstiegsplatz. Oh. Und ich habe wieder Teile zusammengefügt. Was habe ich denn zusammengefügt? Zweifel Lego. Nee, Puzzle. Ah. Ah, stimmt, da habe ich mit dem Lütten ein altes Puzzle gemacht, das zeigt irgendwie New York, eine Ecke Times Square oder so und da waren wir ja mal im Urlaub. Deswegen, und da ist auch ein Taxi drauf, also, ne, haben wir auch was zusammengefügt mit Autokont Zusammenhang. Ja, aber nicht Lego. Vor 70 Folgen Bladhering 105. Achso, ja, apropos Lego-Teile zusammenfügen, ähm, meine derzeitige Hardware-Konstellation erlaubt es mir auch nicht zu twitchen, obwohl ich das gerne tun würde. Ich habe hier ein Tablett mit wunderbar sortierten Lego, nicht Lego, aber Technik-Komponenten, aus denen ein Auto werden soll, aber so kann ich nicht arbeiten, so kann ich nicht spielen. Also, muss Andi sich vielleicht noch ein bisschen gedulden. und er hatte gehofft, dass ich das bald mal, ja, aber, wenn morgen der Dell-Mensch kommt und das alles hier wieder funktioniert, sofort bin ich sofort dabei, aber, solange ich hier, ja, auf dieses Mini-Display gucke, das geht, ich weiß gar nicht, wie das, wie das gehen soll, da jetzt OBS und dit und dat und jenes und, naja. Okay, da muss ich sagen, es gibt auch andere Menschen, die schon ohne Excel-Monitor, klar, gerade mit OBS und sowas drumherum, da bist du affig, dann bist du ja affig, genau. Ja, dann sind wir durch, mal wieder normal, normale Länge, nenne ich es mal. Wundert mich echt, ich habe gedacht, so gerade dieses ganze Gaming, gut, ich bin natürlich gerast, aber ich dachte, dass sie es mal richtig überzogen würden. Nö. War nicht so. Ja, ich bin ja froh, du hast einmal ganz kurz ausgesetzt, aber ansonsten bist du hier unterbrechungsfrei und glasklar angekommen, trotz WLAN, ist natürlich hier auch optimale Umstände, wir haben ja eine Fritzbox, eine alte Fritzbox hier oben, im Nebenzimmer steht eine Fritzbox, die über Kabel mit der Fritzbox unten verbunden ist, die ja als WLAN-Repeater arbeitet, das heißt, ich habe hier wirklich, weiß ich nicht, drei, vier Meter Luftlinie bis zum Access Point, das, ja, das hat gut funktioniert. Dann hoffen wir mal, dass nächstes Mal, spätestens bei dem nächsten Mal, alles wieder beim Alten ist und bis dahin hören wir uns in einer Woche. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.